Multiplayer-Event mit der Gilde 3 live auf Twitch und auf YouTube, dafür zeig ich wir uns auch auf, da kommt das Ganze natürlich ebenfalls mit Shoryoka, mit Maurice Weber, mit Maraud Nils von den Rocket Beans, mit Coppelius, Gaiusulus, Cesar das Ganze organisiert hat und mit mir das Ganze in Köln. Und wir legen jetzt mal los live und ich wechsle mal rüber auf den Server, wo sich unsere Leute treffen und es kann nur sein, dass er gleich schon ein kleines Stimmengewirr dort hört, bitte nicht erschrecken. Gleich wird es soweit sein und... Den Mord, der schon Auftrag gegeben hat, durchgeführt, dann von Coppelius, dem Zweiten. Was ist das denn für eine Geschichte? Depression und Coppelius ermordet, Leute, da komme ich hier rein. Geschichtlich gesehen perfekt, also ich bin sehr froh, dass ihr euch da wirklich gut vorbereitet habt, heute, auf den heutigen Abend. Ja, sehr schön, also eins zu eins wiedergegeben, ich hätte es nicht besser wiedergeben können. Dankeschön. Ja, wunderbar, das ist ein alter Fili. Hallo Riding Bull und hallo Maurice, schön, dass ihr da seid. Hallo Leute! Hallihallo! Das heißt, also Coppelius sehe ich das richtig, dass du dich hier direkt schon als schamloser Erzschurke jetzt direkt am Anfang von Nils geoutet wurdest und auch noch voll dazu stehst einfach. Ich glaube nicht, dass dir irgendjemand die Rolle des Erzschurken versucht abspenstig zu machen, Maurice. Das wollen wir nämlich nicht, ja. Ich habe am Montag jemanden umgebracht. Wie bitte? Nein, nein, das ist nur die Verwandtschaft gewesen. Also, keine Sorge, ich selbst würde sowas natürlich nie tun. Die Verwandtschaft ist immer ein bisschen so, ja, schwierig, aber so ist die Verwandtschaft immer, oder? Das kennt man. Ja, absolut richtig. Hast du schon, wenn du die Verwandtschaft züchtigen möchtest, eventuell, falls sie über die Stränge schlagen, Coppelius? Mir wird übrigens gerade zugetragen, dass Pia jetzt gerade einen Rohrbruch hat. Ja, ich habe es auch gerade gelesen. Das wird jetzt spontan ein bisschen spannend, scheinbar, ob sie jetzt dabei ist oder nicht, wegen dieses Rohrbruchs. Wir schauen einfach mal, wie sich das jetzt entwickelt. Die arme Person, ey. Die arme Person, das ist ja ein Rohr, das ist doch kein Mensch. Wie ist das denn mit den Serverdaten? Unter Gildecode hier zu finden, direkt über unserem Sprachkanal. Und gut wäre es, wenn ihr sozusagen, wenn ihr das Passwort eingebt, irgendwie die Szene wechselt, denn das wird leider nicht verdeckt. Genau, also wir können gerne schon mal reinkommen. Die Lobby ist offen und alle Infos gibt es dort. Puh, das war ein sehr kompliziertes Passwort. Ja, ich weiß, ich weiß. Das ist absolut datensicher. Ja, wird auch garantiert niemals gehackt werden. Nee, das glaube ich nicht. Es ist doppelt und dreifach gesichert. Also erfüllt alle Anforderungen, die notwendig sind. Respekt. Das ist so ein 256-Bit-Passwort, oder so. Schauen wir mal, wie ich das finde. Wie war das nochmal? Muss ich nicht aufs Spiel beitreten klicken? Oder worauf muss ich klicken? Ein Multiplayer. Und dann kannst du ja auch diese ganzen Listen finden. Leider kann man das nicht so gut rausfinden. Wir müssen einfach suchen, dass das Spiel Game of Guilds heißt. Also so ist der Titel. Wollten wir das nicht sagen? Das ist kein Problem. Das ist kein Problem. Das kann man eh finden an sich. Ich dachte, man hätte das auch anders. Das Passwort darf nicht genannt werden. Äh, okay. Alles klar. Dann machen wir das mal. So, Leute. Ich bin in zehn Sekunden wieder da. Okay. Ich mach kurz mal noch eine Anmoderation. So, ich ändere meinen Streamtitel. Gerade ehrbarer Bürger ist über jeden Zweifel erhaben und würde niemals jemanden hinterrücks in seiner Taverne ermorden. So nennt ich diesen Stream heute. Du bist heute Wirt. Im Chat würde er uns spüren. Ich bin ehrbarer Gastwirt. Ah, sehr gut. Wie bringst du das hin, die Worte ehrbar und Wirt in einem Satz unterzubringen, ohne damit zu lachen? Moment. Hast du gerade die noble Profession des Gastwirts beleidigt? Nein. Übelst würde ich nie und nimmer wagen. Denn, ähm, das sind ja bekanntlich Leute, denen man, wenn man dann doch mal das Wirtzhaus aufsucht, erweist man nicht, was einem ins Essen gespuckt wird, unter Umständen. Ich, 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 äh, der, der ehrbarste Gastwirt, den ich bislang in meinem Leben, ähm, kennengelernt habe. Wir waren in Italien mit, mit der Familie und, äh, das größte Gasthaus im Dorfe, direkt am Meer, war, ähm, war Alfonso, hieß der gute Mann. Und, und wir waren da und Alfonso hat auf sehr plumpe Art und Weise die, die Rechnung gefälscht. Das gibt's doch nicht. Ähm, und, und zwar hat er einfach, es war unterteilt, es, es waren nicht die einzelnen Gerichte drauf am Ende, sondern nur, ähm, Hauptspeise, Getränke und Nachspeise. Und für jeden halt ein Wert für die ganze Gruppe. Und er hatte halt einfach irgendwie sehr merklich den Preis für Getränke verdoppelt. Darf ich ganz kurz, sorry, dass ich da jetzt unterbreche, äh, bitte die Lobby neu aufmachen. Ich hab versehentlich gerade das Passwort geleakt. Ah. Aufgrund eines, äh, sehr lustigen Bugs, mein Cursor. Und handelt immer nach oben im Spiel. Ja. Und das Ganze ist ja auch nur, geht's bei euch als Videospielaufnahme im OBS? Hey, Ujoyuka ist übrigens da. Hallo. Hey, Peter! Ich hab ne ganz beschissene Frage. Ähm, wenn ich heute mitspiele und ich müsste aufgrund von einem Notfall früher weg, könnt ihr dann weiterspielen? Ja, das ist möglich, gar kein Problem. Weil dann wäre das der Fall, denn ich bin vor fünf Minuten draufgekommen, dass wir einen Wasserrohrbruch haben. Es wurde uns schon im Chat von einigen Leuten zugetragen. Mein Badezimmer regnet. Oh Gott. Oh Mann, oh Mann. Aber das tut mir echt leid. Ne, das sind die Momente, da bin ich echt entspannt, weil der Wasserrohrbruch, den hat die Frau über mir. Tut mir leid für sie, die hat vier Kinder und jetzt ein Wasserrohrbruch. Ich weiß nicht, was Schlimmer ist. Du klingst authentisch besorgt um deine liebe Nachbarin. Ja, das trieft aus deiner Stimme. Ne, das ist mir ganz liebe. Es tut mir auch wirklich leid. Und ich hab Bescheid gesagt. Ich hab den Strom abgedreht im Badezimmer. Ein Eimer liegt drunter. Ich hab der Vermieterin Bescheid gesagt. Ich bin erreichbar. Der Rest ist nicht mehr mein Problem. Deswegen, hallo. Ich freu mich auf die Gilde. Ich seh schon, du bist genau die Art von ehrbarer Nachbarin, auf die wir uns alle freuen, auch in die Gilde. Hä, wieso? Ich hab doch nicht, ich war doch oben. Ja, stimmt. Also eigentlich nicht. Eigentlich war Kalle oben. Ich war am Klo. Ja, dann, äh. Gut, ich wollte die Story nicht unterbrechen. Tut mir leid. Erzähl weiter, Maurice. Oder Coppelius. Oder wer auch immer gerade reden wollte. I'm sorry. Gerade hat natürlich Coppelius meine Geschichte unterbrochen. Und hast du in einem Akt von karmischer Gerechtigkeit seine Geschichte unterbrochen. Wobei, mein Teil, Maurice, was ich schon immer mal sagen wollte, ist, dass ich war nämlich letzte Woche. Na, ganz kurz, ganz kurz noch einmal. Ich, äh, bitte vielleicht wirklich die Lobby neu öffnen. Ja, ja. Die Lobby ist gerade neu offen. Ich schreibe den Code gerade auch nochmal neu rein. Geil, dann bin ich nicht zu spät dran. Dann ist das jetzt Coppelius der Schuld. Ist das das Schöne? Ja, das stimmt. Ja. Ich glaube, wir müssen neu starten, weil ich krieg den Bug nicht weg. Ah, zweimal zu spät, Coppelius. Da würde ich mir jetzt Sorgen machen. Aber, aber keine Sorge. Ich habe noch ganz viele Geschichten über trügerische Gastwirte, mit denen wir die Zeit vertreiben können. Und mit trügerische Gastwirte meint er sich selbst. Ja, ja, vielleicht auch. Vielleicht auch. Also, also Alfonso ist heute mein Vorbild. Ähm, weil, weil Alfonso hatte, es war halt dann sehr merklich, wenn er einfach nur auf jeden von den drei Punkten so ein Drittel draufgeschlagen hätte, hätten wir nie bemerkt, dass er die Preise gefälscht hat. Aber er hat es halt so offensichtlich gemacht, dass es sehr klar war. Und es war ein Freund von meinem Vater dabei, der Rechtsanwalt war. Und der ist richtig zu hoch fromm aufgelaufen. Hat da, hat da richtig, hatte Spaß daran anscheinend da, da und Alfonso so, ah, okay, vielleicht irgendein Fehler in der Küche passiert und so. Wo war denn das? In Italien an der Amalfi-Küste. Ah. Und, und dann, aber das Highlight war dann wirklich, dann, 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 dann gehen wir zurück ins Hotel und erzählen das den, den, den Leuten dort, also den, den italienischen Hotelbetreibern und die nur so, ja klar, Alfonso betrügt, das weiß doch jeder im Dorf. Und, hättet ihr uns das nicht vorher sagen können, bevor wir da hingehen, ihr Sackgesichter? Herrlich, herrlich. Also, ich hätt's dir nicht erzählt, wenn du mich Sackgesicht nennst. Dem hab ich ja erst hinterher gemacht. Ja, aber wenn ich davon ausgegangen wär, dass du mich hinterher, potenziell vielleicht, also, dann bist du schon selber schuld, Maurice. Aber woran machst du das denn fest? Wenn ich freundlich, eloquent in dein Hotel komme und du, der wird mich vielleicht Sackgesicht nennen. Also, wenn du mit so einer Einstellung durchs Leben gehst. Ja, genau, das mach ich ja auch, aber. Aber du strahlst halt schon was Schurkisches aus. Absolut richtig. Verdammt, ja, das stimmt. Äh, Shunyuka, du findest übrigens die Einwahldaten direkt über unserem Sprachkanal unter Gildecode. Direkt über unserem... Ah, deswegen hab ich auf der falschen Seite gesucht. Dankeschön, das ist alles viel durchplanender, als ich das kenne. Und es sind so nette Namen. Also, wenn ich Passwörter für so Multiplayer-Runden starte, dann ist das immer irgendwas problematisch Schwieriges. Ja, ich dachte, das kommt erst später mal am heutigen Abend. Wir fangen erst mal seicht und ruhig an. Ha, und dann hast du Maurice eingeladen. Was soll das denn jetzt heißen? Ich hab noch gleich eine sehr schöne Introduction, eine schöne Einleitung zu euch allen. Da kommen wir dann mal, wenn alle wirklich drin reingeladen sind. Wegen dem einen Mord am Montag, der 100% verdient war. Also, Julius war ja... Ja, bestreiten sich die Geister. Nee, niemand ist der Meinung, dass Julius unschuldig war. Niemand. Die ganze Stadt... Was ist denn noch passiert? Kannst du mal alle anderen Leute auch abholen? Ihr tut so, als wenn das jetzt von so weltgeschichtlicher Relevanz wäre, dass jeder schon in den Tageszeitungen darüber gelesen hätte, holt uns doch mal ab, worum ging's bei diesem Morgen? Es ist natürlich weltgeschichtlich relevant. Und zwar hat es angefangen mit einem Stream, den wir bei GameStar gemacht haben zu Gilde 3, wo es einen Glaubenskonflikt gab, sagen wir mal. Es gab den protestantischen Ketzerprediger Julius Busch und den aufrechten Priester des Herrn Maurice Weber, der den wahren Katholizismus verbreitet hat. Und ich hab das halt viel besser gemacht als Julius. Ich hatte vier Predigerhütten, er hatte eine, das ganze Dorf war katholisch am Ende der Runde und alles war gut und der Herrgott lächelte auf mich herab und plötzlich kommt Julius an und murkst mich und meinen Sohn ab. Das ist ja unfassbar. Und quasi die Stimme des Herrn verstummte. Und jeder wird nun zustimmen, dass bei uns... Stimme des Herrn verstummte, wie dramatisch das klingt. Oh mein Gott. Ja, ja, und jeder, der wird doch jetzt zustimmen. ...von einer Beförderung gegönnt zum Märtyrer-Tor. Ja, genau, genau, ein Märtyrer war ich. Und es wird doch jetzt jeder zustimmen. Also was, 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 was denn jetzt? Ein Volvo oder, oder ein VW oder was war das denn? Ein Märtyrer. Nils, wer hat den eigentlich eingeladen? Ja, ich weiß schon, für die, für die Gags hab ich Nils eingeladen. Oh mein Gott. Ich liebe alles daran. Die perfekte Mischung heute Abend, hab ich mir gedacht. Gut. Und, 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 dann wird doch jetzt aber jeder zustimmen, dass ich absolut im Recht war, jetzt bei unserer zweiten Gilderunde neulich, Julius erst vor dem Stadtrat zu denunzieren und ihn dann abstechen zu lassen. Das war ja ein Akt der Gerechtigkeit. Man muss ja auch sagen, er hat dich ja auch am Anfang ja verprügelt als Prediger, tatsächlich ohne jeden. Also ein paar Gründe hattest du schon. Richtig. Man hätte ihn natürlich auch vor Gericht stellen können, aber Mord ist natürlich auch noch so. Man wägt so ab, Mord, Gericht. Und dann gewinnt halt meistens aus Sicht von Maurice der Mord, oder? Also es ist halt die bessere Gerechtigkeit. Ich hab halt, ich hab halt, habt ihr Vertrauen in Bürokratie? Ich nicht. Ich hab die Sache halt selbst in die Hand genommen. Ja, vor allem im bestechlichen Mittelalter ne gute Frage. Macht das mit Kindern, macht er das auch. Also das nimmt er auch selbst in die Hand. Er geht mit ihnen spazieren und dann kommt er mit weniger wieder nach Hause. Das wird ja immer schlimmer. Ich mein, es ist besser, er kommt mit weniger Kindern nach Hause als mit mehr nach Hause. Ist uns besser? Das ist die Frage. Mord weiß es nicht. Du, Pia, hast einen Sohn nach mir benannt und ihn aus dem Fenster geworfen. So haben wir uns kennengelernt. Also erstmal ist er gefallen. Ich hab ihn nicht geworfen. Wo bin ich hier hingekommen? Wir sind um Kindsmörder irgendwie unterwegs. Das ist ja unglaublich. Das gibt's euch auch in friedlich. Die Runde hat nicht mal angefangen. Ich wusste es richtig. Das ist ja ungeheuerlich. Ich steh für den Frieden. Ich dachte so. Ja, außer es geht um Hamster, dann nicht. Um auch selber mal ein Wort des Friedens zu sprechen, liebe Kinder, lass uns mal alle den Gaius Julius Cäsar lobpreisen, der dieses fantastische Event organisiert hat. Lobpreisen, Gaius Cäsar. Entschuldigung. Das ist mit dem Namen einfach so gut. Nee, aber wirklich, vielen lieben Dank für die Einladung. Ja, danke schön. Werden hinterher? Werden wir aben. Man muss dir tatsächlich Respekt zollen, dass man kann sich ja nennen, wie man will, auf Twitch. Und manche sind dann so, ja, ich glaube, ich nenne mich Maurice Weber, weil ich heiße ja Maurice Weber. Also einfach so, im kompletten Mangel jeder Vorstellungskraft. Und andere sagen, ich könnte ja auch fucking Gaius Julius Cäsar sein. Wer soll mich aufhalten? Wenn schon, dann schon. Wobei da ja schon inkludiert ist, dass er von jemandem abgestochen wird. Und das ist für dich ja auch wieder im Prinzip passend dann. Da schließt sich der Kreis dann sehr gut, ja. Das stimmt, das ist durchaus korrekt. So, nur damit ich jetzt keine Scheiße baue. Ähm, haben wir uns auf eine Religion geeinigt oder haben wir unterschiedliche Religionen? Ich würde sagen unterschiedlich. Also ich, äh, wir haben nichts festgelegt auf jeden Fall. Okay, wir haben, also ihr habt es nicht übersehen. Sehr schön. Ja. Und ich bin auch die Heilgut, ne? Genau, kannst gerne heilerer sein. Ja, ja, ich heiße auch tatsächlich Pia heilt gut. Ja, perfekt. Damit man das auch auf jeden Fall mitverkommt. Ich bin der höchst vertrauenswürdige Gastwirt, Alfonso Betrügerson. Ja, wir kommen tatsächlich auch gleich nochmal zur Vorstellung. Okay, dann schweige ich noch. Dann könnt ihr auch eure Charaktere und Beruf nennen. Coppelius, wie sieht es denn bei dir technisch aus? Äh, ja, ich habe das Spiel gerade neu installiert. Mal schauen, ich starte es gerade. Ganz komisch. Ja gut. Ganz, ganz komisch. Also am Montag hat alles wunderbar funktioniert. Das stimmt. Ja, jetzt auf einmal wandert der Cursor immer auf den oberen Bildschirmrand. Ganz merkwürdig. Ja, und das ist noch immer. Jetzt habe ich es sogar schon neu installiert. Ja, Leute, das schaut nicht gut aus. Nutzt ihr eine Bildschirmaufnahme? Ich nehme die Spielaufnahme. Okay, Fensteraufnahme. Vollbild würde ich dir empfehlen. Vollbildfenster. Okay, okay. Weil mit der Bildschirm, kompletten Bildschirmaufnahme geht natürlich immer, aber Fenstermodus macht glaube ich Probleme und der normale Vollbildmodus macht auch Probleme oft. Jetzt, also ihr zeichnet es quasi lokal als Videofile auf sozusagen oder was? Nein, ich glaube, dass das nicht an sich. Dann haben wir es hier gelöst. Gut, das Problem ist, es ist selbst mit OBS das gleiche Problem. Ja, ähm, wie zieht das denn hoch? Im In-Game, oder? Im In-Game, ja. In-Game zieht die Maus hoch. Mhm. Bist du dir sicher, dass du nicht gerade, ich weiß, das klingt mega dumm, aber dass du nicht gerade irgendwie auf deiner Tastatur vielleicht irgendwie Druck ausübst oder vielleicht ein H oder sowas hast, was irgendwas triggert? Leider nein. Was könnte das noch sein? Chat. Hast du irgendwas angeschlossen, was sonst nicht angeschlossen ist? Es wird hier bei mir im Chat noch geschrieben, irgendwie ein Controller oder so, irgendwas, was stören könnte. Das ging ja Montag noch bei dir, ne? Ja, Montag hat bei ihm auch alles... Ja, aber, also, das ist halt, also, das kann auch echt einfach Windhoff sein, dass quasi, dass ein Unterschied macht, ob er den Controller oder die Maus zuerst erkennt. Wow, Strategiehamster, vielen Dank für den Tipp im Chat. Sehr gut. Danke schön. Wow, sehr gut. Bin ich jetzt aber froh. Ja, ich auch. Ich auch, ich auch. Danke, danke, danke. Ausgezeichnet. Dann steht ja jetzt halt nichts mehr einer wunderschönen Runde und einem schönen Abend im Weg. Ich verschrei das nicht. Ich bin positiver Dinge und bleib es bis zum Ende. Egal, was passiert. Sehr schön. Genau, das Neupasswort habe ich dann auch bei Gilding. Prost. Bin schon dabei, bin schon dabei. Sorry für die Verzögerung. Kein Problem. Kein Problem. Genau, dann lad doch du schon mal rein. Dann würde ich jetzt einfach mal so ein bisschen die Einleitung einmal machen, dass wir dann da auch mal offiziell loslegen können. Ja, deswegen erst mal herzlich willkommen zu Game of Gilds. Wir schreiben das Jahr 1400. Sieben Frauen und Männer haben es durch harte Arbeit hinter die Stadttore Kölns geschafft und das Bürgerrecht erworben. Alle möchten sich hier für sich und ihre Nachfahren eine Zukunft aufbauen. Aber wen haben wir denn eigentlich heute alles mit dabei? Ich werde euch unsere Teilnehmerinnen und Teilnehmer kurz vorstellen und sie werden euch von ihrem Charakter und ihrem Beruf berichten. Zunächst darf natürlich jemand nicht fehlen, der uns geschichtlich akkurat sagen kann, was wir alles falsch machen. Ein Historiker, der gerne seine Zeit damit verbringt, besonders einzigartig aussehende Menschen in Crusader Kings 3 zu erschaffen. Willkommen, Coppelius. Und bitte nicht vergessen, technische Probleme in einen Scream mit Highline zu ziehen. Ja, schönen guten Abend. Danke für die Einladung. Inwiefern ich da historische Anekdoten und so weiter einbringe, das werden wir noch sehen. Aber ich werde mich bemühen natürlich. Und ja, ich spiele heute einen ganz besonderen Charakter mit einem sehr tollen Namen, der leider nicht von mir stammt, sondern von jemandem anderen gefunden wurde. Aber ich bin irrsinnig dankbar dafür. Wir spielen David Baggetta. Wir sind Bäcker. Und ich garantiere an dieser Stelle, dass unser Brot sägespänenfrei ist. Ganz sicher sogar. Auch wenn man das früher gerne gemacht hat. Ich garantiere, dass keine Sägespäne in unseren Brotleiben drin sein wird. Oder vielleicht doch. Das werden wir sehen. Wunderbar. Wunderbar. Dann machen wir mal weiter mit einer Person, die vermutlich Manipulieren auf 100 skillen würde, wenn es das Talent hier in diesem Spiel gäbe. Ein Mann, der sich mit dem Wachstum von Bohnen bestens auskennt. Willkommen, Nils Bohmhoff. Vielen Dank. Es ist jetzt an der Zeit zu erzählen, wie ich spiele. Richtig. Ah, okay. Ich spiele Wilfried Lichtstehlen. Und Wilfried Lichtstehlen ist ein Dieb. Und er kommt aber aus gutem Hause. Er stehlt die Herzen der Jungfrauen genauso wie das Gold der Patrizia. Und ich freue mich auf eine atemberaubende Partie mit euch. Sehr schön. Dann machen wir weiter mit einem Mann, der in einer solchen Runde natürlich nicht fehlen darf, wenn es um Intrigen, Verrat, Sabotage und Machtstreben geht. Jemand, der sich auch nicht zu schade ist, mit einem Prediger einen seiner Rivalen zu ermorden. Wir hatten es schon heute darüber. Willkommen, Maurice Weber. Ich weiß überhaupt nicht, was du da redest. Alfonso Betrügersson ist der ehrbarste aller Gastwirte. Er hat nur die fairesten Preise für exzellente Speisen in seinem Gasthaus. Ihr seid alle stets willkommen, für einen kleinen Obolus Leib und Seele zu laben, wenn ihr von einer harten Diebtour oder einem harten Tag von Sägemehlbrot backen oder sowas zurückkommt. Dann seid ihr stets im Hause Betrügersson willkommen, überhaupt nicht über den Tisch gezogen zu werden oder ähnliches. Hört, hört. Wunderbar. Bevor wir mit der nächsten Person weitermachen, kleiner Hinweis. Ihr könnt alle unten rechts nochmal auf Spiel beitreten oder Spielen klicken. Dann ladet ihr erst nochmal rein in die Lobby. Vorher kann ich auch nicht auf Spielen klicken. Nur als Hinweis nebenbei, weil das glaube ich noch nicht alle gemacht haben. Genau. Und wir machen weiter folgendermaßen. Folgendermaßen. Denn nach so viel gefährlicher Bürgerschaft brauchen wir endlich auch mal jemanden, der uns alle beschützen kann. Wieso also nicht die Frau, die bestens weiß, wie in der mittelalterlichen Parallelwelt von Mittelerde gekämpft wird und große Schlachten siegreich entschieden werden. Willkommen, Mara. Ja, dankeschön. Ich werde einen Landsknecht spielen, also eine weibliche Söldnerin. Ich werde euch beschützen gegen Geld natürlich auch. Also man muss ja von irgendwas leben. Und ich habe mir den Namen ausgesucht. Mit Vornamen heiße ich Anna. Der Zweitname wird mit K abgekürzt. Und der Nachname ist Serne. Sodass, wenn Leute fragen, wie heißt du und wo kann ich dich treffen, kann ich das im gleichen Atemzug beantworten mit an der Kaserne. Oh, sehr schön. Sehr schön. Weiter geht es mit der Person, die immer ihr Ohr am Puls der Zeit hat. Jedenfalls, wenn es um neue Computerspiele geht. Er hat vermutlich alle versteckten Tricks zu Gilde 3 von den Entwicklern erfahren und ist jetzt bereit, uns dadurch abzuziehen. Willkommen, Writing Bull. Ja, vielen Dank für diese bombastische Einleitung. Ist natürlich maßlos übertrieben. Ich stimme aber nicht genauso wie ihr auch durch das Spiel hindurch. Aber meine Dynastie hier im Spiel, das sind die Furchte Gotts. Wir sind als Stadtprediger unterwegs. Der erste Priester, der hier eine ganze Menge im katholischen Köln an katholischen Kindern in die Welt setzen wird. Das ist Herr Gott, liebe Gott, liebe Furchte Gott. Und wir setzen natürlich darauf, dass der Begriff Furchte Gott euch eines signalisiert. Hände weg, Hände weg von unserer Dynastie. Der Erste, der einen von uns meuchelt, mordert, überfällt, ausraubt und was anderes macht, dem verspreche ich nichts anderes als das ewige, fähige Feuer. Und unmittelbar danach, als Auflage nach hinten rein, den Sprung hinab in die Hölle. Also passt gut auf. Ihr legt euch nicht mit mir an, ihr legt euch mit himmlischen Herrscharen hier an. Diese präventive Adversion kommt, das kann ich gar nicht nachvollziehen. Verstehe ich nicht, ne? Ich würde dir nur ein deftiges Mal servieren, mehr nicht. Da müssen wir uns absolut vorsehen. Und ja, jetzt... Ein Mal für den Preis von zwei, ne? Wie war das? Aber jetzt sei nur mal ehrlich, die Prediger in Köln, ich glaube, die können sich das schon leisten. Also, das, äh, so viele Ablassbriefe, also, das, 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 da kann man doch mal ein bisschen, ne? Also, es bleibt ja in, in der Welt, das Geld. Ich kann ja auch gerne ein Mal servieren, ein Keinsmal, wenn du das möchtest. Sehr gut, das geht schon sehr gut los. Ähm, zu guter Letzt wollte ich noch zu, äh, der Frau kommen, die vermutlich mittlerweile mehr Titel trägt als Daenerys Targaryen. Sie kann uns wirklich überall Unterhaltung präsentieren, ob bei Sport-Events, Pen-and-Paper-Strategie spielen oder einfach mal Talks zu wirklich wichtigen Dingen. Die erste ihres Namens, Schildmaid der Gerechtigkeit, Brutmutter ihres Volkes. Willkommen, Shoyoka. Woher kommt das Gerechtigkeit in meinem Namen? Ich bin verwirrt. Ja, äh, wir haben viele Namen gesammelt. Sehr, sehr viele Namen in sehr vielen unterschiedlichen Spielen. Die meisten sind nicht so positiv, die meisten sind eher merkwürdig. Aber danke auf jeden Fall für diese ausgewählte Wahl. Ähm, das sagt natürlich alles über meinen Charakter von heute aus. Ähm, ich bin Trudi, heilt gut. Und, äh, wie der Name schon sagt, heile ich. Ich werde euch, ähm, mit Salben der besten Qualität, äh, heilen und retten. Ich, ich, wenn du Läuse hast, komm zu mir. Wenn was juckt und du fragst dich, warum es juckt, komm zu mir. Aber wasch dich bitte davor. Wenn du das Bedürfnis hast, irgendwie geldlos zu werden, komm zu mir. Wenn deine Liebste dich nicht liebt, dann habe ich einen Trank, der wahrscheinlich nicht dafür sorgt, dass sie dich liebt. Aber man kann's ja mal probieren. Komm zu mir, wir lösen alle Probleme. Ähm, und das wird meine Aufgabe für heute werden. Ich freu mich. Sehr gut, sehr gut. Bei mir im Chat wird direkt geschrieben, Ah, Pia spielt die Dorfhexe. Hey! Nein, 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 nein. Die Dorfheilerin. Ich habe, ich verkaufe Lösungen für Probleme, die ich schaffe. Fürchte Gott, was sagst du zu diesem Kräuterweib? Ähm, glaubst du, die ist im Namen des Herren unterwegs? Nein. Was hältst du von heilt, wenn es eilt? Darüber wird noch zu diskutieren sein. Äh, Writing Bull und Mara, seid ihr unten rechts schon auf reinladen gegangen oder spielen? Also ich bin schon in der Lobby drin, also ich habe meinen Charakter auch schon erstellt innerhalb. Genau, du musst dann nochmal unten rechts normalerweise nochmal draufladen. Auf Spielen klicken? Ich bekomme gerade den Tipp mehr, Käsetoast zu essen. Ah, alles klar. Auf Spielen klicken, ja, sehr gut. Perfekt, äh, und dann machen wir noch zuletzt weiter. Bevor wir jetzt rein starten, stelle ich mich vielleicht auch nochmal ganz kurz vor, Gaius Julius Cäsar. Früher Feldherr und Politiker, dann habe ich mich nach einer kleinen Dolch, nach einem kleinen Dolch-Skandal im Senat erstmal für 2000 Jahre zurückgezogen, man hat vielleicht davon gehört, um aktuell wieder einen Feldzug zu alter Größe auf YouTube und Twitch zu starten. Ich spiele heute Konrad Kämmerer, der Mann, der sich bestens mit der Holzverarbeitung auskennt und den großen Mangel an Haarpflege in Köln bemerkt hat. Um dieses Problem zu beseitigen, wird die Tischlerei Kamm-Kämmerer errichtet, um ganz Köln mit Kämmen zu versorgen. Sehr schön. Und jetzt würde ich sagen, mögen die Spiele beginnen. Können wir einmal eine Sekunde einfach appreciaten, wie einfach jede einzelne Person unabhängig voneinander hier Wortwitze als Namen gewählt hat in irgendeiner Form? Und lieber Chad, das war nicht abgesprochen, zumindest von meiner Seite aus. Nicht. Ich habe ihn nun zum Server verloren. Ich eben war's. Ja, aber war schön mit euch. Ihr müsst leider weiter spielen. Ja, das war's dann wohl für heute, aber war ja eine gute Runde. Hat viel Spaß gemacht. Danke euch eigentlich. Ich kann sich Pia doch noch um den Rohrbruch kümmern. Ich lass das einfach tropfen. Richtig, das ist mir nicht die gleiche. Ist das die gleiche Hingabe, mit der du unsere Verletzungen heilen wirst? Ich lass es einfach tropfen. Ja. Gaios, ist dein Plan wirklich, mir Kämme zu verkaufen? Ich wusste, dass genau die Frage von dir kommt. Also das wird die größte Herausforderung sein, aber wenn ich das als Kaufmann schaffe, dann habe ich es wirklich in Köln geschafft, würde ich sagen, oder? Das stimmt. Ja, ich weiß nicht, ob ich das so gut finde, ne? Wo kreuzen sie an, wo kreuzen sie an, wie wohl haben sie sich auf diesem Haupttal gefühlt? Es ist eine Krankheit, ich kann nicht aufhören. Wenn ich irgendwas finde, dann kann ich nicht aufhören, darüber zu lesen. Über alles. WB, du bist noch drin, richtig? Weil dich sehe ich noch in der Lobby. Ich soll ins Hauptmenü auch wechseln jetzt, oder? Achso, okay, weil du wirst mir hier noch angezeigt als Spieler. Also ich habe einen Augenblick einen Bildschirm, wo Lobby steht und mein Name steht auch da. Ich kann rausgehen ins Hauptmenü, aber ich kann nicht auf Spielen klicken oder ähnliches. Ja, aber siehst du die restlichen Namen, dann bist du richtig. Siehst du hier, ich habe hier, ich habe hier, Stuyoka und so weiter? Ja, also ich sehe alle Namen, Gaios, WB, Lius und so weiter. Dann bist du vollkommen richtig, dann musst du jetzt warten. Mara muss jetzt nur noch mal reinladen, dann können wir starten. Ich kann nur als Host auf Spielen klicken, sozusagen. Ich glaube übrigens, das mit den Kämmen und den Geschäftsmodellen wird gar nicht so sehr kollidieren, weil die Kämmen können ja einfach alle an Pia verkauft werden, die wahrscheinlich, glaube ich, sowieso ungefähr so viel Haar hat, wie die gesamte Herrentruppe hier zusammen. Das heißt, und du bist ja die eine, die sich auch nicht selbst teilen muss. Und die Läuse kommt von mir. Das hast du jetzt. Warum würden wir eigentlich alles, was... Ich habe dir gerade ein Kompliment für deine fabelhafte Haarpracht gemacht und du kommst direkt an, wirst du damit sagen, ich habe ganz viele Läuse... Was ist denn das? Ich bin einfach so nett und le... Alfonso, Betrügersmann wird immer missverstanden, sage ich euch. Ich verstehe überhaupt nicht, warum. Bei mir hat es jetzt auch geklappt, bin jetzt auch eingeladen. Sehr schön. Ja, perfekt. Es solltet jetzt auch alle im Spiel drin sein und es sollte laufen, richtig? Ja. Ich finde es toll, dass mein Haus direkt nüchtern war gestern heißt. Das Haus des Gastwurz. Das... Wie Geld haben wir denn? 3000 Mark. Ich kann es umbenennen, ne? Ich darf mein Haus umbenennen. Kann ich mein Haus umbenennen? Ich glaube, dass es nicht geht. Ich glaube nicht. Dann muss ich mein neues Haus beholen. Das hilft nichts. Ich finde es nett, dass das Spiel mich als Österreicher erkennt, weil mein Haus heißt Auf der Hütten. Sehr gut. Cool. Schön, der ist großartig. Und ich darf auch schon mitteilen, dass es feinstes Gepäck demnächst geben wird. Und zwar in der neuen Bäckerei, die demnächst aufmacht mit dem Namen Zur Brotlosen Kunst. Sehr schön. Hört, hört. Schönen Wortwitze hier. Jetzt habe ich extra letzte Woche geübt, wie dieses Spiel geht. Und mein Gehirn hat gefühlt einfach wieder alles vergessen, was ich gelernt habe. Achtet, was für dich zu Beginn. Der beste Tipp. Ja. Ein Waschlappen und zwei Blumensträusel. In meinem einen Run, den ich gespielt habe, gab es einfach kein einziges Ding, das Stofffetzen verkauft hätte. Das heißt, es gab einfach in der ganzen Stadt keine Waschlappen. Ja, aber so ist das. Das ist aber auch für die... Ich habe ein Badehaus eröffnet und ich wurde reich. Ja, okay. Sehr interessant. Nils, hast du einen Diebesunterschluss für Liebe Diebe? Ja. Wieso? Okay, direkt gegenüber. Was? Ah, warte, wollen wir Freunde sein? Ja. Ja. Die Stadtwache und der Diebe wollen Freunde sein, wirklich? Das ist, äh, gehört? Ja, warum denn nicht? Wir können ja vielleicht hier und da was machen. Sagen wir so, wenn der Thaler stimmt. Ja, du kannst doch mal einfach, einfach mal weggucken, oder? Also, ja. Einmal weggucken kostet auch, aber das geht natürlich. Was, was kostet einmal weggucken? Einen freundlichen Händedruck erstmal und dann wird's teurer. Oh Gott, ich habe überall fliegen. Wer will mich denn, wer will mich denn heiraten? Ich nicht. Das geht nicht. Wir dürfen nicht. Ich würde gerne, aber es geht nicht. Können wir untereinander heiraten? Das wusste ich gar nicht. Ja, das geht, aber da würde ich drauf auf, äh, würde ich aufpassen. Das hat direkt eine Art Ruhe. Ich bin jetzt so nicht getestet, wie das dann abläuft, ob man dann die Dynastie dadurch zu einem Ende bringt, zu einem Jehen. Das kann sein. Ich glaube, derjenige, der verheiratet, er hat die Frage, wer wird mit wem dann verheiratet? Ja. Letztlich lassen sich alle bei mir vom Altar, deshalb würde ich sagen, letztlich kommen alle in den Schuhs vom Mutterkirche. Ich glaube tatsächlich, dass es meiner Schenke durchaus gut tun wird, dass die Söldner und die Diebe gar nicht so weit weg sind, weil ich glaube, beide trinken sie gerne mal. Das ist wahrscheinlich eine Auslegungssache, weil wer weiß, was die in ihrem Suf alles anrichten dann bei dir. Also vielleicht musst du mehr reparieren, als was du an Einnahmen erzielst. Ernsthaft? Ich werde schon verprügelt? Das fängt sehr gut an. Nein, wer wagt es? Ich wollte gerade meiner Sibylle einen Heiratsantrag machen, dann kommt Bruno Hullinger und schlägert mich, während der Ludwig als Stadtwache einfach nebenbei vorbeiläuft. Das kann nicht wahr sein. Die Stadtwache, die muss ersetzt werden, glaube ich, nicht immer neu ist, der sich hier ansiedelt. Ich werde hier wirklich niedergeschlagen. Und jetzt ist noch ein zweiter da, ein Scherge, und ich bin mir aber nicht sicher, ob der mich oder ihn schlägt. Ich glaube, er hat mir geholfen. Nee, er schlägt mich auch. Die schlagen jetzt beide auf mich ein. Was ist das? Was ist das denn los bei dir? Ich bin niedergeschlagen. Das ist ein wunderbarer Start. Du bist Konrad Kemmerer. Ich bin Konrad Kemmerer, ja. Ich liege jetzt auf der Straße, vor meinem Haus übrigens auch. Ich habe das aus dem Fenster beobachtet und habe herzlich gelacht dabei. Wow. Hast du dir geholfen? Ich war gerade dabei, einen Blumenstrauß herzustellen. Sorry. Das ist Priorität. Ich wollte gerade in dem Moment meinen Heiratsantrag bei Sibylle machen. Ich habe mein Herz verloren. So schnell schon? Heiratsantrag? Ja, durchaus. Ich habe mein Herz verloren. Was soll ich machen? Und dann wurde ich einfach zusammengeschlagen. Ich habe das Gefühl, jemand anderes möchte meine wunderbare Sibylle heiraten und hat mir zwei Schläger geschickt tatsächlich. Aber wie kannst du jetzt schon einen Heiratsantrag machen? Ich bin ein charismatischer Typ. Ich wurde bislang nur abgeregt. Ach, die meine Güte. Ja, ich auch. Hat jemand die Alisa eventuell als Ziel ausgewählt? Werter Herr. Ich stalke auch schon eine Frau. Leonie, schnapp weg. Ist was? Ich nehme hier nicht die Sibylle weg. Das wäre mir sehr wichtig, diese Sibylle. Bis ich wieder aufwache. Bis du wieder aufwachst, hat sie wahrscheinlich schon drei Kinder bekommen. Das hoffe ich nicht. Das hoffe ich nicht. Wir haben übrigens noch als kleiner Hinweis auch noch hier zwei andere Sprachkanäle. Falls es mal geheime Absprachen zwischen zwei oder mehreren von uns geben sollte, kann man natürlich hier jederzeit auch mal ins Heimkämmerchen gehen, ins Wurzhaus oder ins Rathaus hier sich irgendwie treffen. Ist natürlich möglich. Ich bin der Meister. Ich möchte an dieser Stelle ganz kurz verkünden, hört, hört, dass das beste Medizinhaus der Stadt und auch, soweit ich weiß, das einzige eröffnet wurde. Es heißt Rank und Krank und ihr findet es im Zentrum beim Dom, da wo die wichtigen Dinge stehen. Ich eile. Ich bin sofort bei dir. Ich finde, ihr solltet alle in die Schenke zum tänzelten Pony kommen und euch tanzen. Oh, das ist ein guter Name. Ui. Ich kenne halt meine Zielgruppe. Ich habe mir sagen lassen, hier sind ein paar Herr der Ringe Nerds. Also, das ist halt, ist das schon etwas, wo man... Das ist schon Cheaten auch. Das ist schon Cheaten, würde ich auch sagen, ja. Das ist schon Manipulation auf hohem Niveau. Ja, aber... Aber... Was erwartet ihr von Alfonso Betrüger-Sohn, ne? Ey, du hast vorhin jetzt noch gemeint, dass das eine sehr ehrenvolle Person ist, überhaupt nichts Hinterlistiges und so weiter. Und dann sagst du, was erwartet ihr euch von ihm? Also, so positiv kann er da nicht auffallen. Was soll das denn jetzt wieder heißen? Kulibert, redet doch mit mir. Ich erinnere mich da nur an gewisse Geschichten zurück. Damals, sonst bei Jungen. Achso, schon. Ich darf mir auch freudig verkünden, dass ich nun mit Sibylle verheiratet bin. Oh, das ging ja schnell. Nachdem ich sogar zusammengeschlagen wurde, feige von den Leuten, die unsere Liebe auseinanderbringen wollten, die nicht wollten, dass zwei Verliebte zueinander finden. Aber die Liebe ist stärker als die Schläge. Glückwunsch. Ich kann vermelden, dass ich auch meine Vermehlung in Auftrag gegeben habe. In Auftrag. Lässt du jemand anders an deiner Stelle heiraten, oder? Das klingt so, als hattest du jemand, der das für dich erledigt. Nein, meine künftige Gattin, die wird ja für mich arbeiten. Deswegen habe ich dir direkt den Auftrag gegeben, sich um die Eheschließung auch zu kümmern. Du wirst mit sehr sympathisch wirkende Formulierungen. Respekt. Vielen Dank. Das ist mir wichtig. In meiner Branche ist Ansehen alles. Du hast hier ein beachtliches Ansehen gerade. Ein sehr, sehr spezielles Ansehen schon geholt. Glückwunsch. Ja, ich bin gerade abgeblitzt. Ich weiß auch nicht. Da kommt so ein dicker Herr mit roter Kutte und quatscht irgendwie eine junge Frau an auf der Straße, sagt, ich bin katholischer Priester, ich will dich heiraten. Und irgendwie will die da nicht. Ich verstehe gar nicht, warum. Die Frauen sind so anspruchsvoll teilweise. Deswegen habe ich den leichteren Weg genommen. Ich habe mir einen Mann gesucht, der einfach ein Pferd hat, denn ich will lieber ein Pferd mit Mann als ein Mann mit Pferd. Ach so, warte, Moment. Hast du den Pferd jetzt ausgesucht oder den Mann? Das habe ich nicht ganz kapiert. Das ist ja absolut oberhambulst. Beides. Wird erledigt. Ich weiß nicht, ob es jetzt angemessen ist, auf gewisse jüngste Vorfälle mit Pferden noch zu sprechen. zu kommen? Hey, nein, 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 nein. Nein. Nein, okay. Darum geht es gerade nicht. Es geht nicht darum, okay. Also mein Chat hat gesagt, es ist ein richtiger Hengst. Ach so. Und dann muss dein Chat, also dein Chat weiß das sicher. Ich darf an dieser Stelle auch verkünden, dass David Baguetta und seine Alisa nun auch demnächst heiraten werden, um mindestens 13 Kinder zu bekommen. Ja, mindestens. Ich vermeldet, dass sich Wilfried Lichtstehlen und seine angetraute Leonie Lichtstehlen bereits in die Keminate zur Kinderproduktion begeben haben und ich ihn auch in kürzer Nachwuchs mir erhoffe. Auf dem Wege bin ich auch. Ich muss was ganz Peinliches berichten. Mein Prediger hat es tatsächlich geschafft, seine Angebetete in der Kirche zu stalken, sie dort zu verfolgen und anzulabern, während sie dort sitzt und ihren Antrag zu machen und sie mit Küsschen zu überhäufen und so. Es ist alles mega peinlich. Mega peinlich. Hat sich angenommen diese Frage oder läuft das gut? Nee, noch nicht. Also noch turtelt er mit ihr, steht rum zwischen den Bänken der Kirche und um Garn. Sie will eigentlich lieber beten, er will aber stattdessen um sie herumscharwenzeln. Es ist mega peinlich. Ah, verstehe. Und es klappt. Ich bin immer abgeblitzt. In dem Augenblick, wo ich meinen Stalking-Opfer wirklich in der Kirche gestellt habe, vielleicht habe ich dann höheren Karusler mehr wert als Prediger in der Kirche. Und sie kann auch nicht wegrennen, weil sie versuchte immer wieder zu beten. Das ist eine sehr gute Taktik, muss ich sagen. Ja, es klingt eindeutig, also du weißt, die Frauen offensichtlich zu nehmen. Danke sehr. Das kann nicht schief gehen. Richtig, richtig. Um es bei dir gelegen, nur mal zu sagen, ich bin so froh, so froh, dass meine Mama meine Streams nicht guckt. Sie würde sonst sagen, kleine Daniel, wieso haben wir dich damals aber nicht erzogen? Ich habe meine Waschlappen zu Hause vergessen und ich meine nicht mein zukünftigen. Oh nein. Hast du deine Zukunft jetzt als Waschlappen bezeichnet? Nein. Weißt du, Writing Ball, du hast dich gerade so empört, dass ich meine Hochzeit in die fegen Hände meiner zukünftigen Frau gelegt habe. Das ist für dich Grund der Empörung gewesen. Aber dass Pia ihren Mann als Waschlappen öffentlich ist was. Bezeichnet. Ich bin ja nicht mein Mann. Es ist der Mann, der mein zukünftiges Pferd reitet. Stufe auf. Wir verlieren uns in den unterforschen Andeutungen. Ich weiß gar nicht, was ich gerade noch sagen soll, Pia. Du hast mich bei Pferd verloren. Ja. Ja, Liebster. Wird erledigt. Was soll ich tun? Das ist nicht furchtbar. Das ist eine Tragik. Geht es jetzt um Personen mit einer Pferdemaske aufgesetzt oder geht es um ein echtes Pferd? Alter, es geht um ein Pferd. Was ist mit euch? Warum seid ihr alle so pervers? Es geht um ein Pferd. Eins, das aussieht in den Sticken. Wir sind jetzt pervers, oder was? Auf jeden Fall. Alles. Ich habe hier keine bösen Absichten. Ich habe gesehen, er hat ein wunderschönes Pferd. Ich habe meinen Waschlappen gemacht. Also, jetzt wasche ich mich. Kann nichts mehr schief gehen. Übrigens, wer die UI ausstellen möchte und das noch nicht wusste, mit Alt und H ist das möglich. Das heißt, dann seht ihr sozusagen nur die reine schöne Grafik des Spiels. Wenn ihr mal gerade irgendwie nichts zu tun habt und einfach nur eure Personen beim Laufen beobachtet, das ist sehr angenehm, finde ich. Was sollen wir da drücken? Ich bin nichts mit Alt und H. Alt und H. Ich kann übrigens nur jenem empfehlen, seine Angebeteten oder seine Angebeteten in der Kirche anzumachen, weil der Weg zum Altar ist der kürzes Denkmal. Beim Erfolgsfall stelle ich gerade fest. Das ist praktisch, das stimmt. Das brauchen wir ein wahrer Mann Gottes. Ich habe einfach auf der Straße geheiratet. Ich auch. Das geht ja gar nicht. Das ist ja geschäftsschädigend. Das ist richtig. Die armen Priester werden doch alle armen, wenn alle auf der Straße einfach so heiraten. Gott ist überall. Gott ist unter jedem Stein. Gott ist auf jedem Blatt. Gott ist überall zu finden. Und die Liebe auch. Und wenn das beides reichlich vorhanden ist, warum muss man dann in die Kirche gehen? Ja. Big God is watching you. Überall. Bei mir ist tatsächlich leider, ich scheitere gerade in der Kunst, meine Angebetete von meinen Qualitäten zu überzeugen. Ach. Vielleicht hätte doch irgendwie mein Vater, die Familie mal irgendwie umbenennen sollen, als wir uns hier ins Bürgerbuch eintrugen und das Betrüger-Sonnen irgendwie rausnehmen sollen. Ich muss mal ganz kurz eine Sekündchen abkriechen, ich glaube, ich habe meine Krippe beleudet. Ihr wünscht mich nicht. Und während man da hier über die Nachnamen lamentiert, darf ich schon verkünden, dass das Haus Baguetta auch schon Nachwuchs erwartet. Ach nein, so schnell. Glückwunsch. 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 Wir sind zuerst. Nicht wundern wegen der Post. Ein Bub oder ein Mädchen oder irgendwas anderes. Werden wir es sehen. Es ist erst im Entstehen, aber der erste Schritt wurde schon getan. Oder eventuell ein kleines Pony. Auch möglich. Das wäre im Betrieb sicherlich hilfreich für den Transport, oder? Definitiv, ja. Ja, meine Frau erwartet auch schon Nachwuchs. Man kennt aus dem Mittelalter die Pferde, der Pferdenachwuchs. Natürlich. Die eigenen Hause, natürlich. Ich habe auch meinen guten Konrad Kämmeram ein bisschen auf eine Landreise geschickt bis nach Urbach, um dort das billigste Eichenholz einzukaufen. Um die schönsten Kämme aus dem besten Holz machen zu können. Er kommt jetzt zurück und er läuft halt noch ohne Pferde und ohne Karren. Er hat jetzt irgendwie, ich glaube, 40 Tonnen Eichenholz irgendwie in seine Taschen geladen. Ich freue mich schon sehr auf das erste Verkaufsgespräch, wenn du mal einen anderen willst, einen Kamm. Irgendwann ist die Familie Furchtegott ist, um mal alle Vorurteile gegenüber der katholischen Kirche ins Nichts zu verdammen, sehr fortschrittlich. Ich habe eben Schietool benutzt, wir haben gewürfelt und Gottliebe wird, weil wir nicht Alexander. Ernsthaft. Wir haben den Heiligen Geist entscheiden lassen, wer die Gnade erfährt, das Kind selber in die Welt zu setzen. Das ist schön. Ich für meinen Teil kann mir gerade keinerlei Hochzeit leisten. Ich habe nicht den Einfluss für eine Hochzeit auf der Straße und habe das Geld verhängt. Hä? Warum das denn? Was hast du gedacht? Echt? Was hast du getan? Möglicherweise habe ich mich für ein Amt beworben. Mein Einfluss dort ausgeballert. Liebe oder Politik? Karriere statt Kind. Ja, Karriere statt Kind. Richtig, richtig. Du hast dich für die Karriere entschieden und nicht für die Familie. Mal schauen, ob du das noch recht hast. Das heißt, wenn dich irgendein Dieb oder so aus Versehen auf der Straße abmurkst, dann ist deine Dynastie am Ende. Das wüsste richtig, leider, ja. Aber wer Nils sollte, also wer würde denn allein so eine, also wer würde überhaupt auf solche Gedanken kommen? Also ich selbstredend nicht. Wie schlecht müsste man denn sein? Meine Frau ist hochschwanger und wurde auf der Straße zusammengeschlagen. Nein. Ja, und ich glaube, das waren die Söldnerbanden von Mara. Nein. Also das, wo denn? Sie ist komplett benommen und bewusstlos, liegt auf der Straße rum. Wie hieß denn derjenige? Der sie das gemacht hat? Ja. Der hieß, lass mich ganz kurz gucken, im Logbuch des Grauens und das Schwerverbrechen hier Maras Maulheld. Ja, stimmt, der arbeitet bei mir, aber den hab ich jetzt schon gefeuert. Wohlger, hast du nicht befördert? Maras Maulheld muss jetzt gehen. Selbstverständlich. Äh, Pia, wir waren aber wieder eine unrichtige Behauptung hier. Pia da? Nee, ne? Da muss meine Frau dringend ist krank ausschicken. Es kostet mich 56 Gold. Das geht schnell. Das ist ja die Heilerstube rank und krank, oder? Bei mir, richtig? Ja, ich weiß nicht, wie die hieß, deswegen hab ich gefragt. Aber das Gute ist, ich schick meine Frau zum Heilen und ich kann quasi zwei Personen zum Preis von einer heilen lassen, weil sie ja schwanger ist. Also ich kann's dir sagen, es ist wirklich diese Heilerstube, die ist südlich vom Kölner Dom, beziehungsweise ich weiß nicht, was hier Nord und Süd ist. Kommt drauf an, wie du deine Kölner hast. Warte mal. Die ist auf jeden Fall, wenn man vom Stadttor, vom Haupttor über die Brücke reinkommt, dann ist sie so ein bisschen geradeaus gleich auf der linken Seite. In der Nähe von meiner Tischlerei, come, kemmel, kemmel, kemmel. Ah, da, ich seh sie, ja. Ich wollte natürlich meine Frau nur in die allerbesten Hände schicken, aber ich wusste jetzt nicht genau, wie ihr Haus heißt, deswegen hab ich einfach das erste aus der Liste genommen, aber ich glaube, das ist tatsächlich das Richtige auch. Damit hab ich ihr direkt, ah ja, da steht sie, meine Frau. Da hab ich ihr direkt Geld gegeben hier und helft ihr auf die Beine. So, ich bin wieder da. Halleluja. Hast du auch schon die erste Kundschaft bekommen von Nils tatsächlich, liebe Pia. Aber da arbeitet doch noch niemand. Sag mal, wenn... Pia, ich hab meine hochschwangere, die Bewusstlosigkeit geprügelte Frau zu dir geschickt, damit sie dort geheilt wird. Ja, es tut mir leid. Ich hatte gerade meine Nachbarin in meiner Wohnung. Die brauchte auch eine Heilung, oder was? Nee, nee, wegen meinem, wegen, wegen, wegen dem Tropfen. Und ich hab der Dame, also die hat gerade Fotos gemacht, was kommt nämlich gleich, ähm, jemand vorbei. Die Presse? Und ich hab, ich hab der einfach viermal gerade gesagt, hey, ich muss arbeiten. Und dann steht sie da, ja, da kommt wahrscheinlich gleich jemand, okay, ich muss wirklich arbeiten. Schön, dass er da kommt. Und das ist total nett, aber sie hat den Raum nicht gelesen. Ah. Leider. Verstehe, verstehe. Aber, ähm, da arbeitet jetzt jemand auf jeden Fall. Und ich muss wahrscheinlich nachher nochmal ganz kurz, dann, ähm, ich muss wahrscheinlich nochmal ganz kurz dann Afka, wenn die Person, dann kommt und es ist. Wenn da jemand kommt, genau, wie wir festgestellt haben. Weil da, da kommt jemand. Ansonsten kann ja währenddessen auch die Nachbarin mal ein bisschen weiter streamen. Ja. Ja, genau. Yo. Gerade, sag mal, wenn man ein Kind bekommt, ist es dann doch angezeigt. Also ich kann gerade keine Kinder mehr in die Welt setzen mit meinem, oder in die Welt setzen lassen von meinem Ehepaar. Aber, ähm, ich hatte auch keine Mail bekommen, dass die Frau schwanger geworden ist oder der Mann. Insofern bin ich gerade echt von immer kleinen Rätzen hier. Normalerweise musst du auch keine Info bekommen. Du kannst jetzt bei deiner Frau auch schauen, ob sie sozusagen unter ihrem Vornamen so ein kleines Symbol hat, mit dem kleinen eingewickelten Baby. Dann steht er schwanger und wie lange das dauert, bis es kommt. Cool, du hast absolut recht. Super, danke dir. Gerne. Dafür hast du einmal gratis, ähm, die Möglichkeit, mir Geld in den Klingelbeutel zu legen. Vielen lieben Dank. Wollte, ich dachte jetzt kommt, ich darf dir einmal einen Kamm verkaufen dafür. Ach komm, wir wollen es nicht übertreiben. So gut kennen wir es jetzt auch wieder nicht. Okay, okay. Ich verstehe. Sehr gut. Es ist unfassbar, dass ich sehr glücklich bin. einmalige Möglichkeit, jetzt etwas mit eurem Rabatt zu 20%. 20% auf eure Charisma und eure, ähm, auf euer Ansehen im Himmel, wenn ihr irgendwann an die Himmelsporte klopft. 20% Rabatt, jetzt etwas in den Klingelbeutel zu tun. Wer kommt, wer hat noch nicht? 20% Rabatt, Charisma und ab in den Himmel. Jetzt die Möglichkeit. Wer gibt als erstes Maurice? Werden hier gerade Ablassbriefe verkauft? Gute Idee von dir. Ja, danke. Tolles Stichwort. Marketing-Chefing. Ehrenhalber, hier miteinander feierlich. Vielen Dank, der Verpieren. Toller Titel. Ich bin leider denkbar schlechte Kundschaft, weil ich aktuell keinerlei Geld besitze. Aus irgendeinem Grund meine, meine, meine fairen Preise im Gasthaus. Anscheinend wollen die Leute sie gerade noch nicht unbedingt zahlen. Ich verstehe das auch nicht gut. Das seid, das ist überhaupt gar nicht schlimm, um es klipp und klar zu sagen, in die Situation kommen wir kommen. Insofern, schnappt ihn euch denn ein. Lasst ihn brennen. Wer ist so schlimm für den Scheiterhaufen? Gaius, Julius Cäsar, bist du nicht der Mann mit dem Holz? Ich habe auf jeden Fall jede Menge Holz in meinem Lager, das ist richtig. Aber ein Scheiterhaufen? Also wenn du das als Dienstleistung anbieten willst, ich wäre bereit, dafür zu zahlen. Maurice draufgestellt, hätte ich keine, das wäre cool. Ich möchte ganz kurz das Wort ergreifen und voller Freude die Geburt meines ersten Sohnes Klaus verkünden. Ihr seid alle eingeladen zur Taufparty. Das ist toll. Da schließe ich mich an. Da schließe ich mich an mit Melania, die eben geboren wurde. Und Wilma Kaserne kommt auch auf die Welt. Und Kaspar Kämmerer ebenfalls. Es ist mir sehr unangenehm, das toppen zu müssen, aber mein Erstgeborener heißt Jesus. Okay. Wow. Ist das schon Ketzerei? Definitiv ist das Ketzerei. Ich bin mal gespannt, ob irgendjemand von euch einen Scherken- oder einen Meuchelmäulmörder traut, auf das Jesuskind loszulassen. Guter Punkt. Da hat man wohl ein bisschen Respekt vor diversen Heiligkeiten. Wer ist denn David Baguetta? David Baguetta, ja? Ja, natürlich bist du das. Wir bauen die brotlose Kunst gerade auf. Die Brotstube für den Magen voller Segelspäne. Ich habe das jetzt erst gecheckt, dass du so heißt. Ich hatte eine sehr lange Leitung. Das ist sehr lustig. Mein Heiratsantrag wurde gerade abgelehnt, weil ich nicht mehr gewaschen bin. Ja! Oh, hättest du nur einen Waschlappen? Ich habe einen Waschlappen, aber ich musste meine Nachbarin reinlassen und dann ist mein Waschlappen abgelaufen. Jetzt muss ich mir einen neuen Waschlappen machen. Oh nein! Aber ich hatte auch 97% Chance, dass er zusagt. Ist das abgelehnt? Also er hat abgelehnt? Ja. Das tut's ja nicht. Das waren die Paradox-Prozent. Oh ja, die Paradox-Prozent. Man kennt sie. Schrecklich. Ich hab jetzt die ganze Zeit eine Person umgarend für das Amt und jetzt ist sie aus irgendeinem Grund nicht mehr wahlberechtigt für das Amt. Ich seh's gerade. Es ist nur noch eine Frau, die jetzt entscheidet. Ja. Ich bin ja echt gespannt. Dieser gute Alfonso Betrüger, so hat sich direkt auf dieses Amt beworben. Er möchte direkt Ratsinformant werden. Ja, also Wilhelmine Mauseholm, blöderweise, ich glaub, die mag ich nicht wirklich. Das ist ein bisschen ein Problem, ehrlich gesagt. Ob welches Amt wolltest du letztens, Maurice? Äh, der Ratsinformant. Den Abstecher. Informant, okay. Genau, Ratsinformant. Man muss dafür ins Rathaus gehen, oder wie ist das? Ja, billiger, wenn du ins Rathaus gehst, tatsächlich. Du kannst es auch so machen, wenn du oben auf Buch der Stadt klickst, dieser Hammer. Aber wenn du ins Rathaus gehst, wird dein Roleplay sozusagen belohnt, dass du mit deinem Charakter interagierst. Das ist dann 20% billiger. Du sparst Einfluss und auch Taler. Okay, also ich geh auf meinen Charakter und dann? Rechtsklick ins Rathaus und wenn du ins Rathaus, also wenn du im Rathaus drin bist, kannst du mit dem Sekretär dort sprechen. Achso. Dr. Pia, ich habe meinen Gottlieb, furchte Gott, hat ein ernsthaftes Gesundheitsproblem, wurde in der Gosse angegriffen. Kannst du ihn heilen? Geht das? Mein Haus, mein Heilerhaus ist vollständig funktionabel, ja. Ja, das geht? Teuer? Das geht auf jeden Fall. Oder geht's um? Oder Freundschaftspreis? Also das Problem, das ich gerade habe, ist, dass, also, ich wurde gerade verschmäht von meinem Verliebten, äh, Geliebten. Das heißt, der Freundschaftspreis wäre in meinem Fall für mich jetzt von meinem Verständnis her, dass du das doppelte zahlst aus Mitleid. Mitleid. Oh, ich habe gerade eine kleine Störung. Ich habe die letzten Sätze nicht verstanden. Geist, Junus, wir waren, glaube ich, eben im Gespräch, ne? Richtig, richtig. Wir haben über Camel gesprochen. Ja, ganz genau. Mit Nils war ich gerade im Gespräch. Alles klar bei dir, Nils? Aha. Ja, bei mir geht es ganz... So viel zum Freundschaftspreiser, jaja. Ganz hervorragend. Ich habe so einen Pakt geschlossen mit meinem Gott. Der hat zu mir gesprochen in der Nacht und gesagt, ich brauche nie Geld bezahlen für Ablässe. Ich kann einfach rauben, dieben, morden, und er meint, das passt schon. Ich schreibe es dir auf die Karte und wenn du dann in den Himmel kommst, wo du hinkommst, dann können wir nochmal drüber reden. Die berühmte Himmelskarte. Ja. Ich merke schon, weil ich im Bull wird hier gefühlt so weitergereicht. Eine Enttäuschung zur nächsten für ihn. Frau Flix, haben die das irgendwie gefixt, dass, wenn, sobald jemand vor Gericht muss, das mit den Angestellten einfach entlässt und neu entstellt? Das haben sie wohl jetzt irgendwie gefixt. Also, ich kann sie nicht entlassen. Mist. Ah, was? Ich muss bestehen, dass ich diese Taktik noch nicht herausgefunden hatte. Merp hat das Montag sehr viel gemacht. Ja, stimmt. Ich weiß, dass Merp viele seiner Räuber vor Gericht hatte. Aber müssen nicht die Räuber selbst dann den Preis zahlen oder musst du das zahlen? Ich weiß nicht. Ich dachte, ich feuer sie einfach, aber jetzt steht hier, wenn du vor Gericht musst, dann kann sie nicht gefeuert werden. Aber was heißt da Das ging vorher auf jeden Fall. Ich dachte, du bist eine Ehrsache. Nee, also es war hier so ein bisschen Schutzgeld. Eine kleine Schutzgeldnummer. Du bist eine ehrbare Verteidigerin der Ordnung der Stadt. Ja, das dachte ich auch. Dann habe ich gesehen, dass es illegal ist. Ach so? Jetzt muss ich mich irgendwie ein bisschen... Du kannst ja dein arches Ziel sein, Mara, dass du versuchst, dieses Gesetz zu ändern. Man kann hier ja jedes Gesetz zu ändern, wenn man einen richtigen Posten hat. Ja, deswegen habe ich eben gefragt, was Maurice hier vorhat mit seinem Informantentum. Was kann ich denn als Informant? Ich glaube, ich muss Stadtdiener werden dafür. Ich habe es gerade geschafft, so weit aus dem Spiel rauszuscrollen, dass ich nicht mal reinscrollen kann. Maurice! Ja? Tu es! Mach Taschendiebstahl legal. Was muss ich dafür tun? Moment! Ja, ich unterstütze dich. Was kann ich tun? Kann ich jemanden ermorden, um dir einen Platz zu schaffen? Ja, wenn du ganz schnell die andere Bewerberin ermordest. Ja, das sollte drin sein. Bei Ratsinformant Margarete Antheiler, wenn die jetzt ganz schnell um die Ecke gebracht wird, also du musst auf das Buch Auf der Stadt klicken und dann siehst du ja das Ratsinformant, dann siehst du da zwei Bewerber. Ich bin natürlich Alfonso Betrügerson, der Rechtschaffene. Und Margarete Anteiler ist eine Pretenderin, die das Amt nicht verdient hat und die Stadt schlechter machen wird, wenn sie es bekommt. Ich hasse sie. Was ist das bitte für ein Sittenbild, was da jetzt gerade nach außen getragen wird? Sollte die jetzt also einen Unfall haben und ich dann konkurrenzlos sein für das Amt, dann wäre das natürlich absolut eine Möglichkeit, dass dann, sag ich mal, dass das Rechtsbild der Stadt ein wenig angepasst wird an modernere, progressivere, tolerantere Befindlichkeiten. Mhm. Das ist fast Viehhandel, was da betrieben wird. Nur mit Mord. Ja. Das ist Vieh gemordet. Was ist das? Ich bin Zeuge. Also wenn da was passiert, ich hab das jetzt belauscht. Wehe. So, ich bewerbe mich jetzt auch mal um ein ehrenhaftes Amt. Sehr gut. Sag mal, wie macht es die Chance, dass man da genommen wird? Ähm, ich muss gestehen, dass ich die genauen Zusammenhänge auch bis jetzt noch nach intensiver Recherche nicht perfekt raus habe, weil es geht ja viel um Anstehen und auch wenn du die... Du kannst hier theoretisch bestechen, aber das machen natürlich ehrliche Bürger wie wir nicht. Aber ich finde, das fehlt in Gildel 3 noch, dass man etwas genauere Informationen bekommt. Ähm, weil manchmal hab ich das Gefühl, das ist doch noch eine Glückssache. Ich hab mich jetzt auch schon beworben. Auf ein Amt. Was? Wirklich? Hm. Wilfried Lichtstehlen ist jetzt mein Konkurrent. Ach, was? Was? Wie? Du hast dich aufs selbe Amt beworben wie ich? Ich hab mich als erstes auf dieses Amt beworben, Herr Werther Lichtstehlen. Oh, da muss ich... Ja, und sie kam jetzt hinterher. Oh, 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 jetzt muss ich aber ums gegen dich unternehmen. Ja, jetzt muss ich überlegen, wie ich hier am schlauesten gewählt werde. Hm. So, es ist hier... Margarete Anteiler lebt leider noch. Die Wahl ist jetzt dann gleich. Das heißt, leider ist tatsächlich eher nicht gewinnen. Da bin ich nicht so ein Fan davon. Nee, da bin ich alles machen. Überhaupt nicht. Ich bin gerade... Hier. Ich bin jetzt gleich mal. Oh, was ist das? Hier müsste jetzt dann gleich die Wahl stattführen. Das geht schnitten. Schau dich den ehrbaren Alfonso an. Wer könnte besser dieses Amt ausfüllen? Niemand. Margarete Anteiler, würde ich sagen. Margarete Anteiler wird nichts für die Stadt tun. Das wissen wir alle. Das wird eine Katastrophe, wenn die das Amt bekommt. Das wollen wir alle nicht. Das sollten wir überhaupt nicht zulassen. Oh, jetzt habe ich gerade richtig Geld bekommen. Geil. Dann direkt hier mal. Ich würde mich auch viel wohler und sicherer fühlen in einer Stadt, in der Maurice der Bestimmer wäre. Ja, ja. Schön, dass wir uns da alle einig sind. Ja, das würde ich auch gerne. Das ist der Klingelbeutel. Wie viel magst du reinlegen, Maurice? Meine Damen. Ey, ich werde jetzt gleich dem Herrgott danken, wenn ich dieses Amt bekomme. Ja. Wie gesagt, ich würde mich wesentlich wohler fühlen in einer Stadt, in der Nils der Bestimmer ist. Oh ja, ich auch übrigens. Nils, hier, Klingelbeutel. Wie viel tust du rein? Ich sehe nicht mal einen Klingelbeutel. Oh Gott, ein vollführenden Optiker. Nächster Versuch Mara. Ey, das geht nicht. Mara ist zu kriminell. Das geht nicht. Wo ist denn deine Predigerstube? Vielleicht würde ich mir wirklich mal was in den Klingelbeutel werfen. Das wäre eine ganz ete Tat. Köln-Deutz. Auf der Schäse. Ja, ich würde nur sagen, ich habe meinen Mut jetzt auch noch mal in den, wie sagt man es? In dem selben Ring? War das ein Rotheil? Es war noch ein Platz im Ring offen, da dachte ich. Nein. Unsere Chance ist nicht schminken. Das kann nicht sein. Margarete Anteiler hat das Amt bekommen. Ach ja, die Margarete. Ausgezeichnet. Warum hast du sie nicht umgebracht, Nils? Ja, mir fehlte Melch sein. Das fängt beim Dolch an. Ich hatte noch nicht mal ein Dolch. Da hätte ich aushelfen können, aber mich fragte niemand. Damit habe ich nicht gerechnet, dass so ein vordergründig ehrbarer Burger wie du über ein Dolch verfügt. Naja, ich bin Bäcker und hin und wieder muss ich das Brot auch anschneiden und ich verwende dann ein Dolch dafür. Das ist unbeheuerlich. Das ist einfach nur unbeheuerlich. Ich bin regelrecht schockiert. Oh, diese eine Arbeiterin, die ist, die wartet jetzt schon sehr, sehr lange auf eine Behandlung einer Verletzung. Ist das irgendwie, wo ist die denn? Ist die da irgendwie bei Pia unterwegs? Also bei mir wartet sie bestimmt nicht. Da bist du potenziell beim falschen Medizinaus leider. Ach nein, sie ist zu einer Kräuterhütte gegangen. Ach je, Mini. Ich müsste es bei Preiß den Herrn gewesen sein. Das ist sehr schade für sie. Also das ist wirklich sehr, sehr schade für sie, dass sie zu dem Faschen gegangen ist. Sie steht da original seit drei Jahren vor der Tür einfach. Ich muss eigentlich mal ein bisschen meine Betriebe anreisen hier. Das Gasthaus zum Tänzeln. Ich weiß nicht genau, wie ich das machen soll. Ich kann ja auch nichts mehr verkaufen, ne? Ich schau mal, ob ich einfach mit ihm auf der Straße heiraten kann. Aber wir haben gerade ein bisschen... Ach Gott, ich schickst sie erstmal zu dir, Pia. Das klingt wundervoll. Ach, ich war schon wieder nicht gemutet, ne? Ach, es tut mir leid. Ja, es ist ein bisschen chaotisch gerade. Dadurch, dass ich in meiner Bigner-Phase kurz auf KG musste, hatte ich meine Hütte dort stehen ohne Mitarbeiter. Und deswegen bin ich jetzt pleite. Und das macht es ein bisschen schwierig, quasi jetzt ins Spiel reinzugehen, weil einfach... Ja. Schwierig. Könnt ihr euch bitte alle was brechen? Das wäre super. Was? Ja, ich schicke dir schon Kutschaft. Danke. Ich kann dir zwar jetzt nicht mit Knochenbrüchen dienen, aber ich helfe natürlich einer solch armen Seele gerne aus und bringe ein Brötchen vorbei. Eine Kostprobe unserer wunderbaren, frischen Erzeugnisse. Das ist sehr nett. Ja, ich wollte eigentlich in der großen Kirche heiraten. Dafür habe ich nicht genug Geld. Das heirate ich auf einer Brücke. Aber wohlgemerkt immerhin auf der Brücke und nicht unter der Brücke. Deswegen ist das doch auch okay. Oh nein, deine Frau. So, und wie nehme ich jetzt meinem Mann das Pferd weg, damit meine Frau ein Pferd hat? Und in deinem Betrieb kannst du theoretisch das Pferd zwischenlagern. Das müsste auch mit deinem Haus möglich sein. Und dann kannst du wiederum das Pferd deiner Frau geben. Genau. Du kannst bis zu 20 Pferde zum Beispiel stapeln. Warum ich den geheirateten habe. Wow. Für das Pferd. Sehr gut. Ich wollte unbedingt dieses Pferd haben, ja. Das Gasthaus verkauft ja nicht direkt Sachen, sondern du kriegst irgendwie macht dieses Kundenbedienen und kriegst dann mehr Geld, wenn du eine Bratwurstfroge endlich hast, die dann mitverkaufen würde. Das ist auch faszinierend. Mhm, genau. Ach man. Du kannst mir in Lager arbeiten. Es fühlst du, als würde es machen. Aber ich bin voll schmerz. Ich kriege mir noch ein zweites Standbein als Musiker auf. Das ist die Frage. Das möchte ich nämlich auch eigentlich als Spielmann. Ich habe irgendwie meine musikalische Seite entdeckt, anhand meines Namens. Und der Begleit zum Spielmann. Ja, ich hätte aber Ideen für sehr gute Lieder, wie zum Beispiel aufgepasst, gefährlich. Aber ich muss zuerst das Brötchen vorbeibringen. Ja, wir machen gerade ein Baby. Also stresst dich nicht. Ja, das ist ja kein Problem, wenn ich kurz vorbeischau, oder? Naja. Also ein bisschen, also naja, wobei frisches Brötchen. Da kann ein Baby machen warten. Vielleicht ein Aphrodisiakum. Ein gutes frisches Brot. Ich weiß nicht. Es gibt keinen Autosave. Ich muss immer mal abspeichern zu unserer aller Sicherheit. Ja, ja, das ist richtig. Sehr umsichtig. Ich versuche das einmal in der Runde, also pro vier Jahre zu machen, sozusagen. Gut. Eigentlich soll jetzt doch gleich hier dieser Kunde bedient werden. Er hat hier ein fettes Bier. Dann kriegen wir mehr Geld. Bei der Kunde auch noch ein leckeres, dünn Bier. Das ist schon eine Bratwurst, weil ich fand, in Köln zu Beginn sind die Preise für Fleisch, die du ja brauchst für die Bratwurst, extrem hoch. Also, ich habe mir das auch mal genauer angeschaut und egal, wo man da hingegangen ist, zu welchem Markt, das Fleisch war extrem teuer. Aber, ich meine, eine Bratwurst, eine Hude ist auch 260 Taler wert. Also, ich hätte hier, ich hätte hier, oh, Anna, Anna Kaserne. Jemand, da war mit deinem Leben. Ich hätte ein kleines, ein kleines, eine kleine Kostprobe, wenn sie nicht davonlaufen würden. Das ist das Problem. Moment, kann man überhaupt, ich glaube, das kann man gar nicht direkt geben, oder? Ich kann steuern, Moment. Da bist du, David, bei Gitar, ja? Ja, aber kann man, kann man das direkt jemandem eigentlich geben? Ähm. Ein Brötchen? Ja. Eigentlich doch, doch, doch. Ich habe schon öfters von, von KI auch Brötchen und so bekommen. Also eigentlich sollte es gehen. Aber vielleicht waren das keine Brötchen, sondern, sondern Gebäcke oder so, dass es so unter diesem Blumenstrauß zählt, den man auch vergeben kann, dass es nur bestimmte Ware sind. Weil ich habe ja jetzt auch gerade wieder meine Eichenhalter dabei, die kann ich jetzt niemandem einfach übergeben, zum Beispiel. Warte mal, gibt es da nicht irgendwo, was zur Auswahl, so von wegen Abmachung oder so? Kann man sich darüber was zuschieben? Stimmt, das ist eine Frage. Wenn ihr auf den anderen Charakter geht, könnt ihr unten links auf Abmachung klicken. Oh, was geht los? Abmachung klicken. Und da könnt ihr, ah nee, da könnt ihr Bargeld tauschen. Ausgewähltes gibt es nur, aber ich bin mir nicht sicher, das scheint erstmal nichts da drunter zu fallen. Bargeld, Gebäude, aber ich glaube keine Gegenstände. Okay. Wo ist das Menü? Du gehst auf den anderen Charakter, in dem Fall musst du dann zum Beispiel Maras Charakter auswählen und dann unten links gibt es das als Option. Das sehe ich schon, ja. Na gut. Nein, da scheinen meine Brötchen nicht auf. Hab nicht Geld zum Heiraten endlich mal, das wäre doch mal was. Ja, Anna Kaserne, es tut mir leid, ich habe zu viel versprochen. Ich brauche das gute Brötchen. Aber ich lade trotzdem ein in unsere wunderbare Brotbackstube mit dem wohlklingenden Namen zur Brotlosen Kunst. Ja. Um vielleicht einmal zu testen. Wo ist sie denn? Wo befindet sie sich? Das ist eine gute Frage, ja. Seid ihr euch sicher, dass ich Pferde in Gebäuden lagern kann? Ja. Südliche Vorstadt. Ja, kannst du. Wollte auf jeden Fall gehen, ja. ... aber... Südliche Vorstadt. Hast du da in Betrieb genommen, oder... zum Tänzeln von Bonny? Ist das in der Nähe davon? Ach, er hat drei Sachen im Inventar, deswegen kann das Pferd nicht abgeholt werden. Genau. möglich, aber es ist der Zugang zur südlichen Stadt und dann direkt bei der Brücke, erstes Gebäude links, direkt gegenüber von der Kirche zum Heiligen Geist. Kirche zum Heiligen Geist. Ach, es gibt keinen Schattendorf. Leute, ich habe ein Pferd. Ah, ich sehe es. Oh. Sehr gut. Ich muss noch kurz ein Baby in Auftrag geben. Ich kann auch in Auftrag geben. Kennt man. Und das kann nicht sein, also irgendwie... Wie heile ich die, wie macht ihr das mit der Heilung eigentlich? Also ich schicke die einfach da hin, und dann muss ich da was klicken. Das ist automatisch normalerweise. Ach so, okay. Aber das ist so eine... Also das heilt per Zeit, das heißt, das braucht ein bisschen... Das heißt, du bezahlst, und dann steht der ein bisschen länger rum und heizt sich langsam hoch, wenn ich das richtig gefällt habe. Das klassische Badezimmer, das gibt es nicht erst heute schon bei den ganzen Arztpraxen, sondern gab es auch damals. Das gab es auch damals schon. Das gehört zum guten Ton. Bist du der Mann mit der Maske? Ich habe auch überlegt, ob ich den Laden... äh, Last Tropfen oder so nenne. Ähm, das hätte ein bisschen besser gepasst. Wird leider auch nicht schlecht gewesen. Ist der Mann mit der Maske gehört, das ist mir, Pi, auf jeden Fall. Der Mann mit der Maske? Was für ein Mann mit der Maske? Ja, ja, der gehört zu mir. Alles gut, den du erst... Das ist die Pestmaske. Der will sich nur nicht anstecken mit deinen komischen Kanteilen. Oh, sie hatte die Pest. Ist ja unangenehm. Aber jetzt ist sie gleich wieder gesund, oder? Meint ihr, das T-Chef hatte übrigens eben völlig von alleine, ohne dass ich das bei ihm in Auftrag gegeben hatte, irgendjemand aufgesucht und Geld ausgegeben für eine Heilung. Das fand ich sehr selbstständig. Ernsthaft. Ist das jetzt positiv selbstständig? Ich weiß es nicht. Ich bin mir nicht sicher. Ich war auf jeden Fall sehr verblüfft. So, ich verkaufe die Kleidung meines Ehemannes. Okay. Aber ich kann die Kleidung, die er trägt, nicht verkaufen, sondern nur austauschen, habe ich gerade gelernt. Er kann nicht nackt sein. Wenn wir beschäftigen, will er auch nicht nackt sein. Das wollte ich auch nicht nackt sein. Ja, aber er will nicht. Könnte... Ja, aber jetzt habe ich Geld. Also man muss einfach nur den richtigen Mann heiraten. Was soll ich sagen? Ich besitze... ...230.000 Gold. Was? What? Was? Ernsthaft? Das war krass. What? Ihr müsst halt die Augen hier aufmachen. Aber konntest du das Geld... Wo kann man das denn sehen? Wie viel... Also... Also jetzt bin ich... Ich glaube, ich muss doch noch mal eine Scheidung einreden. Da gucke ich mir immer an, was die im Inventar mit sich rumtragen. Und dann verkaufe ich die Inventar. Aber hatte der so viel Inventar an teuren Regenständen? Wie viel Sachen wäre dein Pferd dabei? Und Kleidungssachen? Wow. Der neue Trick in Gilde 3 ist jetzt ein Schabioca. Wow, das ist ja nicht schlecht. 32.000 Gold dabei. Das ist ja... Ach, verdammt. Das habe ich gerade schon... Aber das... Das sieht man es wieder einmal. Wir reißen uns den Hintern auf. Schauen, dass wir uns durch unsere... Wirklich Arbeitskraft aufsteigen. Sozial uns wirklich engagieren. Ein gutes Dasein pflegen. Und dann kommt jemand her und heiratet einfach nur. Also das ist ja... In was für einer Welt leben wir? Ich muss ja mit dem Erdraut zusammen leben. Naja. Eine ehrliche Arbeit ist halt eine brotlose Kunst, oder? Ja, absolut. Absolut. Und so viel zum Thema Zusammenleben. Ich meine, ganz so wirklich vertrauen tun wir dir halt auch nicht. Du mit deinen ganzen Getränken daheim und so weiter pfanzerl. Bitte? Hoha. Jetzt haben wir hier. Ich würde es nicht wundern, wenn der Gatte zufällig in den nächsten Tagen verschwinden würde. Oh. Aber das Pferd doch nicht. Das Pferd definitiv ist nicht. Wichtige, dass das Pferd bleibt. Ich rede nur vom Mann, natürlich. Ich schaue jetzt auch mal... Ich bin ja noch nicht verheiratet. Das riecht ein bisschen so... Und auch noch mal, ob ich da vielleicht jemanden finde, der, der, sag ich mal, was zu bieten hat. Und wie es Pia so schön auf den Punkt gebracht hat. Wo Pia jetzt in Geld schwimmt, wäre das nicht eine gute Gelegenheit, wenn wir alle anderen zusammenlegen würden. Und wir haben ja eine Profikillerin in unseren Reihen, Mara, ne? Machst du das einen Sonderpreis? Ich habe doch nicht mal ein Kind. Hä? Und ich soll immer der Schlimme sein, ne? Nee, Mara, gegen Geld. Und baue gerade ein Badehaus für euch lauslos, damit eure Läuse loswerdet. Mara, gibt es irgendwelche besonders negativen und blutrunzigen Eigenschaften von dir mit Indu und dich als nützlich darstellen konntest? Oh, vor allem baue ich, ach Gott, ich baue ein Lager gerade. Scheiße. Was ist denn das hier? Ist das eine Art Rufmord? Das ist auch eine Art von Mord. Nee, ich würde gerne einen echten Mord hin aufgeben. Ich würde gerne einen echten Überfall hin aufgeben. Ach so, ach ja, die Kirche will jemanden am Morde ziehen. Es ist genug im Klingelbeutel zusammengekommen. Nils hat mir heimlich Geld eben zugesteckt. Es ist genug da. Er meinte, man hat mich eben angeflüstert, meinte, schnapp dir Mara. Die kenn ich. Das ist eine ganz brutale. Und bei welchen Personen geht Nils? Nur Nils. Das ist natürlich völlig richtig. Was denn? Warst du nicht eigentlich zuständig für die Mörcheleien? Ich würde auch gerade sagen. Ja, ich muss, ja, ja, ich bin ja in erster Linie mal die. Das heißt, was ich euch dann bieten könnte, ist, dass ich jetzt mal bei Pierre vorbeischaue und 20.000 bis 30.000 Goldstücke entwende und wenn ihr mich dann schützt, würde ich dementsprechend euch auch was abtreten davon. Ich habe jetzt gerade beschlossen, ich mache mich an, ich habe so ein bisschen Inventare durchgeführt, von erwählbaren Jungfrauen in der Gegend und ich habe eine gefunden, die aus irgendeinem Grund 14 Pistolen im Inventar hat. Was? Und ich habe jetzt beschlossen, dass sie die Dame meines Herzens sein wird. Sorry, sir. Ich weiß nicht, sie hat auch einen Plattenpanzer. Ich weiß nicht, warum die so drauf ist. Ich sage hier gerade, ihr seid die einzigen Ziele in dieser Welt voller Übel und Hässlichkeit. Meine Angebetete, meine Holde, du hast die schönsten Pistolen, die Sides des Rheins. Das ist super cool, dass du selber uns so den komfortablen Hinweis gibst, dass du auf die Nummer 2 unserer To-Do-Liste kommst für Nils. Das ist total zu schätzen. Das ist vollkommen okay. Nils, wie sieht es aus? Können wir dich unterstützen? Mit guten Worten, den Segen der Heiligen Kirche hast du. Ja, also mir wird das schon reichen. Im Mittelalter hat ja durchaus auch die Kirche Einfluss auf Rechtsprechung und wenn ich jetzt angeklagt werde des Diebstahls oder anderer Missetaten, die im Konflikt mit dem damaligen Gesetz standen, dass du dann einfach Kraft seines Amtes sagst, nein, Gott wird seine schützende Hand der Gerechtigkeit über ihn gelegt und damit nicht fein raus. Du warst die ganze Zeit über bei mir in der Kirche und hast gebetet. Egal wann es war. Definitiv. Gott sei mein Zeuge. Sie ist verheiratet, meine Pistolen angebetete. Oh je. Warum wurde sie mir denn überhaupt angezeigt in der Liste der erwählbaren... Vielleicht ist sie genau jetzt verheiratet worden. Kurz bevor du hingegangen bist. Vielleicht hat sie auch noch ihre Pistolen geheiratet, ganz schnell. Ja, das kann auch sein. In dem Augen, wo sie gesehen hat, dass du angerannt kommst, hat sie sich schnell mit jemand anders verheiratet. Echt? Verstehe ich nicht. Das wird mir schwer zu denken geben. Wir haben jetzt einen Scherben, der unser Haus beschützt, damit ihr auch sicher seid, wenn ihr hier gehalten seid. Ich möchte nur an alle Kirchenvertreter gerade verkünden, dass ich eine sehr gute Tat getan habe und ein Waisenkind adoptiert habe. Das ist toll. Ganz, ganz großartig. Ich gratuliere. Ich möchte derweil feierlich bekannt geben, dass mein zweiter Sohn Dietrich gerade das Licht der ehrbaren Welt erblickt hat und in ihm natürlich ein großartiger Dieb heranwächst, der auch euch als bald um euer Gold erleichtert. Ich freue mich drauf. Ich gratuliere. Und weil ich so eingeschüchtert werde von euch, habe ich auch entschieden, dass ich jetzt ein bisschen Geld an die Kirche sparen werde. Sehr schön. Ich mache eine Kirchenspende. Ganz großartig. 1.125 Gold, ne? Oha. Ja, ja. Was sind hier für Frauen unterwegs? Ein drittel, ein drittel Kind, ne? Ein drittel eines Kindes. Und jetzt habe ich die, ich habe jetzt die 15-jährige Jutta auf dem Marktplatz entdeckt. Die hat aus irgendeinem Grund 19 Dolche, die hat 19 Dolche und 8 Bomben im Inventar. Was? Was hast du dir mal vor? Ich weiß es nicht, aber sie wirkt sehr charmant. Ich bin beschäftigt. Ich klicz nicht, bitte. Ich darf übrigens verkünden, dass wir eine zweite Tischlerei errichtet haben. Und zwar habe ich sie Kampf für Prediger genannt, mit einem sehr besonderen Standort. Mir wurde random ein neuer Landsknecht zugewiesen mit dem schönen Namen Ruprecht. Finde ich sehr gut. Landsknecht am Ruprecht? Ja. Finde ich ganz gut. Sag mal, Pia, wie hast du denn diesen reichen Kerl gefunden? Also, um ehrlich zu sein, habe ich einfach nur geguckt, ob es jemanden gibt, der ein Pferd hat. Also, das war wirklich keine Absicht. Manchmal ist es aber, ja, sei dir gegönnt mit dem Staat vor allem, sollte das jetzt wieder einiges ausgleichen. Finanzielle Lage ist jetzt geregelt. Genau. Richtig. Erstmal versorgt. Richtig. Ähm, hat denn die gute Anna Kaserne mal Zeit im Wirtshaus für eine private Unterhaltung mit Konrad Kämmerer? Oha, ja. Wo ist denn das Wirtshaus? Äh, das, ich werde dich dorthin geleiten. Bin beschäftigt. Oh. Jetzt bin ich gerade verhindert. Ich bin ja schwanger. Das heißt, ich habe das kann man ruhig mal vergessen. Das vergisst man sehr schnell, ja. Ja, ich habe jetzt den mega guten Schwangerschaftsbonus. Das heißt, ich kann die ganzen Leute anplaudern und die dann sagen, wie toll ich bin. Ich kann hier gerade und weil ich schwanger bin, glauben sie mir das eher. Stimmt. Lass, lass dich bekehren darüber, was für eine tolle Person ich bin. Wann wird denn entschieden, wer diesen Job eigentlich bekommen darf? Äh, das steht rechts, äh, in so einer Terminliste, wo dann, da musst du auch anwesend sein, glaube ich. Oh Gott, ernsthaft? Ja. Du musst dann ins Rathaus zu der Zeit, weil ich weiß. Das macht er aber automatisch, außer du klickst es weg. Ah, okay. 1408, das dauert noch vier Jahre. Solange ist das Amt unbesetzt. Solange kannst du dich bewerben, genau. Und am Ende der Fristen, ein paar Monate, ein paar Stunden später wird dann die Wahl durchgeführt, dann kannst du dich durchsetzen. Also das klingt ja so, als wenn das Amt nicht so wirklich relevant ist wie die Geschehnisse der Stadt. wenn die einfach mal über vier Jahre sich Zeit lassen. Ich kann gerade nicht. So, ich will viel Geld haben und endlich neue Sachen bauen. Wieso, ich, warum bin ich nicht reich? Wieso bist du reich finde ich nicht Pia? Ja? Ich bin reich an Pferden und Liebe. Weil Pia einfach ein bisschen besser drauf geachtet hat, was sie heiratet. Also, wir alle haben für Liebe geheiratet und Pia für ein Pferd. Das ist natürlich so, kommst du weiter im Leben. Ist das auch Liebe? Ja, stimmt. Auf eine gewisse Art. Also, wenn es dich nicht gerade tritt, das Pferd, dann schon. Warum jetzt der Seitenlieb? Oh, Margarete. Ich weiß nicht. Ich bin immer einfach nur noch traurig, dass die Frau mit den Zehnpistolen schon geheiratet war. Sie war die Liebe meines Lebens. Das ist eine gute Frage. Margarete ist im Knast. Shit. Kann ich, kann ich verheiratete Frauen irgendwie? Das geht schnell. Kannst du den Ehemann töten? Ja. Das wäre noch eine Option. Vielleicht, also. Aber ich glaube, ich bin ein schwachbrüstiger Gastwurst. Ich will ja, also sie könnte ihren Ehemann für mich töten. Sie hat die Zehnpistolen, nicht ich. Maurice, ich möchte dich darüber in Kenntnis setzen, dass mein erster Sohn nach dir benannt wurde und nicht aus dem Fenster fliegen wird. Ich bin begeistert. Kein Trager Fenstersturz. Wir haben 1408. Es wäre noch ein paar Jahre zu früh. Ja, das Problem ist, ich weiß halt leider nicht, wie das geht in dem Spiel. Du kannst ein Fenster werfen? Ja. Okay. Oh, die ist auch reich. Aber das Problem, das ich jetzt ein bisschen habe, ist, das Kind kam ein bisschen zu früh. Jetzt habe ich meinen Bonus nicht mehr, wenn ich mit Leuten rede. Ah, das ist ungut, gell? Da wollen die noch ein zweites Kind machen. Das passiert schnell. Ich darf an dieser Stelle auch verkünden, dass mein zweites Kind auch zur Welt gekommen ist, also vor vier Jahren oder so, glaube ich, mit dem wohlklingenden Namen Gersthilde. Oh, ja, Gersthilde mag ich. Ich bin zur Stelle. Getreidewitze, ey, das ist ganz schlimm. Getreide, aus der Kategorie der Getreidewitze. Hast du gerade meine Kinder als Getreide bezeichnet? Ey, lass mich raten. Du bist ein Charakter mit ganz viel Ehre. Definitiv. Definitiv. Ich bin eine echte Ehrensperson in dieser Stadt. Ja, jetzt wird es aber wirklich schlimm. Also, dass wir jetzt, glaube ich, wirklich der Boden, den wir jetzt erreicht haben. Ich glaube nicht, der Abend ist noch jung. Ich glaube, wir haben den, also was immer der Boden heute sein wird, wir haben ihn, glaube ich, noch nicht erreicht. Okay. Oh, ach ja. Sag mal, kann ich, kann ich dich mal um ein Brot bitten? Ja, du musst nur zu mir in die Bäckerei kommen. Ich kann dir leider keins in deinen Beutel hineinlegen, wenn wir uns treffen anscheinend. Aber unsere Kunden sind natürlich immer willkommen in der brotlosen Kunst. Du könntest bei mir arbeiten und mich morgens wecken. Dann müsste ich mir nicht ständig den Bäcker stellen. Das ist keine ehrbare Arbeit für jemanden wie für mich. Das ist völlig richtig. Den Bäcker stellen, wirklich? Ja. Ist mir leid. Was gibt es? Ich möchte mich entschuldigen. Man entschuldigt sich für gewöhnlich, wenn einem etwas wirklich leidtut. Ja, da hast du natürlich recht. Ich glaube, es tut Nils sehr leid, wenn er sich so eine ehrliche Entschuldigkeit hat. Das ist, Nils, ein ehrliches, ehrliche Reue. Also... Hm, hm. Ja. Was soll ich sagen? Der seufzt er klangschuldhaft. Er sagt, ja. Das ist okay so. Das geht. Ich habe Probleme. Meine Frau ist schon wieder... Die ist ständig... Jeden zweiten Tag hängt die in der Heilerstube ab. Die hat entweder eine Affäre oder die ist drauf. Kann mir keiner was erzählen. Ja, weißt du, warum? Sie kriegt halt diese Situation echt nicht gebacken. Ehrlich. Ja, aber ihr ist auch so langsam der Ofen aus. Alter, ey. So schlimm. Ja, ich habe mich einmal gemutet auf Discord. Und kurz zu euch. Ihr seht ja selber, das Geld kommt unglaublich langsam rein. Da kann man nicht viel machen. Die Möglichkeit, irgendwas zu machen, ist dadurch extrem begrenzt halt. Also so ein Stadtprediger ist relativ leicht zu managen. Auch in einem Multiplayerspiel. Muss nicht teuer Waren andauernd einkaufen, verkaufen, viele Dinge planen. Aber das Geld kommt echt im Schneckentempo einfach rein. Und dadurch sind die Möglichkeiten sehr begrenzt. Viele Kinder früh in die Welt setzen. Das sind kostenlose Mitarbeiter. Das geht immer. Oder noch weitere Kinder in die Welt setzen. Die um das Topamt, das Beste, das da war, hatten sich schon drei beworben. Die Möglichkeit, da alleine durchzukommen, das wäre total unwahrscheinlich gewesen. Die Ämter kommen immer gestoffelt. Nach ein paar Jahren erst dran. Gegen so viel Mitte-Dynastien ist das ein bisschen schwierig. Waisenkinder adaptieren ist eine Möglichkeit. Arsch mit Ohren. Das kostet allerdings ordentlich. Kostet ein bisschen Geld. Und wir haben schlechtere Eigenschaften, als man selber hat. Also die Kinder, die man selber in die Welt setzt. Deshalb ist Letzteres eigentlich, solange man fruchtbar ist. Wir können gleich nochmal eine Schwangerschaft in Auftrag geben, die bessere Wahl. Insgesamt bin ich einfach geldmäßig total ausgebremst hier. Also es ist wesentlich unkomfortabler, Waren herzustellen. Aber es bringt natürlich mehr Schotter. Ihr habt eben gesehen, als Pia gut geheiratet hatte, da schwamm sie sofort in Geld. Und wir selber haben zwar auch jemanden abbekommen, frühzeitig eine gute Partie. Die war okay, aber sie hatte keine Wertgegenstände mit dabei. Einzige Hoffnung ist vielleicht, dass die, wenn die hier ab fünf Jahren können die Kinder arbeiten, denen stelle ich ja gleich den kleinen Jesus als Arbeiter ein bei uns im Haus. Ab dann kann man die so kleinere Tätigkeiten durchführen lassen, lassen, kleine Goldbeträge sammeln lassen, ein bisschen XP sammeln lassen und so weiter. Aber es ist echt mau im Augenblick. Und da gibt es auch für in dem Berufsstadt-Predia keine schnelle Abkürzung, außer dass man vielleicht tierisch viel Glück hat bei der Heirat. Mehr ist einfach nicht dran. Okay? Ich werde die Köln-Kämmen überfluten und das Monopol an mich reißen. Wie genau beende ich eine Verlobung? Wo ist das? Sei einfach ein Arscher. Sind die alle verletzt? Oh, je, 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 je. So, ich darf verkünden, David und Alisa Baguetta sind in der Cheminate, um den dritten Erben zu produzieren. Ich höre jetzt auch. Das ist wirklich verletzt. Drei Erben auf einmal. Ich dachte, es gibt kaum was zu vererben bei der Brotlosen Kunst. Wird deshalb gedrittelt? Doch, doch, doch. Mittlerweile gibt es auch das windige Geschäft zum Erben. Eine Windmühle. Also, mittlerweile, es wird, es wird. Da darf ich gar nicht, doch. Eieieiei. Ich bin gerade beschäftigt hier. Oh, je, da ist jemand verwundet. Ja, aber vielleicht einer von mir auch. Oh, das ist die Frau von... Ja, Kundenschaft für dich. Ich habe nämlich ziemlich Hunger. Was? Was ist geschehen? Entschuldigung. Warum ist meine Stärke bewusstlos? Und warum steht Leonie Lichtschälen daneben? Du willst nicht der ehrbaren Leonie Lichtschälen irgendwelche Gewalttaten in die Schuhe schieben, oder? Die ist ständig, die ist Stammkunde, die hat eine Flatrate. Die ist so oft verletzt, dass sie eigentlich schon bei dir wohnt. Ja, aber warum ist meine Stärke bewusstlos? Was weiß ich, vielleicht an Altersschwäche. Mein Stärke ist 19. Ja, im Mittelalter ist das alt. Nein, ist es nicht. Ich kann dir nicht gratulieren, leider, weil das bedeutet, ich bin es nicht geworden. Ja, weil die andere Bewerberin schon scheinbar gratulieren. Ich muss mich jetzt offensichtlich an dieser Stelle kurz entschuldigen. Offensichtlich hat Heinrich sich besoffen. Ach so, herrlich. Eigentlich, die Krieger sind alt genug, um zu spielen zu gehen, ist das schon irgendwie so eine verrückte Frage. Ich kann, glaube ich, irgendwie keine Verlobung auflösen. Nur heiraten und mich mit der Neuen nicht verloben, ist ein bisschen traurig. Weil die Neue ist halt viel reicher als die andere. Nein, nicht verlassen. Ach, was machst du denn? Kannst eine Verlögnis nicht brechen? Ja, ich weiß nicht wo. Weil du hast dich gerade verlobt. Du wolltest jetzt doch eine andere. Ja, vielleicht. Ja, dann lass sie doch einfach entfernen. Jetzt kann ich hier Liebesbeziehung beenden. Vielleicht wird das wirken. Vielleicht bricht das auch das Verlögnis. Oh, sorry. Wie ging das nochmal mit dem Bewerben? Ich bin jetzt im Rathaus. Auf den Ratsmitarbeiter zugehen und den Anklicken, der ganzen Gespräche mit dem Führen und dich bewerben. Ah, so war das. Ah, ja. Rechen zu finden. Danke. Ja, danke. Danke, danke, danke. Gibt es auch irgendeine Möglichkeit, die Mitspieler anzeigen zu lassen auf der Karte oder so? Oben gibt es das Buch der Dynastien. Ja. Und da kannst du dann die einzelnen Leute dir anschauen. Ach so, okay, ja gut. Aber das heißt, ich müsste dann auf die einzelnen Dynastien gehen und dann schauen, wo ihr seid. Ja, genau. Das geht zum Beispiel. Du kannst auch die Mini-Web wählen. Das ist aber, ich finde, die Mini-Web, muss ich ehrlich gestehen, nicht besonders gelungen. Aber da kannst du auf jeden Fall einstellen, dass da die Dynastien nur angeklickt sind. Und dann kannst du das so ein bisschen farblich einordnen. Aber ich muss sagen, ich würde es auch eher über das Dynastiebuch machen. Dann kannst du immer einfach auf das Familienoberhaupt Doppelklick machen. Dann bist du schnell, wo die Person ist. Oder du kannst auch auf eins deren Häuser klicken, wenn du da hin möchtest. Okay. Dankeschön. Immer. Also, die Helene werde ich jetzt feuern. Die ist ständig vor dem Bericht, das ist ja auch normal. Alter, Leonie ist schon wieder halbtot. Gehst du nicht zu deinen Mitarbeitern, Mara? Was ist denn das? Ja, die kommt jetzt weg. Loyal ist das nicht. Bestimmt. Aber wenn jemand ständig schuldig gesprochen wird, dann muss ja halt noch was denn hier los. Dann macht es dir offenbar auch keinen Sinn. Jetzt haben wir gleich die Wahl der Qual, ob wir uns eine Predigerhütte holen oder eine Stadtpredigerhütte. Die Predigerhütten kann man weiter draußen hinsetzen. Die Dörfer sind billiger, aber die Leute, die dort rumlaufen, legen natürlich auch weniger Geld in den Klingelbeutel rein. Die große Frage ist natürlich, wo haben wir eine gute, wo haben wir weniger Konkurrenz halt. Das wäre irgendwie ganz gut, wenn wir das hinbekommen. Ich habe eben ja zu Beginn, als das erste Gebäude gesetzt wurde, geschaut, in jedem der vier Stadtteile im Inneren Köln, wo man die besseren Predigerhäuser hinsetzen kann, das sind die vier, die ja farblich gekennzeichnet sind, da waren überall schon vor uns Predigergebäude von der KI gesteuert. Das heißt, es gab Überkonkurrenz und es gab keinen Stadtteil, wo ich hätte ein Haus hinsetzen können ohne Konkurrenz. Man kann Konkurrenzhäuser aufkaufen, das ist aber ein teurer Spaß. Sehr, sehr teuer, da haben wir noch lange nicht das Geld für. Und, naja, also die Frage ist, ob man vielleicht ausweicht. Das wäre dann klug, wenn wir feststellen, in einem dieser Dörfer weiter draußen, da gibt es selber kein kleines Predigergebäude, dann wäre das eine Option. Das könnten wir uns vielleicht mal überlegen, ja. Predigerhütten, hier scheint keine zu sein, zum Beispiel hier unten. Das könnte man machen. Und hier oben auch keine. Das ist die Stadt Predigerhütte, das sind die hier vorne und hier sehen wir halt, hier gibt es gleich mehrere. Eine von uns, eine von der Konkurrenz halt. Also die Frage ist, wo gehen wir hin? Jeder andere Stadtteil hat überall hier, das ist unserer hier vorne, bei den Gelben. Ne, da ist, ne, das ist nicht unserer, das ist einer von der KI zum Beispiel. Und so ist das hier überall. Das hatte ich eben für, äh, also, der könnte einfach ausweichen und draußen hinzugehen. Kommt weniger Geld rein, geht aber schneller und, wer weiß noch ein bisschen aus, wer weiß, ob die, die Mitbewerber von anderen Dynastien bereit sind, so weit rauszurennen. Zum Beispiel. Das könnte man einfach hier vorne in die Marktnähe hingehen und da was bauen, ne. Das macht durchaus Sinn für sein Wirt, sein Wirtsthaus. Kann ich nur empfehlen, da habe ich sehr gute Erfahrungen gemacht mit Obstbetrieben in einer Parallelwelt. Wie heißt der Laden Obst-Athelite-Glauen? Alfonso Betrüger-Sohn und Juliane Schmalberger heiraten. Das klingt doch nach einer Union, aus der nur Freude erwachsen wird. Ich habe gerade meine neunjährige Tochter angeklickt und sie hat gesagt, wenn ich groß bin, werde ich Henke. Ja, wir sind doch mal Träume. Dann ist die Mama. Ja, doch, offensichtlich. Wow. Das ist super, da anscheinend bei, ja. Da tut man sich aber als Eltern, da ist dann ja auch sehr einfach, oder? Weil man nicht irgendwie das Kind in so eine Richtung bringen muss, sondern sagt, ja, mein Kind werde das. Ja. Ich bin doch einem guten Plan. Ja, man muss das Kind immer unterstützen, in selben Wünschen. Absolut, absolut. Ist das richtig? Feier. Ich bin zur Stelle. Apropos unterstützen Kinder, sie sollen einmal Flöhe loslassen. Ich kann hier gerade unmöglich weg. Hm. Flöhe loslassen? Was ist mit Flöhen? Ja, ich brauchte eine Badstube zufällig, aber Flöhe? Ich bin gerade verhängt. Ich weiß nicht, ob mein Badstube Flöhe bräuchte. Habe ich was davon? Kommen die dann zu mir wegen den Flöhen? Wahrscheinlich nicht. Nee, ich glaube, damit schädigt man andere Betriebe. Die lässt du bei anderen Betrieben raus. Und dann gibt es, glaube ich, ein Malus auf die Produktivität dort, wenn ich mich richtig erinnere. Oh, das ist ständig im Knast. Ich habe tatsächlich mich ein bisschen erweitert jetzt. Ich habe mitbekommen, dass nicht das ganze Gemeindevolk hinter der Wissenschaft steht. Und damit ich die Schwurbler auch mit abdecke, habe ich neben dem Medizinhaus jetzt auch noch ein Parallelgebäude mit Kräutern gestartet. Kräuter, die ja wirklich was können. Und vielleicht verkauf ich auch Zuckerbästchen. Ich weiß es noch nicht. Ein bisschen Homöopathie, meinst du? Ja. Sehr gut, ja. Nee, aber ich habe tatsächlich jetzt auch ein Kräuterhaus weiter draußen im Dorf. Weißt du, wenn ihr mir nicht so weit laufen müsst. Ich bin schon ganz schön groß. Hexen gibt es nicht, heißt das. Also ist nicht zu übersehen. Und weil ich übrigens der Meinung bin, in diesem Spiel wohlgemerkt, dass Kinder mit, in einem Alter von, Moment, wie alt sind sie jetzt? Sie ist sehr jung noch. Wie sehe ich das? Sieben Jahre. Mit sieben Jahre muss man doch schon längst arbeiten. Meine Kinder können so fern notwendig fortan auch als Rattenjägerinnen auch angestellt werden. So, nur als kleiner Hinweis. Melania Baguetta hilft euch, die Ratten loszuwerden. Oh, ihr habt ein richtig hartes Bußgeld gerade bekommen. 2.400. 2.400? What? Du musst zwar schlimme Sachen gemacht haben, wenn die ja so ein Bußgeld auferlegt haben. Du bist ein bisschen Geld erpresst. 2.400 oder wie viel sagen würde, ist mir gar nicht aufgefallen. Also es geht um Schutzgeld erpressen. Ich bin gar nicht mehr so reich. Schutzgeld erpressen muss man dringend, müsste doch mal ein bisschen legaler werden, als es jetzt war es. Ja, also die Frage ist mir das scheitert. Das sind wir eine Ansage. Ich bin gar nicht mehr so reich. Ich habe gerade meine Konkurrenz aufgekauft, deswegen habe ich nicht mehr so viel Geld. Ja, ist aber auch nicht schlecht. Ja, also ihr könnt jetzt euch entscheiden, ob ihr euch sicherer fühlt bei Rang und Krank oder bei Knochensäge. Es sind beide sehr gute Betriebe in der Innenstadt. Da seid ihr auf jeden Fall gut dabei. Was hast du bezahlt für so einen Betrieb? Ist das deutlich teurer? 7.000, ja. Ja, das ist schon einiges mehr, ne? Okay, das heißt man bezahlt, also nicht nur die Mitarbeiter und das Interieur, sondern man bezahlt dann auch, dass man eine Konkurrenz aus dem Spiel nimmt, ne? Ja, auf jeden Fall. Wie läuft das ab? Siehst du sofort, was für einen Preis der haben möchte oder musst du so ein bisschen bieten? Ne, also ich habe jetzt einfach nur einen Preis gesehen. Dann habe ich es auf jeden Fall nicht gecheckt, aber ich wollte einfach mal gucken, wie das so ist, deswegen kaufe ich jetzt hier einfach Betriebe auf. Ich kaufe einfach alles auf. So, meine liebe reiche Ehefrau ist auch schwanger, jetzt wird es glaube ich mal Zeit zum Marktplatz zu gehen. Ihre Sachen zu verticken, die Arme liegen im Wochenbett hier und du. Nachdem nun hier, äh, hier diese, diese 16 Herrschaft, Alter, diese 16 Herrschaftlichen Gewänder, die du hast. Oh Gott. Wow. Wie viel bringt denn das bitte um? So, hier müssen wir noch ein bisschen abwarten jetzt, bis die Heirat möglich ist. Wir haben die Football-Garten gesteigert, ich war in den ersten Aktionen, aber hier muss der Cooldown erstmal durchlaufen, ist gleich der Fall. Dann können wir es nochmal versuchen, dritter Versuch eben, das dritte Kind in die Welt zu setzen, hat ja nicht geklappt. Die ersten beiden sind da, im dritten Mal klappte es nicht. Sie hat, also er hat eine super Deluxe-Furchtbarkeit. Bei ihr hat es mittlerweile schon ein knützekleines bisschen nachgelassen, aber der Wert war noch über 90 Prozent, haben wir halt Pech gehabt. Aber wir bleiben hier mal stehen und in Kürze sollte es klappen mit für Nachwuchs. Wir verkünden, dass mein guter Kürzer ein Kind gerade gekauft hat, wirklich, mit seinem wirtschaftlichen Geld. Ich habe mein Geld auch erwirtschaftet, ich muss ja auch mit dem Mann zusammen sein. Jawohl. Oh Gott. Meine Frau Leonie ist gerade zur öffentlichen Schmähung verurteilt worden. Oh je. Und ich war leicht dabei. Die würde ich aber auch schnell loswerden. Ja, vor allem haben wir einfach kein Geld mit reingebracht, wenn ich das geahnt hätte, dass das so leicht ist, man muss so gleich die Leute heiraten. Dann hätte ich nicht die nächstbeste an der Ecke geelicht. Alter, nee, es ist wie im echten Leben. Ich bin so durstig, ich könnte gerade einen ganzen Eindruck schweinen. Ja, ich bin zu romantisch, ich bin zu romantisch für sowas. Weißt du, ich habe das Gefühl, dass Glück und Zweisamkeit ist für kein Geld, der Welt zu kaufen. Das ist in dem Spiel hier offensichtlich anders. Nur so in dem Spiel wäre anders, ja. Wegen Leonie Lichtstil ist beendet, genau, ja. Nein. Aber jetzt kann ich ja tatsächlich verstiedene... Ja, aber lieber eine öffentliche Schmähung als 2000 Geld bezahlen. Da gebe ich dir recht, ja. Ja, ganz ehrlich, wenn man eh schon gesellschaftlich nichts mehr zu verlieren hat, ist so eine Schmähung auch egal. Da läuft sie schnell nach Hause. Jetzt kann ich ja tatsächlich Sachen produzieren, die ich in der Wirtschaft brauche, ne. Weil ich jetzt mit der Obstbauer kann... Also eigentlich nur Obst, glaube ich, an sich direkt... Aber ich kann ja auch noch... Ich kann mir jetzt ja weitere Sachen... Ich kann zum Beispiel auch Landwirt erlernen. Ja. Und das ist bitter. Schon wieder. Zweiter Versuch vom Ehepaar, ein Kind in die Welt zu setzen. Das dritte Kind hat schon wieder nicht hingehauen. Das ist echt bitter. Jetzt müssen wir wieder ein Weilchen warten. Müssen wir nochmal versuchen, weil nur mit zwei Kindern durchs Spiel zu kommen, das wird ein bisschen schwierig sein. Es gibt die Möglichkeit, ein Waisenkind zu adaptieren. Das ist relativ teuer. Wir können mal gucken gehen, wie teuer das ist. Jesty und in Betriebe. Ein Waisenkind hat, wie gesagt, schlechtere Werte. Und man verändert natürlich ein bisschen seine Charakterwerte. Man gilt dann als weniger egoistisch. Es gibt ja verschiedene Ansehensbalken in der Stadt. Aber das wäre eine Möglichkeit. Mal gucken, wo das ist mit den Waisenkindern. Ja, anscheinend nirgendwo. Also man muss in eine Kirche gehen. Aber es gibt sicher auch irgendwo anders noch was. Hm. Weiß jemand auswendig, wo das ist? In die Kirche gehen und mit dem Pfarrer reden. Aber es gibt normalerweise bei allem auch einen Button außerhalb der Gebäude. Aber hier anscheinend nicht. Wir könnten das mal machen. Wir schauen mal. Aber den Ehepartner, den kannst du austauschen. Also ich kann zu dem Thema sagen, dass ich mich für meine Ehefrau habe verprügeln lassen. Ich würde niemals über so etwas nachdenken. Da werde ich hoffentlich noch sehr lange mit ihr verheiratet sein. Hat sie dich gezwungen, das zu sagen? Nein. Schau dir die Bilder an, dann wirst du verstehen. Ich weiß nicht, ob ich das dann verstehe. Mein Mann gräbt gerade auf dem Friedhof Dinge aus. Also... Wie viele Betriebe hast du eigentlich? Ich weiß auch nicht, welchen Mann du dir gehandelt hast. Ich habe nicht so viel... Boah, das können wir uns nicht leisten. 2500 für ein Waisenkind, das können wir knicken. ...herstellen kann. Wunder dich nicht. Frag nicht, was im Make-up drin ist. Ist recht gut. Du erinnerst mich gerade so ein bisschen an meinen ehemaligen Vermieter, der damals beim Auszug, bei der Abnahme der Wohnung so vorgetextet hat, wie schlimm er das findet, dass er aufgrund der geringen Zinsen mit seinem ganzen Geld kein Geld mehr verdienen kann. Und der Hausmeister und ich standen neben ihm und er ist überhaupt nicht auf die Idee gekommen, dass vielleicht für uns die Lebensrealität nicht die ist, dass uns das gerade bedrückt, dass wir mit unserem Geld kein Geld mehr verdienen können. So bist du so ein bisschen, wirkst du auf mich gerade. Ich bin gerade verhindert. Soll ich dir wieder mal ein Flügel vorbeibringen? Der erste Klassenkonflikt. Wie gut, dass wir Mauer in unseren Reihen haben. Hör mal, bist du einen Schritt weiter mit der kollektiven Bitte von uns, die umzusetzen, Shuyoka ein bisschen auf den Pelz zu rücken? Hä, wieso mir? Ich bin nicht mal mehr die Reichste hier. Du bist ja einmal noch da. Das ist immer peinlich. Ich dachte, wir wären unter uns. Entschuldige bitte. Da musst du ja ganz offen über dich reden. Das ist mir sehr unangenehm. Ich hoffe, das verletzt deine Gefühle nicht. Hallo, ich bin empört. Du bist empört. Wir können eine Fede hier übrigens im Spiel eröffnen, weil ich nur mal so nebenbei erwähnt habe. Ja, aber ich tue doch niemandem was. Sollen wir alle finden? Also bei den Sachen, die du vorhattest, bräuchst du ja eigentlich ein bisschen Schutz und ein bisschen Geleit, oder? Och Mara, wechselt die Seiten. Ich würde vorschlagen, dass wir jetzt ab jetzt alle Mara auf den Kicker nehmen. Also, ich muss ehrlich sagen, ich bin enttäuscht. Ich bin enttäuscht des Gotteshauses. Weil ich bin, ich habe gespendet, falls du das schon wieder vergessen hast. Ich habe gespendet an das Gotteshaus und jetzt verladenst du. Ich bin, entschuldige bitte. Ich bin gefroren, dass du hier. Du hast mich völlig überzeugt. Das war ein schwerer Fehler von mir. Ich mache dir einen Alternativvorschlag. Wir und du gegen Mara. Wir versuchen, das Böse aus der Stadt zu vertreiben. Ich erinnere mich daran, dass auch der Kinische das kleine Waisenkind adoptiert hat. Und jetzt möchte es Henker werden. Das hat schon tatsächlich einen Berufsgrund. Aber warum guckst du nicht zu Maurice? Maurice ist auch reich. Der ist ja zu still. Was? Ich bin der Ärmste der Augen. Guck doch zu Maurice. Der hat Wolldecken. Ich habe keinen Wolldecken. Was wird denn das jetzt hier? Dann lass uns das doch anders machen. Wir rufen den einzigen wahren Gott an, den es gibt. Den Gott des freien Marktes. Und fragen euch beide einfach. Liebe Mara, liebe Shuyoka. Wie viel wollt ihr uns bieten dafür, dass wir euch verschonen und uns jeweils mit der anderen zusammenverschwören gegen einen? Aber wer sind wir? Alle anderen. Maurice, ziehst du mit? Okay. Maurice, ziehst du mit? Ja, ich fühle mich gut. Ja, ich ziehe mit allem mit. Nils, ziehst du mit? Ich ziehe sowas von mit Wobbegings. Ja, ich bin dabei. Wunderbar. Gaius Julus, bist du dabei, wenn die Kirche nicht ruft? Aber jetzt war so eine grundlegende Frage an dieser Stelle. Maurice, Mara, wäre es nicht viel sinnvoller, wenn wir uns von der ständigen Kirche abwenden würden, die einfach unsere Waisenkinder und unsere Spenden abweisen. Ich glaube, Maurice, du und ich, wir beide gemeinsam, haben einfach mehr Geld als alle anderen hier. Warum sollten wir uns von der Kirche einschültern lassen? Und Mara ist unser langer Arm der Gerechtigkeit. Oh, okay. Donald Trump lebt im Mittelalter. Das klingt ja ganz, ganz furchtbar. Die Familie Kämmerer möchte sagen, dass sie auch hinter einer Kaserne steht. Mal ganz deutlich. Oh, wo steht sie denn? Ich guck gerade da. So, also ich habe tatsächlich hier eine komplette... ... ... ... ... ... ... Okay, ich würde sagen, für die Geschichte wird jetzt erstmal ein bisschen Geld abresst. Wo ist diese Geschichte hier von Wright & Bull? In Düsseldorf. Andere Rheinsicht. Musst du die Karte verlassen, einmal rübergehen. Ist ganz heilig. Äh, sag mal, apropos Trump, wer von euch hatte eigentlich eben seine Tochter Melania genannt? Äh, das ist natürlich meine ehrenwerte Tochter, keine Frage. Also, das gibt mir auch gerade zu denken. In der Zunft der Großbecker natürlich. Ja, Melanias. Ja, und der Zweitgeborene heißt dann Donald, oder? Nein, sind wir noch im Überlegen. Wir sind noch im Überlegen. Aber Kornfried klingt, glaube ich, nicht so schlecht. Oh, Kornfried. Kornfried. Oh mein Gott. Das sind normale Namen. Das sind mittelalterliche Namen. Die kriegen wir ein bisschen gewürfelt, allerdings mit gezielten Würfen. Ob das stimmt oder nicht, wenn er redet gilt. Ich finde wirklich alle außer Wright & Bull. Wo ist denn das? Ich habe mich versteckt. Die heilige Kirche schützt mich. Hör mal, das macht gar keinen Sinn bei mir zu suchen. Außerdem wirst du damit schwerste Charismaschäden auf dich bekommen. Mach es nicht im Ernst. In aller Freundschaft, mach es nicht. Ich bin zwei reichsten Leute hinter mir. Reichte Leute haben kein Charisma. Aus der ich Leute kaufe sich jetzt die Gäste in den Himmel. Ja, jetzt mal ganz im Ernst und ohne Schalke oder ohne Scherz, Mara. Wenn du irgendwann mal Pech hast bei deiner Karriere, und das kann passieren, wer würde dann bereit sein, als einziger dir Kirchenasyl zu geben? Du hast Glück sich eben, dass ich dich nicht fädel. Das ist ein großes Gefühl. Also die Sache ist halt, es gibt zwei Möglichkeiten. Du kannst natürlich ins Kirchenasyl gehen, oder du wirst mit den Leuten befreundet, die das Wirtshaus und das Badehaus besitzen. Das stimmt, ja. Also willst du ein schönes Leben, oder ein langweiliges? Arm gegen Reich, gut gegen böse. Jetzt sind die ganzen klar gezogen. Also ich schlage mich hiermit freiwillig auf die Seiten der Armen, aber der frommen und guten Menschen. Wer macht mit? Wer schließt eine Gilde der armen und guten Menschen ab? Nee, das klingt überhaupt nicht. Ich wollte auch gerade sagen, das klingt jetzt nicht so interessant für jemanden, der reich und mächtig werden möchte. Also ich würde eigentlich denken, die brotlose Kunst hätte ich auf meiner Seite. Das Problem ist, als Bäcker hat man leider immer einen sehr schlechten Ruf, und dieser Ruf wird leider sehr oft dann auch bestätigt zu dieser Zeit. Und deswegen backe ich ja auch meine Brötchen sehr viel mit Sägespänen auch, einfach um den Leib ein bisschen größer wirken zu lassen und Geld zu sparen dabei. Deswegen hat man ja auch dann sehr oft mich geschupft. Ihr kennt das Bäcker-Schuppen wahrscheinlich. Deswegen tue ich mir sehr schwer, mich da jetzt auf die gute Seite zu stellen. Es tut mir leid. Wo ist eigentlich das Wirtshaus? Es tut mir echt leid, diese Versuche, die guten Menschen hier zu finden. Aber ich habe das Gefühl, Geilwas hat mich die richtigen Leute eingeladen, die gute Menschen haben. Das Problem ist, ich sehe keinen Mädelwert einfach dabei. Hast du gerade Mehrwert gesagt oder Mädelwert? Den hat er dich jetzt von Nils erwartet, muss ich ehrlich gestehen. Ich glaube, ich bin beschäftigt. Ah ja, okay, verstehe, verstehe. Maurice, hast du Zeit, dich mal privat in deinem Wirtshaus zu treffen für eine Unterredung mit Herrn Kämmerer? Habt ihr mich davon? Ich nehme dich auch gerne mit, falls du Zeit hättest. Ja, immer, immer. Sehr gut. Dann beleide ich dich mal mit. Sag mal, Korpelius, Korpelius, wenn ich eventuell in meine Kirche komme und den Leib Christi entgegennehmen und das Heilige Brot brechen, das klingt natürlich sehr verlockend für mich als Bäcker, welche Kirche ist das denn überhaupt? Ich habe es nicht so mit Kirchen, das darf ich nicht laut sagen, weil sonst Mara zu mir kommt und mich ausraubt und mir einen überschlägt. Lass dich einfach von meinen Worten leiten. Ich rufe im Hintergrund immer leise zu dir rüber und wenn die Stimme laut hat, bist du bei mir. Komm, Korpelius, komm, 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 rüber, komm. Jetzt kann ich sagen, dass der unsinnig geil ist. Ich habe jetzt nämlich überall geguckt. Ich habe es leider so schlecht bei den Ohren. Kannst du es nochmal wiederholen? Hallo? Komm, 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 komm. Ich gehe gerade übrigens noch mal spenden, ne? Diese böse Frau. Und ich mache das nicht nur aus Eigennützigkeit heraus. Nein, natürlich nicht. Nein. Sorry, wenn ich das jetzt wieder unterbreche, aber unser Sohn, der erste Sohn wurde geboren. Schön. Ich begrüße in diesem wunderbaren Leben Kornrad. Kornrad? Ist das so ein Kornwitz jetzt jeder? Nein, nein, ich weiß nicht. Also, das ist ein normaler Name. Kornrad. Ist der Ingol? Ich weiß ja nicht. Wie heißen die Kinder denn jetzt alle? Ratte mal runter. In meiner Dynastie? Ja, genau. Naja, wir sind ja, also begonnen hat ja David Baguetta, seines Zeichen, einer der musikalischsten Brotbäcker der Stadt. Und, oh. Ich wurde überfallen gerade. Wer hat mich niedergeschlagen? Mara, leg ein Geständnis ab. Was? Oh, Moment. Ich habe schon wieder ein Kind. Ja, toll. Sie sind nebenbei. Du zogst in Kinder und verprübelst hier, meine Leute. Jetzt steht einer mit dem Messer liegen hier. Abwasch. Nein, ich habe gewonnen. Ich habe gewonnen. Ich habe den Hescher niedergeschlagen. Gott lieb. Fürchte Gott. Die Heilige Kirche hat es geschafft. In Ernst. Ich habe nichts gemacht. Ich habe den Hescher abgewehrt. Er bricht zusammen und liegt zu. Das ist ja nicht zu fassen. Mara, war das einer von deinen Schergen? Jetzt ohne Scheiß. Das könnte sein. Das war fürchte Gott. Jetzt macht er es über die Karte. Das finde ich nicht. Ich gehe mal weg. Ja, der hat so ein gelbes Wappen. Sind das deine Leute? Das geht schon. Gelb. Gelb. Er ist erledigt. Ja, ist dein. Ich ein. Oder? Bist du die Gelbe im Spiel? Ich habe ein blaues Wappen. Ja, dann war das jemand anders. Gibt es die Hulingas? Nee, das war ein NPC-Charakter anscheinend. Du findest mich nicht, aber die KI findet mich. Das finde ich sehr bedenklich. So, ich war es nicht. Ja, das sagst du immer. Ich war es wirklich nicht. Ja. Jemand hat die Bevölkerung gegen euch aufgehetzt. Das darfst du nicht, was? Jemand hat die Bevölkerung gegen mich aufgehetzt, wer war es? Aha. Reise den Herrn statt in die Gehütte. So. Da, also. Sind die immer noch am Saufen? Ich kann gerade nicht. So. Ach nee, die sind schon wieder hier. Ich kann gerade nicht. Ja, ja, durchaus. So ganz heimlich wieder zurückgeschlossen. Werden Camille benötigt? Kaufen oder was? Nicht nicht. Nee, nee, ich wollte eine Unterhaltung mit Maurice führen. Jawohl. Weil er hier so frech in die Nachbarschaft gezogen ist. Wie? Was heißt frech? Ja, das würde ich jetzt gerne rausfinden wollen, ob es frech ist oder nicht. Aber ist es nicht zum grünen Drachen, der bereichert die Nachbarschaft? Ja, da würde ich gerne schon eine Unterhaltung führen, wenn das geht. Ja, natürlich. Können wir hier ins Wirtshaus? Kommen wir da hin? Das können wir, glaube ich, probieren jetzt. Und alles in Ordnung. Also wenn man ruhig den Weg ins Wirtshaus nicht führt, dann... Ich weiß nicht. Bevor er in das Wirtshaus noch abrauscht, es ist noch ganz kurz. Melania Baguetta hat in dieser Badestube lauslos ein wenig herumgesucht und sehr viele Ratten gefunden. Also ganz so hygienisch scheint es da aber nicht abzugehen da drinnen. Oha, oha, die sind aber schon weg nebenbei gemerkt, die haben das leider nicht mehr hören können. Ist egal. Der Diss kam bei uns positiv an. Es ist doch viel schöner, über Ablesene herzuziehen als über Anlesene. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Wir dürfen übrigens verkünden, dass wir von nun an Freibürger der Stadt Köln sind. Oh, nur du? Glückwunsch. Konrad Kammerer ist jetzt Freibürger auf jeden Fall, ja. Boah, ich bin so weit davon entfernt. Im Ernst, das Leben als Stadtklediger ist wirklich... Entschuldige bitte, dass ich das Wortspiel klaue. Echt eine brotlose Kunst hier. Mhm. Mir wurde gerade mitgeteilt, dass ich ein öffentliches Ärgernis bin. Wegen des Absingens von schmutzigen Liedern. Ich sag's euch, meine Musikkarriere beginnt demnächst. In einer Taverne werdet ihr verurteilt, 19 Münzen zu zahlen. So schlecht war es jetzt auch nicht. 19, das ist aber relativ wenig für diesen Gesangspünste. Also jetzt wirklich, meine Gesangspünste finde ich jetzt nicht so schlecht. Ich finde das Wort absingen aber auch so schön, das klingt wie... Afeitern. So richtig aus, wenn man... Das ist abgestoßen worden. Jemand erwartet ein Kind. Ja. Wir müssen noch ein bisschen die Tonleiter wahrscheinlich üben. Habt ihr gehört? Drittes Kind ist unterwegs. Ganz, ganz glorreich. Jetzt haben wir auch die Gelegenheit, hier eine dritte Predigerhütte hier irgendwo hinzusetzen. Diesen Stadtteil, hier ist niemand. Dann gehen wir einmal hin. Da ist keine Konkurrenz. Hier vorne geht's bitte hin. Geld ist ja auch da. In der Nähe des Marktplatzes. In der Hoffnung, dass es da gut Geld gibt. Haben wir eine Predigerhütte bauen. Der gute Täufer. Können wir machen, oder? Der gute Täufer. Das war irgendwie so ein Tarndamen. Oder wir nennen das einfach Tarnkirche oder so. Gute Täufer ist okay. Da, wo der Hahn krähte, geht's zum Beispiel auch. Einmal hier hin. Da entsteht sie. Sehr schön. Schön. Nee, also, also, ich mein, ich könnte jetzt ja so tun, so, ja, also, das ist ja auch wieder des, ne, es ist ja auch eine der Sachen, die Donald Trump so absurd machen, dass er immer so tut, als wäre er trotzdem noch so ein Einmal des Volkes und sowas. Ich bin da ehrlich. Nee, bin ich nicht. Ich bin einfach unglaublich reich. Ich bin einfach besser als das gemeine Volk. Und warum, ne, also... Ich muss noch echt ein Kompliment machen. Du bist einfach mit Abstand der Großmeister der Bescheidenheit. Ja, ja. Es ist ja auch nicht bescheiden oder unbescheiden, sondern einfach Fakten, ne, also, also, wie viel Dukaten habt ihr denn alle gerade so auf dem Konto? Definitiv. Ich habe einen niedrigen dreistelligen Betrag auf dem Konto. Ja, und wenn ich dir jetzt halt einfach ganz faktenneutral, ohne Bescheidenheit oder so sage, dass es bei mir ein hoher vierstelliger ist, ähm, dann... Du bist zu deinem Geld gekommen, weil du seiner hochschwangeren Frau die Besitztümer entrissen und auf dem Marktplatz verschleudert hast. So bist du zu Geld gekommen. Richtig ehrlos. Richtig ehrlos. Nee, Juliane Betrügersson war so eine Person, der man halt im Leben noch den Weg weisen muss. Die hatte viele Mittel, aber hat sie aus irgendeinem Grund... Frauheit, Mittelalter, ne? Ja, genau, sie hatte halt viele Mittel, aber hat sie aus irgendeinem Grund investiert in 20 Klamotten, die sie mit rumgetragen hat. Jetzt ist sie stolze Mitbesitzerin von fünf Betrieben. Ich glaube, die ist mir sehr dankbar, was ich aus ihrem Leben gemacht habe. Was du mit ihren Leuten aus ihrem Leben gemacht hast. Jetzt hat sie einen Bauernhof, zwei Gasthäuser, eine Schlachterei, ähm, also... Aber hast du schon einmal dran gedacht, dass das vielleicht etwas ist, was sie stresst und sie einfach glücklich war mit ihren 20 Kleidern? Nee, hab ich nicht. Ja, also, du musst dir überlegen, sie hatte im Gegenzug, ist sie jetzt mit dir verheiratet, ne? Eben, die nächste Strafel. Alfred ist so bezüglicher, sondern ist ein sehr fürsorglicher Liebhaber. Er dreht nur Schwein. Er hat ihn gerade angeklickt und er hat gesagt, ohne Fleiß kein Preis. Das ist wieder für Gericht. Er hat einen anderen Mara, was passiert? Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Wo soll ich denn so aufsteigen, wenn ich ständig 2.000 Euro Strafen bezahlen muss? Wieso ist gut denn eigentlich ständig, du bist doch stark wache, was machst du denn? Ja, aber es ist illegal, was ich mache. Ja, aber was machst du denn? Na ja, ein bisschen Schutzgeld. Ach so, Schutzgeld erpresst. Das ist also, aha. Ach so, Schutzgeld erpresst. Ah, Borgen, Borgen ist an Bord, Marien. Das ist ja unfassbar. Ja. Sie leid ist für eine Stadtinvestition. Wenn es der Stadt gut geht, geht es für allen gut. Ja, ja genau, genau. Oh Gott. Aber ich mache mir so ein bisschen Sorgen, bei Gaius ist sehr, sehr still. Wir können gerne eine Unterhaltung im Wirtshaus alleine treffen. Ich möchte erstmal da reinhorchen, was du so böses planen könntest. Was planst du denn gerade? Ich bin ein ehrlicher Tischler, der einfach die Kämme an Männer und Frauen in Köln loswerden möchte. Kämme. Es ist sehr schokisch. Dass es einen parallelen Verlauf gibt, der Anzahl der verkauften Kämme und Brötchen, weil bekanntlich beim Hobeln fallen Späne, die zufälligerweise wieder von mir verarbeitet werden. Wir sollten da ein bisschen bessere Geschäftsbedingungen einmal aushandeln, ihr war Gaius. Ja, dass ich für meine Späne auch mal bezahlt werde, ne? Ja, das ist Abfall für dich. Ja, aber du profitierst davon. Ja, das ist mir egal. Achso. Ja, du, ich meine... Du würdest das ja wegwerfen. Warum soll ich etwas zahlen für etwas, was du wegwirfst? Ja, weil schon ein Handel in unserer Gesellschaft funktioniert. Ja. Ja, klar. Wegwerfgesellschaft. Ich könnte mir auch eine Entsorgungsgebühr vorstellen, die Gaius dann zahlt. Zuerst brauchen wir jetzt nicht solche Einwürfe. Das ist jetzt... Das ist jetzt nicht... Das ist jetzt nicht an dieser Stelle. Entsorgungsgebühr. Das gefällt mir gut. Ja, die Entsorgungsgebühren auch für Leute verlangen, die betrunkenen Ecken liegen, die wir aufgabeln. Ist das auch eine Entsorgungsgebühr? Ja. Kann man machen. Schon, oder? Was macht ihr dann mit denen, ist die Frage. Sie heilen. Okay, heilen. Also es ist eine Entsorgungsgebühr, weil ich entsorge sie von der Strafe, dann heile ich sie. Das ist eine Heilungsgebühr. Okay. Und dann ist es eine Ich-lass-dich-auf-wieder-gehen-Gebühr. Achso, warte. Das hätte ich nicht laut sein dürfen. Nee, aber... Aber wenn du während dem Heilprozess auch noch was essen möchtest, dann gibt's auch noch die Gasthausgebühr. Die gibt's dann Memories zu verrichten. Ja, ja. Ja, nee. Ich bin nur ein bescheidener Verkäufer von Radbürsten. Oh, ich bemerke jetzt erst mit riesiger Verzögerung, dass ich ein Amt bekommen habe im Rathaus. Das ist mir so peinlich. Das ging an mir komplett vorbei. Ich hatte es schon bemerkt. Ich dachte, es war einfach nur, ähm, die, die kirchliche, äh, wie nennt man das? Und ist das Wort entfallen? Äh, dass ihr nicht prahlt, als kirchlicher Prediger. So. Derweil... Wie krieg ich denn noch ein bisschen Einfluss hier? Mein schwerer Schneestorch... Äh, wir möchten die Werte an der Kastele darauf hinweisen, dass man sich aktuell für das Amt des Stattdiennes bewerben kann. Ja, jetzt hör doch mal auf, da bin ich doch gerade unterwegs. Jetzt muss ich mich wieder geschlagen geben, ey. Warum verrätst du das denn? Na? Nun... Nun! Das hat doch alles gesagt, äh, sein, denk ich. Ah, ja, das ging ja schnell. Also, es wäre ein bittiger Gewicht. Wollen wir mal schauen. Wir haben ja... Das Problem bei uns ist ja eigentlich nicht das Geld. Also ist ja eigentlich nicht der Einfluss, sondern das Geld. Wenn wir jetzt nicht mal im Bereich Sozialkompetenz ein bisschen von einem unfassbar vielen Einfluss, den wir geworgen haben, dadurch, dass unsere, ähm, dadurch, dass Gottlieb und Alexandra immer Predigente über die Straßen laufen, allen Leuten erzählen, wie glorreich unsere Dynastie ist, dadurch sammeln die ja Einflusspunkte. Ob wir ja nicht ein bisschen was investieren wollen, die Bohne, die wir dabei bekommen, bekommen auch unsere Angestellten. Zum Beispiel den Plus-Eins-Charisma hier. Sollte eigentlich im Stadtpredigerberuf eine coole Sache sein. Stecken wir einmal 150 rein hier. Und dann können wir auch mal schauen gehen. Ich weiß gar nicht, ob der Predigerberuf bei Wissenschaft oder bei Gaunerei ist. Ich befürchte das Schlimmste. Wir gehen hier vorne mal gucken bei Gaunerei. Spielmann, Schmuckler, Räuber, Totengräber. Das Spiel ist garantiert Wissenschaft. Ja, wir sind Wissenschaftler. Prediger, Theologie. Prediger 1, 2 und 3 sind schon freigeschaltet. Das nächste wäre so teuer. Und dann müssen wir vorher Patricia sein. Den Rang können wir uns noch lange nicht leisten. Hier könnten wir investieren für Schrift, Gelehrte 1 und könnten unsere Betriebe aufleveln. Aber da wir im Augenblick noch nicht mal alle unser ganzes Betriebslimit ausgeschöpft haben. Also wir können immer noch Betriebe bauen. Wir haben die Grenze noch nicht erreicht. Da würde ich da noch nichts reinstecken. Erstmal noch mehr die Dörfer Zugpflaster mit weiteren Betrieben. Das wäre nicht eigentlich ganz gut. Und ich glaube, wir kommen auch im Augenblick zu Geld, weil wir das Amte bekommen haben. Ich habe es total vergessen. Ich habe mich beworben. Ich habe plötzlich einmal das Amt bekommen. Ich habe die Meldung nicht mitbekommen wahrscheinlich, weil ich mit den anderen gequatscht habe. Aber wir können das jetzt auf jeden Fall nutzen. Das Geld, das jetzt doch etwas vermehrt reinkommt, um noch weitere Betriebe in den Vororten zu gründen. Zwei können wir sicher noch setzen. Es wird gesagt. Ähm. Nee. Ausbeuten? Ich, also sie, sie, es ist ja Teil, also es wird ja nicht ausgebeutet, wenn ich, wenn ich ihre Assets nehme und sie in unseren gemeinsamen Reichtum investiere. Da, da ist ja dann nicht irgendwie, ne? Also. Ich möchte an dieser Stelle ganz kurz erwähnen, dass ich eines meiner Heilhäuser leider abgerissen habe. Oh nein. Das liegt daran, dass die Mitarbeiter Pausen haben wollten und angedroht haben, eine Gewerkschaft zu gründen. Deswegen sind wir, haben wir so geredigt. Und um sicher zu gehen, dass der Service aber besonders gut in der Innenstadt wird, entsteht an selber Stelle jetzt stattdessen ein Apotheker, damit wir einfach mehr Auswahl haben. Das heißt, ihr könnt jetzt für jede finanzielle Situation, in der ihr seid, entscheiden, kann ich mir ein Krankenhaus leisten? Nein, kein Problem. Kann ich mir eine Apotheke leisten? Nein, kein Problem. Möchte ich in ein Kräuterhaus gehen? Nein, kein Problem. Wir haben auch noch einen Gasthof, also Maurice. Das heißt, wir haben alle Probleme gelöst aus allen gesundheitlichen Aspekten. Das Bier ist das billigste. Ja, es ist alles. Wir haben die besten Bratwürste der Stadt. Es ist wundervoll. Die helfen auch gegen Zahnschmerzen. Richtig, richtig. Wenn du einfach mal hier so eine leckere Bratwurst runtergeschlungen hast, vergisst du die Widrigkeiten der Welt. Ich finde das sehr erstaunlich, dass so wie in der echten Welt auch die Dynamik hier ist, dass sich die Neureichen miteinander verbünden und sich über ihr gemeinsames Geld definieren und den Unterschied zum niederen Pöbel. Das ist wirklich erschreckend, so als wäre das eine im Mensch tief verarbeitete Verhaltensweise. Ich finde auch, das sind charakterliche Abgeordnete hier und durch. Das hat der Dieb gerade gesagt eigentlich? Ja, das hat der Dieb gerade gesagt. Das hat der Dieb gesagt. Ich bin lediglich für die Umverteilung der Ungerechtigkeit verantwortlich. So, hättest du dich Robin Hood nennen müssen. Ja. Ich bin gerade begeistert. Du sagst dafür das Charme. Schon wieder? Ja. Ich finde übrigens die Namen, die das Spiel manchmal autogeneriert, tatsächlich sehr toll. Ein Gast in meiner Wirtschaft heißt gerade Aurelie Metzelfetz. Oh, geil. So, also meine Tante. Echt, ne? Ich möchte jetzt aber noch kurz anschließen an diese Diskussion mit dieser schönen Verkettung von man hat Schmerzen und landet am Ende dann doch im Wirtshaus. Entschuldigung. Zu den Bratwürsten eignet sich ja vorzügliches Gebäck, würde ich einmal meinen. Kann man da vielleicht da gemeinsam was auf die Beine stellen? So, Qualität und Qualität geben sich die Hand. Ich weiß nicht, wie viel Geld hast du denn? Achso, ist das so ein exklusiver Club, dass ich mich einkaufen muss? Ja, wir sind halt ein bisschen wie Amerika. Stell dir uns vor, in so 2000 Jahren bin ich das Healthcare System und Maurice ist das Fast Food Monopol. Also echt schlecht. Aber erfolgreich. Aber reich. Unfassbar reich. Okay. Was ich da gut noch anbieten würde, so als Grundidee, wäre noch schulische Ausbildung. Ist auch teuer. Ja. Mhm. So, drittes Kind ist unterwegs, kommt in nächster Welt, habt ihr gesehen. Jetzt schauen wir mal, ob wir möglicherweise, also in vierten Betrieb können wir noch gründen. Ich glaube, es gibt vier Vororte in Köln. In der einen haben wir jetzt eine Stadt Predigerhütte hingesetzt. Das gibt wenig Geld, aber man hat keine Konkurrenz. Und die anderen behalten sich wahrscheinlich vor allem im Stadtzentrum, denke ich mal. Also, bis die jetzt mal rauflaufen, um einen von uns zu massakrieren, wenn wir nicht gerade auf dem Weg liegen. In den Vororten sind das eher unwahrscheinlich. Vielleicht können wir uns da so durchmogeln. Städten, denke ich mal. Also lieber klein und bescheiden, aber kontinuierlich uns irgendwie nähren und das Risiko ein bisschen verteilen, als irgendwie, was weiß ich, so eine Angeberkirche mitten in die Innenstadt reinzusetzen, die einem dann abgefackelt oder ausgeraubt wird. Wir haben immer noch relativ Geldprobleme, aber Einfluss passt so langsam leider. Das machen wir mal folgendes. Gehen wir einmal rein nochmal in den Talentbaum und gucken mal, ob wir hier noch ein bisschen was machen können. Ob wir hier noch was reißen können bei der Sozialkompetenz. Alle bekommen plus 1 Aufmerksamkeit, da wird man nicht so leicht überfallen. 10 Gesundheit, dann sind wir in Kämpfen. Mehr Produktivität. Also für die Herstellung von Gegenständen, das machen wir ja nicht. Noch wieder Produktivität. Also ich vermute mal, Charisma hilft unseren Predigern. Ich vermute das, ich weiß es nicht. Produktivität dagegen nicht und das ist alles ein anderer Titel. Wir könnten Geld investieren, richtig hören wir es bei uns im Chat. Und jetzt liebe Grüße, dass ihr so emsig diskutiert, obwohl ich so wenig. Danke an X-Bahn fürs Chiren. An Targos, siebtes Abo. Rukos, siebtes Abo. Ferratius, liebe Grüße. Danke fürs sechste. Kangor, danke fürs dritte. Danke an Mrs. Hippie fürs 14. Abo hier. Fürs Chiren an Kaida Keller. RealTV, danke fürs 27. auch an dich. Dragoon, Dragon hat eben 5 Abos verschenkt, danke. Danke schon an Bade Nova für die 2 Abos. Nee, fürs zweite Abo bei dir, danke an dich. Hierro, zum neunten Mal abonniert, vielen Dank dafür. Arrow hat gecheert. Danke an Fabi Monster fürs vierte Monats Abo hier bei uns. Und El Duderino hat gecheert und P the Bee ebenfalls. Danke an euch alle. TerraWulf, auch gecheert, danke an dich. Gilderandor, 21. Abo, schönen guten Abend an dich. Jurin, Jurin the Bard, dickes Danke fürs neunte Abo. Liebe Grüße. Und Ocht hat zum vierten Mal abonniert. One auf 18. Fünfzehntes Abo hier mittlerweile schon reingekommen. Berkules Marc Beer, sehr witziger Nickname. Danke dir an dich fürs elfte Abo. Und Hippie, oder Hippie TV, danke fürs zehnte Abo an dich. Thuna eben, zum sechzehnten Mal schon unterwegs, dickes Dankeschön an dich. Thunfushtoni, 27. Abo, riesen Veteranenstatus hier für Thunfushtoni. Habock hat ein Abo verschenkt an CrazyYob, danke an Rio fürs elfte Abo. Sarkast, zweites Abo. Wubu, zurück an dich, ich hab's gelesen. Danke an Nosuadant fürs dreizehnte Abo. Ich hab die ganze Zeit nicht drauf reagiert, das muss ich ein bisschen runterrattern. Skysegeljack27 ist das, ganz ewig schon dabei und auf was Sendetes geschrieben. Liebe, also ganz ganz lieb, vielen Dank dafür. Gnarak hat gestern abonniert. Das sind die Abos, die ich gerade alle sehen kann und ich hoffe, ich hab keinen vergessen von euch allen. Also, wir können natürlich Geld sammeln, um diesen Hinweis im Chat aufzugreifen, für ein besseres Amt in der Stadt, um uns dafür zu bewerben. Eines haben wir schon. Um uns für ein zweites Amt zu bewerben, brauchen wir den Skill-Fetternwirtschaft. Wiederum bekommen wir es dann, wenn wir im Talentbuch einen höheren Titel erwirtschaftet haben. Für die 8.000 müssten wir sehr lange sparen. Ich würde sagen, wir sorgen erstmal für die wirtschaftliche Grundlage und füllen mit jedem weiteren Titel, den man hier hat, kann man hier mehr Betriebe machen. In der Regel ein Betrieb mehr. Und da wir alle gestartet sind bei dieser Multiplayer-Partie auf dem Sockel Bürger, können wir also sehr viele Betriebe starten. Ich vermute, es sind fünf. Wir haben jetzt ein, zwei, drei, drei aber glaube ich, oder vier. Also ein bis zwei sollten wir noch gründen können. Sollte noch drin sein. Ja, also mindestens einen können wir noch gründen, das sollten wir auch machen. Eventuell sogar noch zweites. Ein drittes Kind ist mittlerweile unterwegs, kommt demnächst hier auch. Hier ist es erst dann aufgeführt, wenn es zur Welt gekommen ist. Und einen Auftrag kann man dem Kind erst dann im Wohnhaus geben, wenn es fünf Jahre alt ist. Ist ein Kind 15 Jahre alt, kann es selber auch Familie gründen, arbeiten gehen und so weiter. Einmal bankrott, fast. Manchmal, ja das ist schlimm, aber du kannst ja mal bei unseren reichen Freunden fragen, ob sie dir einen Kredit zu sicherlich sehr humanen Zinsen geben würden. Die Hoffnung stirbt mir als allerletztes. Oh mein Ansehen hat sich verschlechtert. Diebesgilde verbreitet Gerüchte. Ja. So, so, die Reisegruppe wird bald zurückschleichen, muss man ja damit sagen. Das versteht man nur, wenn man im Business ist. Ja, das stimmt, das verstehe ich. Bei mir im Chat ist übrigens schön, dass, ähm, dass, also, da sind lauter Ökonomen, die verstehen, worauf ich hinaus will. Die Bürosamen von Maurice's Tisch werden auch euch reich machen, schreibt Franz Rose. Genau das, genau das. Ähm, kommt an meinen Tisch und vielleicht fällt auch eine Bratwurst für euch ab. Das klingt, als würdest du ein Impfzentrum aufmachen. Ich hab leider schon die maximale Anzahl meiner Betriebe jetzt erreicht. Wie viele hast du denn? Ich habe fünf. Wow. Wirklich einiges, ja. Wer darf man nicht, oder was? Da musst du im sozialen Rang aufsteigen, dann kannst du noch mehr Betriebe haben. In welchem Rang hast du denn, Maurice, aktuell? Äh, noch bin ich nur Bürger, aber ich werde jetzt wahrscheinlich dann bald mal gucken. Ach. So, wie ist denn jetzt, warum ist hier dieses ganze Obst? Ich bräuchte mal mehr Einfluss tatsächlich. Daran scheitert es bei mir gerade, weil geldtechnisch stehe ich auch relativ gut da. Die Kämme werden gut angenommen von der Bevölkerung Kölns. Freut mich. Hm. Und auch erst klassische Qualität. Das freut mich zu hören. Also in Kassenbuch kann man gucken, ich habe das hier mal verschoben, Einnahmen unter Ausgaben bei unseren Betrieben. Bei den Ausgaben sind die Baukosten auch drin. Und das sind die letzten Gebäude, die wir gebaut haben. Da sind die Ausgaben hier vorne. Die Gehälter sind noch nicht drin. Und weil die Einnahmen erst langsam kommen. Dadurch, dass die Leute mit dem Klingelbeutel rumlaufen, ist das natürlich verzerrend. Insgesamt sind die Ausgaben geringer als bei den Produzierenden Betrieben, weil wir halt keine Rohstoffe einkaufen müssen. Wir müssen nur die Erweiterung bauen in den Betrieben. Und wir müssen Geld in die Hand nehmen, um unsere Mitarbeiter zu bezahlen. Eine gute Bezahlung hilft sicher auch, damit die Seltener selber in den Klingelbeutel reingreifen. Das sind so die Dinge. Das ist der bessere Betrieb hier unten. Das war der erste, der wir gebaut haben. Der hat auf Zeit auch gut was erwirtschaftet. Das sind die Kleinen hier oben. Baukosten hier. Einnahmen hier. Ich riskiere erstmal mit einer weiteren Stadt. Prä-Prä-Prä-Prä die Gehütte auch dann, wenn wir uns irgendwo in Konkurrenz begeben. Aber nach dem fünften Betrieb, der sechste, der wird eine Weile dauern. Dafür braucht man, glaube ich, einen höheren Titel. Das ist so... Ja, das ist durchaus eine Maxim, die meistens stimmt. Ach, schon wieder verklagt. Das gibt's doch nicht. Taschendiebstahl, das ist doch Quatsch. Man kann hier übrigens auch die Stadtwachen extrem erhöhen, wenn man den richtigen Posten hat. Ähm, es gibt hier einige Möglichkeiten tatsächlich, die so versteckt sind, die man im ersten Moment gar nicht merkt, die man mit Ämtern hier noch machen kann. Hm. Aktuell sind wir übrigens unregiert, wir haben keinen Bürgermeister in Köln. Oh, da kann man sich da direkt drauf bewerben. Wenn du Junker bist, wenn du irgendeine Abstammungsurkunde findest dafür, dann ja. Kann man sich eine klauen? Das gibt's ja gar nicht. Schau mal hin, kann es sein, dass es eine Innenstadt die ganze Zeit in dem Bereich überhaupt gar keine Stadtpredigerhütte gab? Kann man uns direkt darin bewerben? Hätte ich, ich habe anscheinend nur drei der Vierviertel gecheckt. Na, am besten in der Nähe des Marktplatzes hier vorne. Problem ist, da sind wir natürlich direkt im Dom näher. Auch in dem Aufmerksamkeits, in Aufmerksamkeitsreichweite der Schläger und Diebe. Ich hoffe, das geht gut. Haben wir da was? Gräberplündern ist legal in Köln, ja. So, los geht's. Das ist tatsächlich immer am Anfang, glaube ich, legal, damit der Totengräber halt sein, ähm, sein Business überhaupt machen kann. Wäre sonst ungünstig, das stimmt. So, die nördliche Vorstadt hat Kämme geordert, da werden jetzt erstmal wieder 17 Stückchen gebracht und verkauft. Ich habe hier eine Laterne gefunden, die lila leuchtet. Ich bin mir nicht sicher, ob das Hexerei ist. Sollen wir mal eine Inquisition beauftragen? Ja, definitiv. Gute Idee, gute Idee. Definitiv. Vor der Schreibstube gesammelte Werke leuchtet die so lila. Am, am Altstadtmarktplatz. Äh, zwischendrin, ich habe eine frohe Brotschaft zu verkünden. Oh man. Wir haben einen weiteren Sohn bekommen mit dem schönen Namen Dinkelbert. Er wird in der Zukunft die besten Gepäckstücke aus feinstem Weizenmehl natürlich produzieren. Sehr schön. Ich habe mich glücklich zu hören, wirklich. Das macht mich echt glücklich. Ist der Name glutenfrei? Äh, ja. Ja, ja. Das ist so eine neue Mischung, die wir da versucht haben. Hat ganz gut funktioniert, ja. Das ist gut. Da komme ich auch mal vorbei. Ich habe nämlich im Real Life Zoliakie, dann kann ich bei dir mal vorbekommen. Sehr gut. Ist nämlich gut verträglich unser Sohn. Das höre ich gerne. Und dementsprechend lässt sich auch sehr gut verheiratet natürlich dann. Ja. Meine drei Kinder hören übrigens auf den Namen Jesus, Maria und Petrus. Und ich hoffe, ihr haltet eure Finger im Griff und schlagt die nicht nieder. Das kommt nicht gut an, Leute. Dann haben die Stirn mir irgendwas von mangelnder Bescheidenheit zu erzählen. Ich kann ja nicht noch großkotziger werden und einen Sohn zum Beispiel Maurice nennen. Ja, das könntest du. Vielleicht auch einfach der reiche Maurice, könntest du ihn nennen. Ein Mitglied meiner Familie ist verstorben. Was? Oh nein. Er hat sicherlich nicht die feinsten Produkte für unsere Familie gekauft. Habt ihr gerade meinen Ehemann hingerichtet? Jetzt nicht, bitte. Es wäre nicht unverdient ehrlich gesagt. Hallo? Was kann denn mein Ehemann dafür, dass er ausgenommen wurde? Naja, indem er sich so zu einem Opfer hat machen lassen, verhöhnt er... Oh komm, jetzt sind's böse. Was? Das ist jetzt so richtig böse. Ein neues Gemeinde wurde errichtet. Ich bin er, ich mein, er ist ja offensichtlich zu einem Beispiel geworden, zu einem sehr schlechten. Das Nachahmer inspiriert hat. Namentlich Maurice. Und er ist sozusagen die Ursünde. Um den Mann kann ich doch nicht trauern. Er ist die Ursünde? Ja, er ist die Ursünde. Dir ist schon bewusst, dass du mit dieser Hinrichtung, die du hier provoziert hast, mir ermöglicht hast, einen neuen reichen Mann zu heiraten für noch mehr Geld? Aber weißt du, was... Du bist eher auf einem anderen Planeten, was du dir da verelfenbein Türme baust. Das ist mir doch egal. Außerdem habe ich gerade gelernt, je mehr Geld du hast, desto mehr fällt für alle anderen auch ab. Ich kann gerade nicht. Oh, Jesus. Es fühlt sich ganz furchtbar an. Ich möchte übrigens feierlich an dieser Stelle erzählen, dass wir, also dass ich, also leider mein Mann hat es ja nicht mehr erlebt. Der arme, der arme gute Mann, Ruhe in Frieden. Ich bin zur Freibürgerin aufgestiegen. Oh, hört, hört. Ein zweites Schleure. Achso. Titler schlichen wir dann mal. Bitte was? Was hast... Was ist das schon wieder für ein Brothass da hinten? Ey, ich hab jetzt... Ich hab jetzt gar nicht... Ich war gerade in einem anderen Gespräch drinnen. Bitte, um was geht's? Habt ihr das gesehen? Die haben zusammen anscheinend den Eingreifer niedergeschlagen. Und gleich danach geben sich einen ehrlichen Kuss. Die Hormone drehen jetzt durch. Die beiden völlig berauscht. Tanzen einmal noch mal mit dem Ehepartner. Auf den Knochen, auf den gebrochenen Knochen der Angreiferin. Und klingt. Ich beschwingt in der nächsten Epoche dann wahrscheinlich gleich ein Kind zeugen. Das ist ja unfassbar. Was für Geschichten ihr erlebt. Das ist ja nicht echt krass. Kommt mal gleich noch einen Kuss. Ich will gleich noch mal knutschen hier. Wir wollen hier auf Nummer sicher gehen, dass es auf jeden Fall klappt. Furchtbarkeit steigern, steigern, steigern. Jetzt für Nachwuchssorgen, bitte. Und die rennt hinterher und will Rache, aber wir verschwinden im nächsten Haus. Das Psychopäne. Sie braucht nun einen sehr wohlhabenden Mann. Inventarüberprüfer. Such einen mit Pferd. Wie du siehst, bei mir ist alles sehr taktisch. Das hat was zu tun. Also ihr geht dann immer auf, ganz normal, wo man diese, eine Romanze beginnt. Genau. Und dann sucht ihr die. Und bei der Liste kannst du auch wirklich auf die Köpfe draufklicken, dass du die ausgewählt hast. Und dann kannst du auf Informationen noch gehen, auf diesen Info-Button. Die ist schon erwachsen, deine Tochter. Ja, das ist das Waisenkind, wo ich gut investiert habe. Ist man hier ab 15 erwachsen? Ist das richtig? Hab ich das richtig im Kopf? Alles in Ordnung. Ja, ich glaube sie ist jetzt 16 oder so. Dann müsste es passen. Ich darf übrigens verkünden, dass Konrad Kemmerer jetzt Patrizia ist. Oh. Ist ja schön. Gesellschaftlicher Aufstieg. Aber was macht das? Achso. Wo sehe ich denn, ob der Pferd hat? Ist das so ganz links unten? Wer das sah? Wer reitet? Auch das. Oha. Ja, weil jetzt so gut Geld reingekommen. Das ist das zweite Stadtpredigerhaus, das wir mittlerweile haben. Wir gehen einmal rüber. Und schauen mal, ob wir woanders noch weitere Mitarbeiter einstellen können. Und hier vorne, das ist komplett. Und hier können wir draußen nochmal einen einstellen. Bei Preise den Herrn. Gebt nicht weil. Achso. Haben wir schon komplett ausgebaut. Das ist zu teuer. Eins, zwei. Hier können wir für 600 einmal machen. Und stellen einen weiteren Mitarbeiter einer weiteren Mitarbeiterin rein fürs Predigen. Alles in Ordnung. Ist harmloser. Aber... Oh, macht das nicht. Was soll das hier eigentlich sein? Amt des Landesherrn ist unbesetzt. Jetzt müsste man nur noch Freiherr sein. Ja. Bürgermeister können wir auch nicht werden, ne. Da musst du schon Amtsstufe 3 haben anscheinend. Junker, ja. Das dauert lang. Aber für mich ist jetzt sozusagen die zweite Schiene offen und möglich. Diese Richter- und Hauptmannsschiene. Oh. Als Patrizia. Muss nur noch ein Amt frei werden, ne. So, die hier. Geht mal raus. Ich hätte eigentlich aufgefallen, dass wenn ihr sagt, ihr wollt's nachkommen, euch um Nachkommen kümmern, um es jetzt schön zu formulieren, dass das nur über den Mann funktioniert und nicht über die Frau? Ne, es geht auch über die Frau. Hab ich eben ausprobiert. Ja, ja. Aber das wird mir nicht angezeigt unten in der Leiste. Ich glaube, es geht immer mal deinen Hauptcharakter, den du spielst. Ach so. Okay. Weil mir wird's bei den Männern nicht angezeigt. Dann wird's das sein. Okay. Also mir wurde es eben, glaube ich, angezeigt, nicht mit dem Hauptcharakter, sondern mit dessen Ehefrau. Drei Uhr morgens und alles in Ordnung. Ich bin zur Stelle. Ich guck nochmal nach. Flix ist keine Mitpferd. Ihr wünscht mich zu sprechen? Ne, stimmt. Es geht nur über den Hauptcharakter. Hast recht, Pia. Ich wurde gefragt, wieso bekomme ich gerade kein... Mein Chat ist so geldgierig geworden jetzt. Ich habe sie aber auch geprimed. Wieso bekommst du gerade kein Geld? Jeder hat den Chat in der verdient. Es ist wirklich so. Die sind alle... Es ist... Ich weiß nicht... Irgendwann wird... Also was ich mir hier für eine Bande von Halunken auf Twitch heranzüchte, irgendwann wird hier was passieren, glaube ich. Aber in dem Fall... Es ist gerade Nacht, Leute. Ich verstehe es auch nicht ganz. Aber Arbeiter wollen manchmal Feierabend. Was ist das? Ähm... Das ist, finde ich, auch nicht okay. Als... Als... Betriebsbesitzer. Aber... Aber anscheinend ist es so. Ne? Ähm... Hat dich jetzt neulich jemand irgendwie eine 42-Stunden-Arbeitswoche zumindest ins Gespräch gebracht hier? Ja. Das redet nicht über Österreich. Don't talk about Austria. Also... Viertes Kind ist unterwegs. Mittlerweile haben wir bei den Betrieben das Limit erreicht. Wir hätten zwei Möglichkeiten. Möglichkeit Nummer eins ist Geld sparen. Für den nächsten Titel. Der ist relativ teuer, weil wir mit Bürger angefangen hatten in der Multiplayer-Partie. Wir spielen uns auf einer schnellen Spielgeschwindigkeit. Das heißt konkret, dass vier Runden, so heißt es im Spiel, vergehen in einem Jahr, glaube ich, oder so. Also die Zeit vergeht schneller und die Leute altern schneller und die Familien entstehen dadurch schneller halt. Und wer kommt also schneller dahin, viele Kinder zu haben, Politik zu betreiben. Das hatte Gaius Julius als Einstellung gewählt. Für Freien Bürger könnten wir sammeln. 8000. Danach hätten wir, ihr seht es unten, Betriebs-Limit plus eins. Damit dabei ein paar Mal auch angegriffen wurden, könnten wir uns allerdings auch mal endlich einen Schergen leisten. Einen ersten Schergen, der einen von uns bewacht. Und ich glaube, das könnte Alexandra sein. Also Alexandra und Gottlieb wären ja bisweilen angegriffen. Ab Freiburger könnten wir uns einen zweiten Schergen leisten. Dann könnten wir einen Leibwächter für Alexandra anstellen und einen Leibwächter für Gottlieb. Das wäre so, finde ich, naheliegend. Eine ganz andere Alternative wäre hier reingehen bei Wissenschaft. Und das hier freischalten. Die nächste Stufe der Häuser. Hier unten mit Vorängeschloss drauf. Da muss man Patrizier sein. Dauert also noch ein bisschen was. Aber das können wir machen schriftgelehrter. Dann können wir auch ein Upgrade haben. Da können wir eine Schreibstube gründen. Ich vermute... Ich weiß gar nicht, ob das eine zweite Art von Gebäuden ist oder ein Upgrade für uns. Das weiß ich nicht. Ich vermute eine zweite Art von Gebäuden. Finde ich eigentlich cool. Oh, das ist das Upgrade für die Stadtprediger heute. Müssten wir versuchen. Wenn das einer im Chat weiß, gerne Bescheid sagen. Bei mir im Chat. Ob das hier das Upgrade ist, die Schreibstufe für die Stadtpredigerhütte oder ob das ein getrenntes Gebäude ist. Also das könnten wir auch vorher schon machen. Wenn es ein Upgrade ist, könnten wir beide Gebäude dazu aufladen. Falls jemand weiß im Chat, bitte kurz Bescheid geben. Ist ein Upgrade? Ist separat. Zwei Leute schreiben zwei verschiedene Antworten. Toll. Versucht mich mal zu coachen. Ist es ein Upgrade oder nicht? Sieht man an der zweiten Reihe, heißt es im Chat, dann sei es... Das stimmt nicht. Ein Krieg? Ja doch. Das ist glaube ich... Das hatten wir... Weiß ich von woanders her. Das stimmt. Wäre ein weiteres Gebäude, ne? Ist separat. Ja, ja. Dann hilft uns das nichts. Weil wir haben ja alle fünf Gebäude schon gebaut. Da sollten wir Geld sparen hierfür. Und die ganze Zeit nicht vergessen, dass wir noch versuchen können, ein Amt zu bekommen. Allerdings nur dann, wenn wir diesen Titel auch bekommen haben, sodass wir eine zweite Person auf ein zweites Amt schicken können. Ich hoffe, wir sammeln jetzt mal dafür, ja. Ja? Und jetzt habe ich ja auch zum ersten Mal hier so eine Betriebskette sogar regelrecht, Dass Sachen fürs Wirtshaus produziert werden und so. Und da merke ich so, ah, das ist ja tatsächlich ziemlich cool, wenn man da so ein bisschen selber drauf achtet. Ja, ich kann gerade nicht. Das stimmt. Warum ist mein Geld runtergegangen? Ich weiß nicht, wenn ich mein Geld runtergegeben. Keine Reichenmänner mehr hier. Rauchig. Vielleicht gibt's noch einen... Aber nein, ich stehe hier toll zu Cicillia. Keinen guten Brotiger mehr für dich. Bitte doch mal auf mich immer anzuklicken. Ich kann geholen. Ich finde, wir sind gerade an so einem, also ich zumindest, an einem Punkt in dem Spiel, wo man so eine Progress-Tal durchschreiten muss, weil um technologisch weiterzukommen, muss ich von Burger zu Patricia werden. Ja. Und das kostet alleine 20.000 Gold plus 1.250 Einfluss nur für den Status. Und dann muss man ja auch noch die jeweilige Technologie im Talentbuch freischalten. Ja, das ist ultra wild. Das ist echt krass. Das kostet auch nochmal 6.500 bei mir. Und dann kannst du erst anfangen, die Betriebe wahrscheinlich zu upgraden oder so. Das stimmt. Das ist quasi unmöglich als normaler Mensch, der normal aus Liebe geheiratet hat, um auf einen Punkt zu kommen. Naja, 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 so ist ja nicht, weil Gaius hat ja glaube ich auch aus Liebe geheiratet. Ja, ich habe keine Frau hier ausgenommen, das ist richtig. Also ich habe aus Liebe von Anfang geheiratet, nachdem ich zusammengeschlagen wurde. Und ich habe genau das jetzt geschafft auf jeden Fall, was du angesprochen hast. Ja, aber du bist auch so eine Dynastie, du kommst aber auch von den Rothschilds oder nicht? Du meinst, ich weiß nicht, Geld verdiene oder was? Ja. Also ich bin, ich stand gerade auf dem Marktplatz, habe mit meinem neuen Angebeteten gesprochen und neben mir ist einfach ein Dude tot umgefallen. Und ich dachte zuerst, weil mein Dude, also der mit dem ich flirte, war zuerst nicht sichtbar und ich dachte, nee ernsthaft, jetzt habe ich gesagt, mit wem ich flirte und den richten sie mir auch wieder hin, wie kann das so schnell gehen? Aber es war nur ein Marktmitarbeiter. Gott sei Dank. Nur ein normaler Mensch, das ist ja nicht wert. Ja, das braucht nicht. Gott sei Dank. Wenn er kein Geld hatte, dann hatte er auch keinen menschlichen Wert. Das habe ich nicht gesagt, aber ich möchte an dieser Stelle feierlich verkünden, dass ich Stadtdienerin geworden bin gerade. Geld richtet wieder mal alles. Was heißt hier Geld richtet alles? Nicht alles. Brutaler Kampf. Sie wird überfallen. Die Frau und der Mann eilt herbei. Schlägt den Angreifer. Nieder. Beide sind niedergeschlagen. Die Frau ist niedergeschlagen. Alexandra liegt auf dem Boden. Ne, Alexandra ist hier. Wer wurde denn hier angegriffen? Ach, das waren gar nicht wir. Doch eine unserer Mitarbeiterin wurde angegriffen. Ist auch betäubt. An den Angreifer haben wir niedergeschlagen. Es wird höchste Zeit sich zu entwachen. Weil sie sind alle im selben Stadtteil unterwegs. Dann können wir mal gucken, dass wir für Gottlieb irgendwie eine Knarre, einen Schrotflinter, einen Totschläger, irgendwas anderes kaufen gehen. Mal gucken, was er hier bekommen kann. Aber wer wollte denn eigentlich Geld sparen, ne? Fünf Angriffskraft. Zwei Verteidigungen. Mehr Schaden. Sollen wir ihm eine Waffe gönnen? Sollen wir sparen für den nächsten... Ne, wir werden mal angegriffen und uns wird sowas geklaut. Das wäre auch doof, ne? Was meint ihr? Welche Waffe sollen wir uns holen? Laserschwert, Reliquien? Boxkurs besuchen, Atomschlag, Kurt Schwert? Was meint ihr, Leute? Nein, du kannst doch mal. Ernst gemeint, ganz ernst gemeint hier. Plus 1 Verteidigung. Ein Schattendolch. Angriffskraft, Schaden, Verteidigung und Heimlichkeit. Wurfmesser. Plattenharnisch wäre sündhaft teuer. Könnte man machen. Einfach nur verteidigen erstmal nur. Sollen wir das machen? Ohne Fleiß? Kein sicher. Die Feder ist doch die mächtigste Waffe. Eine Rapier. Rapier, Rapier wird das glaube ich ausgesprochen. Gibt ihm eines Witzes nach Ansehen, meinte Error. So. Hier vorne. Ja, Ansehbar, ganz klein. Ein bisschen Verteidigung, ein bisschen Angriffskraft. Das ist schön billig, das heißt jetzt hier. Einmal hier rein. Das ist doch okay, damit können wir arbeiten. Sollen wir uns dann gleich noch was gönnen? Und ihr auch. Sie bekommt das auch. Sollen wir uns noch was gönnen? Wir können noch hier so ein Verteidigungsschild oder irgendwas uns noch holen. Minis 1 Angriffskraft, 4 Verteidigung. Das könnte man machen. Ist auch billig. Können wir machen. Und selbiges geben wir dann auch Alexandra. Er sorgt, er nimmt seine Arbeit wieder auf. Ich gehe jetzt nicht. Alexandra, bitte einmal shoppen gehen. Alexandra wird gerade beklaut. Von wem? Von der Diebin Natalia. Ich bin gerade verhindert. Sie hilft ihr anscheinend, die nieder auf dem Boden gekullerten Münzen aufzunehmen. Ganz unentgeltlich. Remy rüstet auf. Sondervermögen im Chat wird von den Chatmoderatoren eingesammelt hier. Einmal shoppen gehen. Auch hier bitte ein Rapier. Und ein Schild hier. Okay? Und weitermachen hier. Auf, bitte alles weitermachen. Ich kann gerade nicht. Hallo. Der ist hier. Jesus, fürchtegott, ist 14. Und im Augenblick, wo der kleine Jesus 15 ist, kann er Erwachsenen Sachen machen. So, das ist echt cool. Der kleine Jesus ist nicht nur... Also, wie ich weiß, viele Leute stellen sich den historischen Jesus als einen mageren Typen vor, der irgendwie durch Palästina gelaufen ist und dünn war wie ein Hemd und anderen immer Brot und Wasser und Wein gegeben und sie gespeist hat. Aber der Jesus hier, der sieht halt anders aus. Jesus, fürchtegott, ist ein Mensch, den man ansieht, dass der Herr ihn liebt, dass er ihn reich beschenkt hat. Mit ein paar natürlichen... Mit einer natürlichen Rüstung für den Fall, dass ihn jemand angreifen will. Was ist denn jetzt los? Du hast zwei Aufmerksamkeit. Irgendwas passiert da gerade. Wir laufen mal weg mit ihm. Ich habe keine Ahnung. Und... Er soll jetzt mal bitte heiraten. Klasse! Er will uns, glaube ich, jemand die ganze Zeit ausrauben. Dann gehen wir mal gucken. Vetter Jesus, wie in Hangover, Pagona. Das ist Kirchenlästerung. Pass auf, was du sagst hier. Und ihm geben wir jetzt auch mal Waffe und andere Geschichten. Ich kann hier gerade unmöglich sein. Auch einmal zum Markt, bitte. Und dann geht er auf dem Rautschau. Das geht schnell. Gut. Er ist alt dabei. Jesus braucht eventuell ein bisschen länger für den Lauf. Was macht denn jetzt da? Jesus zum Markt, bitte. Er war erfolgreich. zum Markt, bitte. Jetzt aber. Jetzt rennt er einmal hin und einmal zurück. Neuer Versuch, zum Markt zu laufen. Vielleicht finden wir auch jemand jetzt bei der Balz. Irgendeine Dame mit so einem Urteil ist gefallen. Gegen uns doch nicht etwa. Nein. Wir sind ein Pechvogel. Ach, ist egal. Also, jetzt wollen wir hier mal schauen. Wir kaufen ihm ebenfalls. Wir können ihm auch etwas kaufen, was ihm noch mal mehr Charisma gibt, aber wir geben erstmal dieselben Sachen wie sonst. Rapier und andere Sachen, um sich überhaupt zur Wehr zu setzen, damit er auf diesem heiklen Fleck nicht immer niedergeschlagen wird. Weil wenn jemand öfters niedergeschlagen wird, dann reagiert man da auf niedergeschlagen mit und dann hat man auch kein Charisma. Irgendwo findet hier ein schrecklicher Kampf statt. Aber wir sind nicht betroffen. So, und jetzt schauen wir mal. Jetzt geht er einmal jetzt bitte einmal ins Wohnhaus. Das ist in das Wohnhaus. Hier vorne. Dann schauen wir mal, ob er sich eventuell noch etwas verbessern kann beim Thema Charisma. Er hat schon ganz viel Charisma. Jetzt ist er drin. Schauen wir mal, ob er eventuell sich einmal waschen kann. Oh Gott, wie geht das noch mit waschen hier? Waschen, herstellen. Die waschen waren, glaube ich, unten so eine Fähigkeit, oder? Wie geht das noch mal mit sich waschen? Oh Gott, das habe ich mal, Alter. Wir trainieren einmal kurz Charisma. Das hat er eine Weile lang so einen Plus-Effekt für ein paar Minuten. Wie geht das noch mal? Einen Waschlappen benutzen? Die waren, glaube ich, im Inventar. Wie macht er das, Leute? Ich habe es vergessen. Wisst ihr noch, wie das geht? Einen Waschlappen ins Inventar ziehen? Okay. Das sollte ja kein Problem sein. Erst kommt bei ihm mal der Cooldown. Danach. Und dann ziehen wir einen Waschlappen ins Inventar. Und dann gucken wir mal. Die sollten schon hergestellt sein. Also, ich glaube, im Gebäude-Inventar sollten eigentlich Waschlappen drin sein. Einmal mit Wasser? Nee, ist noch keiner da. Das soll mal einmalig einen herstellen gleich. Ach, oder wir lassen sie einfach nur. Wir nehmen nur die Charisma-Werte. Das geht wahrscheinlich auch. Nils und seine... So, jetzt hat er den hohen Charisma-Wert. Ja, komm, wir stellen einmal mit ihm. Ich kann hier gerade unmöglich. Ich bin gerade beschäftigt. Einen Waschlappen her, bitte. Einen mal schnell herstellen. Macht er das? Jesus? Was gibt es? Jesus macht es nicht. Jesus, du bist doch hier eingestellt als Mitarbeiter. Ohne Fleiß, kein Preis. Da ist der Waschlappen. Ach, wir müssen auf Arbeit aufnehmen klicken. Jetzt müsste er den Waschlappen herstellen. Jetzt rennt er da draußen. Ist doch nicht zu fassen. Dann lassen wir das mit dem Waschlappen wieder sein. Jetzt sind wir die Zeit. Zockt runter. Er wird nicht jünger. Raus mit dem Waschlappen. Es muss auch so gehen. Und wieder raus hier. Jetzt kommt schon wieder ein Kind rein. Gottlieb und Alexandra. Stolze Eltern von einer Tochter. Wie heißt sie? Maria ist schon zur Welt gebracht worden. Das ist Magdalena. Also wenn die kein Liebhaber bekommt. Ja, riesige Charisma Werte für Magdalena hier. sehr fein. Viertes Kind. Und unser Jesus wird ihn suchen. Da jetzt irgendwie einen super coolen, super coolen, potenziellen, ähm, Liebschein. Also, neue Ehrfrau hier. Gucken, wen wir hier finden. 53-Jährige Jungfrau Adalberta. Sie sollte schon relativ jung sein. Jetzt haben wir Probleme. Gemeine. Die haben, welche haben wir Glück und irgendjemand? Fünf dunkle Talismänner, zwei Kräuterverbände, einen Kamm, eine Wolldecke, immerhin etwas. Stufe 5, Fruchtbarkeit nur 87%. Das ist mir zu. Ne, wollen wir nicht. Was ist mit Wilhelmine, der Bürgerin? Die ist ja auch unverheiratet. Fruchtbarkeit bei 100%. Sieben Baderseifen und fünf Silberketten, immerhin. Kommen die Hohmanns. Einmal in Richtung 1,29. Das ist so eine Sache, ne? Jungfrau. Wie viel hat sie denn? Fruchtbarkeit 100%. 20 Aluhol. 20 Weingeist sind allerdings sowieso preiswerte Geschichten. Ist ein bisschen jünger. Da kommen eher Kinderlein. Da geht's runter zu den Gemeinen her. Das ist kaum was wert hier. Wir machen mal einen Kompromiss. Wir holen uns mal hier die... ...die Wilhelmine her. Fruchtbarkeit ist ja noch da. Stufe 5. Ah, ihr seid's. 19 Handkarren. Die sind was wert. Fruchtbarkeit bei 100% und sie ist ein paar Jahre jünger. Die Wunder ist. Helene Jodelhosa. Hoffentlich glatt, Leute. Daumen drücken. Hoffentlich will ich nichts zu tun haben. Das ändern wir. Jetzt hat sich... Ey Leute, das kann nicht sein. Vorher habe ich sie noch extra gelobt. Ausgerechnet meine Konkurrentin für mein Amt ist jetzt Aurelie Metzelfetz. Ausgerechnet, nachdem ich neulich noch ihren Namen lobte, sagt sie jetzt, Maurice, du sollst nicht Ratsbüttel werden. Ich habe das verdient. Wie kann man so sein? Ich bin übrigens Freibürger. Ihr dürft mir gratulieren. Glückwunsch. Ich bin ihr Geschenke. Glückwunsch. Dankeschön, Dankeschön. Ich wollte auch noch anmerken, dass mein Kind, ich glaube Clara, was Clara Kämmerer mit Peter Gottlieb gespielt hat. Die hatten scheinbar ihren Spaß. Oh, da ist jetzt eine frühe Romanze anscheinend, die da jetzt entsteht. Ich würde sie auf jeden Fall verheiraten. Auf jeden Fall. Also wenn ein... Sie versucht rechts abzubiegen. Jesus lässt sich allerdings nicht abschütteln. Läuft einmal rechts rum, stoppt sie, da ist sie und... Oh, er hat Stopp-Werte, das klappt. Er möchte um eine Erlaubnis bitten. Meine Damen, ich würde gerne mehr Zeit in eurer fesselnden Gegenwart haben. Ja, warum nicht? Ja, es klappt. Da legen wir gleich eins nach. Liebschaften beginnt. Aber echt, wie kann man auch jemanden... Ich könnte auch keinen zurückweisen, der Jesus hat. Also wenn das keine gute Partie ist... Wir machen die... Wer die Gedichte machen, würde sie vielleicht ein Gedicht kaufen. Wir machen mal eins drüber. Ja, es klappt. Wunderbar. Gleich bitte nochmal. Einmal Süßholz raspeln, bitte. Ich freue mich, euch zu sehen. Kleine Komplimente machen. Neckig am Öhrchen ziehen. Oh, das ging etwas zu weit. Ihr wünscht mich zu sprechen? Dann versuche ich es nochmal mit dem Kompliment. Ich freue mich, euch zu sehen. Ihr seid mein Edelstein. Oder die Krone. Dann will sie noch einen Edelstein haben. Ach komm, wir riskieren es mal. Ja, deine Freude bereitet. Ich danke euch. Mein Edelstein unter allen Kieseln seid ihr. Oh, 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 oh. Das klappt ja sowas von gar nicht. Jesus ist kein Meister der Worte. Dabei hat er so einen tollen Charisma wert. Das ist echt bitter hier. Müssen wir einen Moment abwarten. Lauf hinterher, Jesus. Lass sie nicht hinkommen. Jetzt aber bitte mal ein bisschen ein klügeres Kompliment hier. Jetzt versuchen wir es mit den Gedichten. Nein, komm, wir machen nochmal die Kerze. Die Kerze klappt immer. Und? Ja, zauberhaft. Wunderbar. Setz nach. Jetzt einmal Süßholz raspeln, bitte. Eben wollte sie nicht, vielleicht jetzt. Ja, wunderbar. Helene Judelhosa. Ohne Fleiß kein Preis. Ohne Fleiß kein Preis. Komm mit dir, Jesus ist das Ganze. Wir machen nochmal ein Kompliment hier. Ihr seid so schön und so gebildet. Und? Ja. Wunderbar. Ach, wie romantisch hier. Da legen wir gleich noch eins drauf. Sollen wir mal einen Kuss auf die Wange proben? Nein. Oh Gott, was passiert jetzt? Mitternacht und alles in Ordnung. Ein Küsschen auf die Wange. Nee, wir machen erstmal... Ja. Mittlerweile müsste das abgelaufen sein. Wir versuchen es nochmal mit dem Kompliment. Wir wollen es nicht übertreiben. Ja, mein Held. Die versucht wegzulaufen. Wir sind schneller. Ich werde niemals meinen Lachen. Stalking Jesus, Alter, bei. Meine Dame, euer Intellekt hat mich gefragt. Ich schmeiche mich. Ja. Die jetzt bitte nochmal. Einmal Süßholz raspeln. Sehr schön. Ein Küsschen auf die Wange. Sie, Alter, Balken ist schon voll. Wir können schon um die Heirat versuchen zu heiraten. Aber wir wollen es mal langsam angehen lassen. Können wir ab, die ebenfalls gibt XP ohne Ende. Liebschöpfe eingehen. Nein, nein, gut. Das war natürlich einen feindlichen Heiratsantrag. Ja, bei Helena. Der 29-Jährigen. Die ist 10 Jahre... Die ist... Überlegt mal, wie alt er ist und wie alt sie ist. Er ist zarte 15 oder 16. 16, glaube ich. Sie ist 29. Puh, wo die Liebe hinfällt. Meine Dame, wenn wollt, seid ihr bereit zu einer Kinderheirate. Möchtet ihr mich ehrlichen? Ja, ich will euch heiraten. Ja. Ein Uhr in der Nacht. Hat funktioniert. Jetzt wollen wir uns aber gleich auch richtig durchziehen. Wir wollen jetzt auch wirklich einen ehelichen Kuss einmal austauschen. Nee, das ist zu früh. Erstmal richtig heiraten. Erstmal richtig feierlich heiraten müssen. Wir sind von nur verlobt. Aber richtig gegen Geld in der Kirche. Richtig festlich, bitte. Ich möchte euch mit einer Ceremonie in einer Kirche reinigen. Ja, eine große Hochzeit. Sie ist jetzt schon glücklich. Wunderbar. Eine Frau mit Erfahrung, ja. Er hat nur Erfahrung im Abgewiesenwerden bei Komplimenten. Jetzt rennt er in die nächstgelegene Kirche. Wo die Liebe hinfällt, in den Karren. Sie bringt Karren mit. Sie ist, sie ist, sie bringt eine tolle Mitgift mit. Haufenweise Karren. So ist es ja. Und gleich wird es feierlich und festlich hier. Stimmt nicht vorher. Komm, Caroline. Ich heirate jetzt nun auch übrigens in St. Dominika. Ich bin direkt im Anschluss gebucht gewesen. Ja, ja, ja. Sorry, aber ich habe jetzt wichtigere Dinge zu tun. Schöne Hochzeit wünsche ich dir. Wir müssen ein Kind machen. So, ich habe da schön zugeschaut bei eurer Hochzeit. Seid das aber nett. Ja, nein, alles gut. Aber wir müssen jetzt ein Kind machen. Klingt so gehetzt. Ob das eine gute Voraussetzung ist. Ja, das klingt mir auch nicht so gut. Wahrlich. Ich heirate in der großen Kirche. So. Aber hier ist es so langsam den Überblick zu behalten bei den ganzen Kindern und ihr Leuten schon schwierig. Ich habe gar nicht so viele Kinder. Wie viele Kinder habt ihr denn? Ich habe vier. Ich habe nur zwei. Vier und zwei sind schon verheiratet und haben jetzt wiederum auch ein Kind wieder. Heißen die auch vier und zwei? Für den Überblick. Ey Leute, ist es wirklich geschehen? Meine Braut ist so langsam und klumpfußig, dass sie... Ich warte seit 20 Minuten mit dem Priester vor dem Altar. Sie kommt nicht. Sie kommen bestimmt dies nicht durchgebrannt. Also Klumpfuß klingt jetzt so richtig wunderbar nach Crusader Kings 3 Traits. Ich werde sofort heiraten. Sie liebt dich, Nils. Keine Sorge. Sie erscheint. Mit der... Ah, yes. Hat da jemand versucht, mein Haus anzuzünden? Was? Maurice war das nicht. Maurice war das nicht. Ich wiederhole, er war es nicht. Was ist das denn für eine Propaganda-Maschnahme? Du musst das nicht leugnen, Maurice. Du warst es nicht. Aber da hat gerade jemand versucht. Das sah so aus, ne? Maurice war es nicht. Ich meine, ich habe für Räudeschutz geskillt. Deswegen brennt es nicht. Aber nice trying. Maurice hat auch keine Bemerkungen gemacht in seinem Stream, zu seinem Chat in die Richtung. Er im Wort. Der Prediger will hier offensichtlich... Danke für die Spende eben in den Klingelbeutel, lieber Maurice. Der Prediger ist offensichtlich nicht unbedingt ein Mann Gottes. So ist es richtig. Öffentlich, vereint und nachher in die Kiste. In die Kirche. Ich habe mir in den Chat gefragt, womit verdient Maurice denn diesmal das Geld? Kein Priester mehr? Und ein Moderator schreibt zurück, so weit ich es beurteilen kann, ist Maurice nun eine Art mittelalterlicher Konzernmodus. Ein mittelalterlicher... Was für ein feierlicher Augenblick. Ja, Leute. Ja. Wollt ihr heiraten, blablabla? Ja. Wollt ihr diesen hier anwesenden Mann zu eurem rechtmäßig angetrauten Ehemann nehmen? In Leben und Ehren, bis dass der Tod euch scheidet? So antwortet mit Ja. 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 Mach ich mal. Heute ja. Heute ja. Okay. Ein Küsschen bitte für die Braut. Im Hintergrund krätschen ein Hahn. Gezierte Bewegungen. Somit erkläre ich euch zu Mann und Frau. Jesus, ihr dürft eure Braut küssen. Ihr dürft die Braut nun küssen. Sehr schön. Ja, aber dann würde ich doch mal sagen, dann lass uns doch gleich auch mal einen ehrlichen Kuss da hinterher schieben. Das hilft bei der Furchtbarkeit. Dann vielleicht mit dem Ehepartner einmal tanzen. Aber das geht nicht. Wir müssen erst mal raus aus der Kirche. Was gibt es? Gut. Hier bin ich. Bitte lieb. Einmal raus bitte. Jesus. Hier bin ich. Hier bin ich. Ist immer noch eine Kirche drin. Jesus raus. Nach Hause schicken. Hier wieder rein. Hallo. Wo ist sie denn? Nein, ich will hier wieder rein. Wo ist sie denn? Wo bist du denn? Hier bist du. Ab nach Hause. Ab nach Hause. So, und jetzt sagen wir Jesus hier vorne. Jesus, bitte. Mit dem Ehepartner erst mal tanzen. Helene und Jesus tanzen. Ganz romantisch. Ganz pötisch. Kleines Küsschen der beiden. Ehrlicher Kuss wurde ausgetauscht. Ehrlicher Tanz wurde ausgetauscht. Jetzt fehlen nur noch die anderen Dinge, die man so austauscht. Und bisweilen, da kann für Nachwuchs gesorgt werden. So ist es gut. Seid furchtbar und mehret euch. Oberste Devise der katholischen Kirche. Alles gut. So weitermachen. Irgendwann ist jetzt schon mal der Hinweis. Das wir streamen nachher noch weiter. Das Event läuft bis 22.30 Uhr. Wir machen hier noch weiter bis 12.00 Uhr. Und ich habe gerüchterweise gehört, es gäbe im Klingelbeutel, seien bei mir drei Keys gelandet für die Gilde 3. Und die könnte ich gleich verlosen. Nach 22.30 Uhr. Das ist ein Gerücht, das ich gehört habe. Ich teile euch hiermit mit. Ich glaube, es stimmte auch. Drei Spiele Keys von die Gilde 3. Drei Steam Keys. Ab 22.30 Uhr. In der Ende des Events. Wenn wir hier im Solo-Let's Play weitermachen. Okay? Danke für die gute Stimmung, Chat. Ah, ja, stimmt. Wow, jetzt wird mir geschrieben, sie isst halt Metzl-fest. Aurelie Metzl. Ja, das ist gut. Ihr seid Halunken. Hey. So. Ah, mein Charakter hat gerade gesagt, eure Vorfahren können stolz auf euch sein. Oh, ist das schön. Finde ich auch. Ich will halt jetzt dieses Amt, Leute. Das, also, kann doch nicht sein, dass das Aurelie jetzt hier... Ich sehe es kommen, die kriegt jetzt das Amt. Das ist ganz schlimm. Das ist eine Ungerechtigkeit. Ist sie jetzt hier schon? Oh, ich... Ja, vielleicht ist sie jetzt natürlich erstmal ins Krankenhaus gegangen. Das wäre natürlich... ganz fantastisch. So. Also, Alfonso Betrüder-Sohn... Koppelius, versetzt von einer... Warum machen meine Gebäude kein Gewinn mehr? Koppelius, versetzt von einer Liebschaft zwischen Petrus. Petrus, fürchte Gott und Gersthilde Baguetta. Hm. Also... Nicht alle mal rüber zu dir. Ich weiß jetzt nicht, auf was für einen Geschmack so dein Sohn steht, aber die... Auf lecker und Backwaren. Ah ja, okay, das ist gut. Das ist gut. Im Ernst, wenn du Petrus jetzt siehst, Petrus ist vor... Ja, er bittet jetzt schon um die Erlaubnis, um sie zu freien. Und wenn du mal hingehst und dir mal anschaust. Er hat einen gesunden Appetit. Siehst du auch. Also, das werden guter Kenner von den Produkten, die bei euch hergestellt werden. Was ist mit meiner Frau passiert? Sie ist... Ich schicke mal den guten Petrus zu uns her, würde ich sagen. Ich schaue mir deine mehr an. Ja, mach das. Meine Frau ist tot? Wie bitte? Wurde sie etwa umgebracht? Oha. Kann man das nachvollziehen, wie ein Charakter gestorben ist? Das glaube ich nicht. Ich glaube, verstorben. Waren es die Halunken? Ich kenne dieses Gefühl, Maurice. Der Tod meines Mannes wurde auch nie aufgeklärt. Jetzt verbindet uns mehr als nur Reichtum. Auch der Hass auf die armen Menschen. Auch der Hass auf die Neider, ja. Ich kann hier gerade unmöglich weg. Ich darf übrigens verkünden, dass die neue Frau meines Sohn, minus elf Charisma hat. Ich weiß schon, warum er sich auch gestaut hat. Ah, ich bin, ich bin, äh... Ich bin Ratsbüttel. Oh, sehr gut. Man muss schon sagen, Petrus, fürchtegott, ist ein sehr stattlicher Mann. Aber bei uns in der Familie ist es halt so, dass sich halt die Dame selbst meistens aussucht, wer geheiratet wird und so weiter. Und wie ich sehe, läuft es gerade nicht so gut zwischen den beiden. Also... Oh, jetzt schon wieder auf einmal. Ihr seht es ein bisschen, einmal so, einmal so. Automatische Entwicklung. Petrus sieht ein bisschen tollpatschig aus, aber in Worten ist er sehr gewandt. Das ist das Wichtigste. Naja. Also ich finde, das ist eine furchtbare, schöne und fruchtbare Allianz möglicherweise. Ich würde euch gerne mal was Lustiges erzählen. Ich habe diese Caroline Licht, äh, diese Caroline, jetzt heißt sie Lichtstehen, damals ist sie Vogelweide. Ähm, die hat in dem Inventar, äh, Tarn-Googles. Und das sind so, ähm, Klamotten, die einem, äh, plus zwei auf Feindlichkeit geben. Und die wollte ich eh schon auf dem Marktplatz immer kaufen, aber die sind halt arschteuer. Und die hatte halt 15 davon, oder 14, im Inventar. Ich hätte die verticken können für richtig viel Geld. Aber ich richtig, äh, rüste stattdessen meine, meine ganzen Diebe damit aus. Also, ja, das ist eigentlich ganz, ich weiß nicht, wie viel das bringt, aber das ist eigentlich ganz geil. Ähm, weil, die wollte ich eh kaufen. Ach so, ja, das ist natürlich gut. Ich bin der Meister. Ich weiß noch nicht, wie viel es bringt am Ende, aber... Ich habe eine Weis-, ich habe eine, eine, eine neue, ähm, Herzensdame gefunden. Sie hat, ähm, acht Ringe im Gepäck, die jeweils 1.800 kosten. Ähm, ähm... Sind die ihre Werte, die Zählen? Was habe ich denn davon, wenn ich eine Handelsreise mache? Das ist wirklich weg. Was? Äh, Einfluss kannst du dadurch, äh, erlangen. Es ist das, quasi? Und dann muss ich dann lang weg? Eine, eine Zeit lang ist dann deine Person unterwegs. Wohin möchte ich denn nach Frankfurt oder Marburg? Ach, Marburg klingt schön. Das ist sozusagen überall auf der Karte verteilt. Am Rande der Karte sind diese Orte dahin. Läuft die dann oder fährt sie mit dem Schiff und dann kommst du irgendwann wieder. Und das kann aber 50, weiß nicht, fein. Mein Mann wurde wieder geschlagen und es fährt gerade noch ein Wagen drüber. Und nein. Oh, ich sehe, ich sehe gerade als, als Ratsbüttel habe ich, ähm, die Fähigkeit aus völlig nachvollziehbaren Gründen, vielleicht mal, ähm, die Stadtwache wegzuschicken für, also wenn, wenn das nächste Amt vielleicht irgendwie jemand mir im Wege stehen sollte, kann ich halt, ähm, der Rechtschaffenheit Genüge tun, sagen wir mal, ähm, und das ist ja fast hier. Kopeleus, entschuldige bitte. Also eigentlich sollte ich um die Hand bitten für meinen, ne, für ihn hier, also das ist ja alles, die macht sich gerade selbstständig. Heiratsantrag incoming. Aber eigentlich will ich natürlich, dass du deinen Segen gibst dafür, dass Petrus fürchte Gott deine Gersthilde Bargetta ehrlicht. Mit zwei 15- und 16-Jähriger, bist du bereit, dass wir beide das abnicken, diese Kinderheirat? Das, das ist das perfekte Alter zum Verheiraten von Kindern, würde ich sagen. Also in diesem Spiel wohlgemerkt und, äh, dementsprechend. Natürlich, es würde mich freuen, mit dem Hause Gottes, äh, ein, ein Bündnis einzugehen. Ähm, ich fühle mich jetzt schon sehr erleuchtet dadurch. Das ist ganz liebreizend. Wenn du möchtest, kannst du auch gerne einen deiner Söhne zu einer meiner, meiner Töchter rüberschicken und dann können wir auch mal gucken. Und die eventuell auch vielleicht vor das Herz hinfällt. Wir wollen ja nicht im Wege stehen, ne? So ist es. Hast du, hast du ein bisschen Auswahl? Ja, ich muss mal ganz kurz, entschuldigen, mal ganz kurz die Ehe in Auftrag geben. Und dafür zahle ich natürlich. Also, keine Mitgift erwarte ich nicht. Die wird es doch nicht geben, aber, ja, gut. Feierliche Hochzeit in der Kirche, du bist gerne auch eingeladen. In was? Ja, die nächstgelegen, die machen das immer selbstständig. Wo sind wir denn hier? Köln-Deutz sieht das verdächtig aus. Oh, das ist viel zu weit weg. Ich erzähle hier gerade dieser Frau, wie unglaublich reich ich bin, um sie zu beeindrucken. Und sie findet es nicht so geil. Ich verstehe das gar nicht. Finde sie mich sympathisch? Das ist ja erstaunlich. Ich dachte, so kriegt man Frauen, indem man einfach mit seinem Geld prahlt. Und jetzt? Also, wenn du möchtest, Skopelius, können wir auch mal kurz in einer Sprach-Channel gehen. Und dann könntest du deine, deinen Familienmitglied verfolgen. Und ich meine es, wir könnten gemeinsam in der Kirche stehen. Vielleicht führst du die Braut rein. Oder ich führ die Braut rein. Und ich führ den Bräutigam rein. Oder wie auch immer. Das klingt wunderbar. Moment, lass uns, lass uns in, wie lange braucht ihr nach Hause? Ich bin im Augenblick schon in der Kirche drin. Das ist die Kirche Köln-Sommer 14.20 Uhr, 11.52 Uhr nochmal. Wo steht denn der Name? Jetzt muss ich wieder raus aus der Kirche. Wo ist das denn hier? Das ist die Kirche St. Georg. Und die ist in... Ah, ich hab sie schon. Bin am Weg. Bin am Weg. Ich warte. Also, falls ihr anfangen wollen ohne dich, dann würde ich sagen, komm, wacht mir doch einen Moment ab. Gaius, komm mal selber den Kanal wechseln. Oder kannst du das mal machen? Kopelius? Ich kann das auch gerne für euch machen, natürlich. Also, ihr könnt es auch selber tatsächlich. Ich verschiebe euch selbst. Das ist sehr aufmerksam. Ich komm nicht mehr in die Kirche rein. Schön, wenn unsere Kinder in den Wunsch der Ehe eingehen. Ich bin auch ganz gerührt gerade. Ja, also ich hab im Augenblick noch eine Siebenjährige. Die kleine Maria, fürchte Gott. Sieben Jahre alt. Wenn du vielleicht einen Sohnemann hast in einem ähnlichen Alter, dass wir die beiden gemeinsam schon mal im Sandkasten spielen lassen könnten. Da fängt es an. Da fängt es an im Sandkasten. Ich hätte im Angebot... Natürlich jetzt nicht, dass das ein Katalog wäre, aber es gäbe dann als nächstes den Konrad Baguetta. Wir hätten Dinkelbert Baguetta. Ja. Jedoch befürchte ich, dass wir dann wenig... Naja, gut. Konrad ist elf Jahre jung. Boah. Kann man doch machen. Dinkelbert ist aktuell sieben. Allerdings, ich würde sagen, mit dem nächsten Wechsel sind sie auch schon in einem äußerst heiratsfähigen Alter. Ja. Also du würdest eventuell sogar schon mit acht Jahren versuchen zu verheiraten. Ich glaube, das geht in Köln im Augenblick nicht nach den gültigen Gesetzen. Nein, aber ich würde einfach sagen, wir warten einfach ab, bis die nächste Runde vorbei ist, wenn das Jahr jetzt dann 24 springen und einfach dann... Naja, also wenn beide zeitgleich alt werden, das ist doch ganz, ganz entzückend. Genau so ist es. Ich könnte auch mal gucken, ob ich Maria irgendwas ins Inventar packe, als kleine Mitgift zum Beispiel, ein paar Waschlappen oder so. So, der Hausherr David Baguetta ist in der Kirche angekommen. Es vielleicht, ich meine, ich weiß jetzt nicht, anscheinend verfügt die Kirche leider über keine Orgelanlage, weil sonst hätte ich nämlich noch ein Liedlein geträllert, wie gefährlich eine Ehe auch sein kann, aber das macht nichts. Erste Reihe Fuß frei. Ich habe Gottlieb mal dazu geholt. Das ist mal der Patriarch hier. Gottlieb, furchte Gott. Und er passt auch auf und er findet es genauso entzückend. Kann ich mich neben dich setzen, Jakob? Gottlieb setzt dich neben David. Oh, das sieht so nett aus. Das geht so ans Herz. Ich bin so gerührt. Foto machen, bitte. Schnüff. Kannst du mir ein Taschentuch machen? Ich glaube, ich habe keines eingebacken. Schau mal kurz nach. Ein Schnupftuch vielleicht. Ein Schnupftuch. Nein, leider. Ich will dich nicht drängeln, aber bei mir, also im Chat heißt es, die Braut würde noch fehlen. Das ist auch mein persönlicher Eindruck. Ich bin, ich bin ein wenig in Sorge. Moment, ich werde einmal ganz kurz meine Tochter anrufen. Äh, ich meine natürlich einen Boten schicken. Ja. Hermann Jäger drängelt sich vor und will vorher heiraten. Was für eine Frechheit. Was für eine Frechheit. Gersthild, wo bist denn du? Die Gersthild steht einfach in der Straße. Kennt sich nicht aus. Ist verwirrt. Ich glaube, sie findet den Weg in die Kirche nicht. Ich bin zutiefst schockiert. Aber das macht nichts. Das steigert noch die Anspannung. Vor allem bei Petrus. Und die Freude. Aber sie ist am Weg. Sie ist am Weg. Sie ist unterwegs. Jetzt heiraten zwei andere Leute vor uns. Die drängeln sich vor. Hast du Schlagen, die die nieder schlagen könnten? Nein, nein, das ist aber kein Problem. Weil dann ist der Priester, der unsere Kinder jetzt dann traut, aufgewärmt. Das ist wie eine Art Übung. Das ist ja auch nichts, was so von einem Moment auf den anderen Moment gut funktioniert. Da muss man eingespielt sein. Also wird unsere Hochzeit, also nicht unsere Hochzeit, aber halt von unseren Kindern. Hast du mir gerade einen Antrag gemacht? Viel besser noch. Ah, sie ist da. Gersthild ist angekommen. Oh nein, da ist jemand mit einer Krippe. Oh nein. Super Spreader. Oh mein Gott. Können die nicht zwangsimpfen oder irgendwas? Ist das der Georg Jäger? Ja, 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 ja. Vielleicht ist es auch nur erleuchtet. Vielleicht heißt dieser violette Schein, er hat irgendwie eine spirituelle Eingebung. Leider nein, der hat die Krippe und wird jetzt zum Superspreader. Diese Hochzeiten hier erinnern, werden wir zum Superspreader-Event. Scheiße. Seine Gesundheit tickert auch langsam runter. Das ist ja echt bitter. Somit erkläre ich euch zu Mann und Frau. Wie sagen wir trotzdem? Ja, da muss man durch. Da muss man durch. Wenn die Kinder heiraten, sie heiraten nur einmal. Ja. Sie sterben auch nur einmal dann an der Gruppe. Wir reden richtig. Genau. Da muss man durch. Wir könnten ja auch mal versuchen, ob wir bei der nächsten Hochzeit vielleicht zwei Jungs oder zwei Mädels verkuppeln. Ich meine, sind wir in Köln. Da müsste das doch möglich sein. Köln gilt als die, ich weiß nicht, ob dir das als Österreicher bekannt ist, ganz ernsthafter, als die deutsche Kapitale für Schwule und Lesben. Tatsächlich? Ja. Nein, das habe ich nicht gewusst. Ist wirklich so. Ja, ohne Fleisch. Keinen Preis. Ich weiß nur nicht, ob das tatsächlich möglich ist. Sie ist da. Sie ist da. Du hast Wucht gehalten. Der Superspreader ist gegangen. Oder gestorben. Oder, ja, das ist jetzt nicht so wichtig. Er ist auf jeden Fall gegangen. Er ist von uns gegangen. So, Gott liebt es jetzt. Oh nein, da kommt der nächste Superspreader. Der Bürgermeister. Der Bürgermeister höchstpersönlich ist bei dieser Hochzeit dabei anscheinend. Ja, eine große Ehre, aber auch eine große Belastung. Auch eine große Belastung, absolut. So, Gottlieb, setz dich neben mir hin. Schauen wir uns das jetzt ganz genau an. Ich glaube, Gottlieb ist nervös ein bisschen. Ach Gottlieb. Hülle? Ja. Was macht er denn jetzt? Jetzt hier. Da nebenhin einmal. Ich habe da schon mit dem Priester geredet. Ich muss anscheinend nochmal mit dem Priester reden. Aber wir hatten schon. Jetzt fängt er an. Ich kann nicht nochmal mit dem reden, aber ich hatte auch schon einmal mit ihm geredet. Ich habe da schon mal Geld gezahlt für die kirchliche Hochzeit. Der will doppelt haben. Komm, wir heiraten doppelt. Was ist denn jetzt? Nein, ihr habt natürlich recht. Bleiben eure Verlobte. Was, mein Kind? Eure Verlobte gehört an der anderen Industrie an. Ihr werdet Zwietracht hervorrufen, wenn ihr mit dieser Hochzeit fortfahrt. Stimmt das? Herrscht Zwietracht zwischen uns? Nicht, dass ich mitbekommen hätte. Aber vielleicht will der Fahrer auch nur Zwietracht zwischen uns sehen. Also das geht gar nicht. Ich habe schon blaue Flecken. Ich bin zerstellt. Ich versuche es nochmal. Was gibt? Seid willkommen im Hause Gottes. Ich versuche es nochmal mit der kirchlichen Hochzeit. Jetzt kommt hier der Warnhinweis. Die Bäckergilde Koppelius würde uns nicht mögen. Wir sind sicher. Wir machen weiter. Ich bin mir sicher. Geld wird gelatzt. Warnhin war es weggeklickt. Der kennt uns nicht. Ja, ich gebe Geld aus für die kirchliche Hochzeit. Jetzt kommt es. Jetzt geht es los. Wunderbar. Gerst Hilde Baguetta. Ja. Meine Tochter. Ich bin zwar stolz auf sie. Also spieltechnisch ist es tatsächlich so. Deshalb wurden wir gewarnt, dass sie jetzt in meine Dünastie wechselt. Deshalb war auch von mir eben der Hinweis. Schicke ich dir einen von meinen Belagen. Und wenn der Tod euch scheidet, so antwortet mit Ja. Unbedingt. Tauschhandel. Ja. Petrus hat nur Ja. Ein absolut stabiles Ja von Petrus. Wollt ihr den hier anwesenden Mann zu eurem rechtmäßig angetrauten Ehemann nehmen, ihn lieben und ehren, bis dass der Tod euch scheidet, so antwortet mit Ja. Ja. Ein knappes, aber bestimmtes Ja, auch von Gerst Hilde. Kürzer geht es gar nicht. Ja, machen wir mal heute. Ist okay. So, jetzt wollen wir aber. Kannst du mal schauen, ob Gerst Hilde ebenfalls einen ehrlichen Kuss machen kann? Oder es kann sein, dass du die schon gar nicht mehr vorm Ahnung in deiner Familie hast, ne? Ich glaube, ich kann sie jetzt dann gleich nicht mehr auswählen wahrscheinlich, ja. Wir müssen da schnellstmöglich die Kinderhochzeiten nur zwei arrangieren. Oh, sie küssen sich. Hm. Ach, so süß. Ja. Süß ja, leidenschaftlich nicht, aber. Ein Familienmitglied hat ohne eure Zustimmung geheiratet. Ich glaube, deswegen ist diese Nachricht gekommen, wenn der Sie tracht, schätze ich einmal. Ja. Aber keine Sorge, keine Sorge. Wir setzen gleich noch ein Bützchen drauf, wie man bei uns in Köln sagt. Dann ein Ringel rein mit dem Ehepartner, geht nicht in Kirche, wir schicken beide einmal raus. Dann tanzen wir vor der Kirche, vielleicht bleibt er Brautvater. Der ist schon unterwegs, der wollte sich das nicht mehr anschauen, aber ich lasse ihn noch einmal umkehren. Es ist wirklich, in dem Moment, wo der offizielle Teil vorbei war, so nach dem Motto, meine Tochter ist nicht mehr in meiner Familie. Ja, sie ist damit gestorben für mich. Echt? Hat sofort umgedreht und ist abgehauen. Aber er ist schon nicht auf dem Rückweg. Wir bleiben mal vor der Kirche stehen, sobald ich den Kollegen wiederfinde. Was ist Feierabend? Was ist das? Wo ist er denn jetzt denn? Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Einmal kurz vor die Tür. Es geht schnell. Na, wo ist sie denn? Da vorne. Jetzt ein kleines Tänzlein. Das neue Ehehaus ist direkt um die Äcker. Einer meiner Zuschauer kommentiert Coppelius, endlich bin ich die Tochter los. Jetzt erstmals in der Schenke feiern gehen. Das war ein Missverständnis, oder? Das will ich nie, nie behaupten. Und das würde ich auch nie jetzt sagen, dass einer meiner Leute aus der Dynastie so denkt. Nein. Nein. Kannst du auch so gut tanzen? Liegt das bei euch in der Familie? Weil sie tanzt lieblich, Gerstelger. Ja, ich habe, oh, jetzt werden sie fast überfahren. Nein, ich habe von jung auf habe ich mit ihr ein wenig trainiert, damit sie an diesem heutigen Tag keine Schmach für mich darstellt. Ah, das ist gut. Ja, jetzt verlassen wir die beiden, aber ich glaube, jetzt werden wir mal diskret und gucken weg, ne? Ich verstehe, ich verstehe, was jetzt passiert. Na gut, ja, wir sehen uns im nächsten, nicht Jahrzehnt, aber in den nächsten vier Jahren. Genau, bei der nächsten Kinder-Ehe. Genau so ist es. Es freut mich, mit ihren Geschäften, ich meine, Eden einzugehen, ich meine, verliebte Paare zueinander bringen. Ja, es war sehr rührend. Auf jeden Fall. Danke fürs Taschen, du. Wenn ich es voll habe, schicke ich es dir gewaschen zurück. Ich bitte darum, vielleicht wirklich zuerst waschen. Danke. Tschüss. Das war eine wunderbare Hochzeit, sage ich euch. Ja, ganz zauberhaft. Nur ein Spreader-Event, weil jemand mit Krippe anruft war. Was ist denn jetzt mit dieser Hochzeit? Warum heiraten wir noch nicht? Bringt das was, wenn ich so Klugheit und so weiter trainiere, bei meinem Erben? Ich weiß nicht, ob das dauerhaft ist, oder so ein temporärer Buff, ehrlich gesagt. Ich habe es auch noch nicht ganz durchschaut. Ihr wünscht, was gibt es? Ich glaube auch, dass das temporär war. Aber es macht, das bringt sicher was, bevor ich ihn auf eine Handelsreise schicke, oder? Ich kann, ich kann gerade nicht. Ähm. Woran das liegt mit der Handelsreise. Da bin ich mir auch nicht sicher, was die Wahrscheinlichkeit dafür erhöht, tatsächlich. Ich kann doch gar nicht Richter werden. Das ist richtig. Weil ich brauche noch ein bisschen mehr Einfluss. Zahl so viel Zeit vertändelt mit den liebenden Dingen, dass ich glaube, in einigen dieser, einige unserer Familienmitglieder gar nicht eingestellt sind, Ehefrauen oder andere, hier im Wohnhaus. Das müssen wir uns mal anschauen. Das ist das Strohlager. Jetzt schauen wir mal, dass wir hier noch mehr Mitarbeiter einstellen. Alle Familienmitglieder, wo es geht. Ich bin gerade beschäftigt. Wenn ja, kommen wir mit rein. Dann können die Einflusspunkte sammeln gehen und anderes machen. Hallo. Hallo. So, Ehef, noch etwas vorlesen bei den Kindern. Rühmt euch eurer Folge der anderen. Alles gut und weitermachen. Erweiterung. Was können wir denn hier noch bauen? Wir wollten ja eigentlich Geld ausgeben. gleich für den nächsten Titel, ne? Gott, wir müssen, guck mal, das Haus ist fast abgebrannt hier oben. Das geht ja gar nicht. Haupt kaum noch XP. Wir müssen einmal durchgehen überall. Durch alle Betriebe, ob die überhaupt noch alle stehen. Überall Stufenlevel, was man alles machen kann hier. Ein Stufenupgrade hier für Fürchtegott, die Predigerin Petra der Dynastie. Sollten die eigentlich noch besser predigen können. Schauen wir mal, ob wir das Haus reparieren können. Dann weiter zum nächsten. Das geht jetzt über Zeit. Tickern die Lebenspunkte rauf. Das sollte auch mal repariert werden. Waren schwere Winterstürme. Wenn man das nicht macht, brennt es schneller ab, wenn irgendjemand demnächst versucht, Feuer zu legen. Bietet und zahlt. Das Strohlager haben wir, glaube ich, schon repariert gerade, ne? Da tickert der Lebenspunkte rauf. Alles gut. Weitere Arbeiter einstellen geht hier nicht. Alle Familienmitglieder sind da. Wir können jetzt eigentlich langsamer schauen, Leute. Lass uns den nächsten Titel holen hier. Freiburger. 8000 Ocken, 500 Einfluss. Ein weiterer Betrieb und Schergen-Nimmel plus 1,2 Schergen anheuern. Und vor allem, wir bekommen jetzt die Eigenschaft, fetterne Reise, glaube ich, ne? Glückwunsch. Euer unermüdlicher Tatenbrang hat euch die Erlaubnis angebracht, eine neue Titel zu machen. Nee, erst bei Edelmannschen. Dann können wir zwei Leute auf die Reise durch die Ämter schicken. Jetzt können wir Brunnen bauen. Stufenaufstieg bei einem Familienmitglied. Mitternacht und alles in Ordnung. Schon wieder ein Kind. Detlef. Petrus und Gersthilde, ich muss gleich Kopelius mir schnappen und mit ihm darauf eine anstoßen, haben ein Kind bekommen. Ich frage ihn mal schnell. Den Hustiten. Kopelius, entschuldige bitte. Deine Gersthilde und mein Petrus haben gerade ein Kind in die Welt gesetzt. Ein Sohnemann. Möchtest du den Namen dir überlegen? Sehr gerne. Sehr gerne. Ein Sohn. Ja. Okay, einen kurzen Moment. Ich gehe in mich und komme mit deinem Namen zurück. Ja, relativ viel Charisma. Klein und süß. Und isst gern Brot und Brei. Dann ist es, glaube ich, ganz klar. Dann sollte er Protus heißen. Protus? Muss ich mir da Gedanken machen? Mit U hinten oder mit U hinten? Dann Brutus oder Brotus? Brot, so wie das Brot und dann US. Brotus. Und den willst du dann als Killer ausbilden und gegen Maurice schicken? Oh, okay. Ähm, Egeus. Äh, ja, nein, ähm. Ja? Nein? Vielleicht? Ja, wie ist denn aus? Glaubst du, du kriegst das, die Bewerbung noch hin? Oder soll ich dann versuchen, mit den Posten zu schnallen? Also, ich bin gerade in dieser Sekunde Patrizia geworden. Bei denen läuft es. Das wollen wir mal schnell. Namen, Leute. Wir haben noch eine Tochter bekommen. Wie wäre es mit Josefine? Jesusine? Rosine? Nee. Irgendwas ganz schnell. Rosa? Eva. Eva, ne? Judas. Das ist eine Tochter, Leute. Lilith. Leute, das ist ein teuflischer Name. Magdalena hatten wir schon. Johanna. Johanna geht. Eva ginge auch. Eva, ne? Loretta. Komm, Anna, Eva. Mit Eva machen wir nichts falsch. Und wir können einen weiteren Betrieb bauen und gucken mal, was wir da wo machen. Und wir können eventuell sogar unsere Betriebe, können wir jetzt schon, wir wollen erstmal überall Leute aufleveln. Äh, meiner ist erst 14, leider. Oh mein Gott, der braucht ja noch länger zum Wachsen. Ja, das ist schlimm. So, wie sieht es mit dieser Handelsreise aus? Wie lange dauert das denn? Ja, das überlege ich auch schon die ganze Zeit, ob ich den jetzt einfach losstücke. Aber das kann ich ja jetzt perfekt. Ich kann auch eine Fernreise machen. Das ist ja noch teurer. Wo steht die Wahrscheinlichkeit? Ach, da. Meistens so 46 Prozent. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. 71 habe ich. Was? Okay, was hast du gemacht, was ich nicht gemacht habe? Ähm, ich habe... Interessant. Ich weiß gar nicht. Charisma trainiert und Klugheit trainiert. Und das verstärkt es. Daran wird es wahrscheinlich liegen. Ja, das habe ich überhaupt nicht näher betrachtet. Geil, das hat ja mega gut funktioniert. Und dann hat sich das ja echt orientiert, dass ich das gemacht habe. Ui, ja, solange wird es unübersichtlich. Mit den Kindern? Ja. Aber wer ist jetzt gerade schwanger? Oh, jojojojo. Dass Konrad Kämmerer jetzt Edelmann ist in Köln. Oh. Was? Warum kann ich denn kein Patrizahaus... Ach so. Hä? Patrizahäuser geht erst ab Edelmann? Ja, ja. Nicht erst bei Patrizah... Das ist ja alles in der Stuttgart, so zu sagen. Ich dachte, ich ziehe jetzt um. Nee, nee. Ich fühle mich beschämt. Und betrogen. Um ein schönes Haus. Unfassbar. Das bauen wir hier erstmal aus. Das können wir uns leisten. Einen weiteren Arbeiter. Das ist relativ billig. Und einen schnell einstellen. Ich würde auch ganz ehrlich... Ich bin mir auch nicht sicher, ob wir jetzt... Ach komm, das wird teilweise leider... Also, das Spiel läuft irgendwie sehr stabil im Multiplayer. Das finde ich super cool, wie stabil das läuft. Es gibt viele andere Spieler, die schmieren einem ständig ab im Multiplayer-Modus. Und dass das hier so gut läuft, also finde ich echt absolut bemerkenswert hier. Hat man eigentlich selten, finde ich. Mittlerweile bei Spielen, die gerade erst Full Release hatten. Leider ein Mini-Fehler. Ich drücke ja immer wieder auf, bitte Chaos mal übernehmen und Punkte übernehmen. Und manchmal wird es übernommen, manchmal nicht. Warum, weiß ich nicht. Hängt wahrscheinlich mit dem Multiplayer-Modus zusammen. Ich habe mal drei Mitarbeiter. Wir tappen uns mal durch alle Gebäude durch. Drei Mitarbeiter hier. Drei hier vorne. Noch ein Stufenaufstieg. Hier sind auch drei. Hier sind es drei. Hier sind es gleich vier. Und... Oh, eine Abmachung kommt rein. Arnold Mannhauser möchte... Worum geht es da? Es geht jetzt hier um einen Tausch der Gebäude. Heilige Hütte gegen das glückliche Landei. Und das ist angeblich mehr wert. Wir gehen mal ab. Ähm... Schon wieder ein Stufenaufstieg hier. So. Eines der Gebäude war ein etwas edleres. Das war, glaube ich, bietet und zahlt. Das ist in der Innenstadt. Da können wir hingehen. Wir können nochmal eine Erweiterung hier bauen. Und einen weiteren Arbeiter, eine weitere Arbeiterin einstellen. Schauen wir uns mal das Kassenbuche an, wie es läuft. Gut. Läuft gut. Sieht alles fein aus. Da kann man mit arbeiten. Wir sind langsamer als die anderen unterwegs, weil die teilweise entweder gute Partien gemacht hatten oder halt im Produzierenden Gewerbe sind. Wenn das dann manuell steuert, kann man ganz gute Verdienste machen darüber, dass man Sachen bezieht da ein. und verkauft, wie es gerade passt. Wir hatten allerdings... Eine von uns hat noch richtig viel Geld. Die hatte, glaube ich, die Pferdekarren. Wisst ihr, das war, glaube ich, eine Ehefrau und die hatte Pferdekarren, ne? Die war es nicht. Wer hatte die vielen Pferdekarren, Leute? Die sind alle weg, ne? Die Frau von Jesus hatte welche. Die sind aber nicht mehr da. Was wir machen können, ist aber, dass wir jetzt hingehen und die können noch mal ein Kind in die Welt setzen. Die beiden hier. Jetzt nicht, bitte. Hört doch mal auf, mich immer anzuklicken. Einmal ein ehrlicher Kuss, bitte. Der Zweite macht das bitte schön auch. Feierabend. Was ist das? Sicher. Ich kann hier gerade unmöglich. Wir rennen einmal rüber. Ja, sehr romantisch. Jesus und Helene geben Bützchen. Jetzt bitte noch einmal tanzen. Durch euch gehen wir nicht zu einem besseren Menschen. Gut, das ist verständlich. Jetzt gehen wir einmal schauen bei den Kollegen hier vorne. Ich bin der Meister. Ja. Ja. Ja und Gersthilde. Bitte einmal tanzen. Und jetzt können die, glaube ich, ein Kind in die Welt setzen. Ich bin gerade verhindert. Natürlich immer nur mit dem Ehepartner. Mit Fremden setzt man keine Kinder in die Welt. Um Gottes willen. Wir sind bei den Furchte-Gotts. Hier bin ich. Bitte auch hier einmal ein Kind in die Welt setzen. Bin beschäftigt. Selbstverständlich. Alles gut. Sie hatte keine Karren. Sie hatte zehn Schafe. Ich habe sie alles abladen lassen, meinte Agro Zwerg. Wir gucken mal in unserem Wohnhaus nach, ob da eventuell Sachen gelandet sind. Also hier in diesem Haus hier. Wir suchen mal das Inventar auf. Es sind hier ganz viele Karren dran. Es sind Schafe. Es sind keine Karren. Tatsächlich. Komisch, ne? Die könnten wir verkaufen. Können sie auch behalten. Ich weiß nicht, wozu wir sie behalten sollten. So, und wie sieht es ansonsten hier noch aus? Alles okay. Wir können ein weiteres Gebäude bauen. Noch eine Predigerhütte draußen. Eine Stadtpredigerhütte. Oder wir machen jetzt das Level-Up und bauen einen anderen Art von Betrieb, Leute. Da bin ich für. Wir haben noch mit dabei ein bisschen Spielgeld. Wir gehen einmal rein in den Talentbaum. Schauen wir uns bei der Wissenschaft an, dass wir auf den Zweig gehen, Schriftgelehrte. Da können wir Schreibstuben bauen. Jetzt schauen wir mal, ob das Sinn macht. Ob hier... Das Kind ist unterwegs. Ob eine Schreibstube hier schon ist in der Innenstadt. Jetzt machen wir es mal ein bisschen einfacher. Suchen wir mal eine Schreibstube, wo die hier sind. Aber es kann sein. Ich glaube, die sind gar nicht aufgeführt hier. Die sind, glaube ich, spieltechnisch aufgeführt in der Oberkategorie der Stadtpredigerhütten. Mal gucken, ob das stimmt. Stadtpredigerhütten? Ich vermute ja. Wir gehen mal rein und schauen mal, was passiert, wenn wir hier Geld ausgeben. Einmal Schriftgelehrte. Dann kommen wir auch in die Produktion rein. Schauen wir mal, ob das ein zweites Gebäude ist. Oh, es ist nicht da. Es ist hier oben. Schreibstuben. Ah, unter Schreibstube steht das. Alles klar. Wir sind hier Schreibstuben. In der Innenstadt. Erstmal hier in Deutz. Da gucken wir zuerst mal. Eine Schreibstube ist schon da und dafür haben wir Geld ausgegeben. Na toll. Die könnte man versuchen aufzukaufen. In der Innenstadt ist ja auch eine Schreibstube. Im Norden ist eine hier vorne und macht uns Konkurrenz. Und im Süden ist keine. Wir können im Süden eine Schreibstube hinsetzen. Das könnte man machen. Hier irgendwo hin. Dann schauen wir mal, was die als Grundmaterialien haben. Also hier gehen wir hin. Da hier in Bye Bye Gelb. Weil das ist nur Stratperiode. Das ist Mauerei. Wo eine Mauerei dort drin ist, weiß ich gerade nicht. Jetzt ist sie weg. Jetzt schauen wir mal nach, was die für Rohstoffe verbrauchen, die Schreibstuben. Ich weiß nicht. Ich muss einmal testen. Einmal hinsetzen in Marktnähe. Und da gucken wir mal einfach. Wir bauen mal einen. Schwarz auf Weiß. Einfach in Marktnähe. Und da macht man nie was falsch. Wo ist der Markt? Hier. Ah, da ist kaum Platz. Boah, so ein dickes Gebäude. In Marktnähe wird nicht klappen. Das ist das Beste, was ich hier anbieten kann. Hier entsteht sie zur Überzeit. Jesus, hat das geklappt mit dem Kind? Sagen wir mal, bitte Arbeit wieder aufnehmen. Und, ähm, ist seine Frau schwanger geworden? Ja. Also, das Team verbünden sich. Kämmerer und Heildgut. Finde ich gut. Was gibt es? Ja, ich finde es nobel. Ich bin gerade beschäftigt. Ich bin ja mit Heildgut verbündet. Ja, und ich bin Kämmerer. Ich muss nur rechnen. Sie ist bewusstlos. Sie wurde niedergeschlagen. Ich hoffe nicht, dass sie schwanger war. Sie liegt da nur... Liegt auf dem Boden, wurde niedergeschlagen. Von wem auch immer. Krass. Die arme Helene. Kommt langsam zum Bewusstsein. Scheidert, um mit der Schwangerschaft nicht geklappt zu haben. Die erste Hilde dagegen ist schwanger. Wenn da wieder jemand stirbt, dass er wieder heiratet. Dann, dass die wieder ein Kind kriegen. Dass die überall alle arbeiten. Oh je. Also im Moment ist es mehr Sims. Es artet in Arbeit aus. Kopelius, Glückwunsch übrigens. Eine Tochter erwartet von... Also erwartet ein Kind. Geschlecht kann ich dir nicht sagen. Aber ich bete natürlich bei uns in der Kirche, dass es ein Junge wird. Es würde mich natürlich freuen. Falls Namensvorschläge wieder gesucht werden, da kann man sicherlich wieder was draus machen. Ja, natürlich. Oh, und neben mir wächst eine Schreibstube aus dem Boden. Ja, das ist die Meiniger. Können dann... Falls es unter euch Leute gibt, die noch nicht schreisen und leiden können, könnt ihr gerne zu mir rüberkommen. Gratis. Ist ja in der Familie. Ich habe eine erfolgreiche Handelsreise abgeschlossen. Und ich habe gerade so einen kurzen Moment des Selbstzweifels an meiner eigenen Ethik gehabt. Ich kann dir auch sagen, warum. Wir sprachen gerade über Kunst und Kultur und du fängst an, über Geld zu reden. Daher kommt das. Ja, ja, aber vor allem habe ich gerade gesehen, dass in meinen Gasthäusern tatsächlich eine Bratwurst für 420 Thaler verkauft wird. Und das ist irgendwie... Also, klar, der freie Markt regelt das. Und offensichtlich war jemand bereit, diesen Preis zu bezahlen. Dementsprechend ist der automatisch moralisch gerechtfertigt. Und die Inflation wird auch... Schauen wir mal, dass die hier auch wuppt. Die Schreibstube und stellen mal schnell die ganzen Produktionen rein. Das heißt, wir produzieren nur die Sachen, die richtig coole Preise geben natürlich auch. Das sind die ersten 4 Güter, die wir herstellen können. Gedichte. Pergament ist relativ teuer, können wir auch machen. Farbe und Übertalente 1. Ein Buch anscheinend. Und das sorgt alles für gute Preise. Das wollen wir alles viermal herstellen. Das heißt, hier sind die Haken bei den vier Gütern, die wir herstellen. Das ist okay. Die benötigten Rohstoffe sollen auf dem freien Markt gekauft werden. Von den Fuhrknechten auch alles soweit, so gut. Verkaufslager 3 hier unten. Ein paar Sachen sind oben drin. Wir bieten mal etwas billigere Preise an, falls man bei uns direkt kauft. Damit wir die Sachen auch auf jeden Fall loswerden. Um das Geschäft ins... reinzubekommen. Gehen in die Produktion rein. Und alles wird bitte hergestellt, sagen wir mal 40 Mal. Das sind dann zwei Aktionen. Einmal hier. Oh, pardon. Hier vorne natürlich. Bei den wiederkehrenden Geschichten. Und die Voreinstellung im Lagerreiter lasse ich jetzt mal, weil das ist jetzt live innerhalb des Multiplayer-Streams ein bisschen schwierig, dass ich da jetzt endlos viel Zeit dafür nehme, um sich da so reinzufuchsen hier. Stellen Mitarbeiter ein. Und ich würde auch mal sagen, dass wir Rüdiger gleich mal irgendetwas geben, mit dem der schnell unterwegs ist, um die Handelsgeschäfte zu betreiben. Wohin soll es gehen? Rüdiger ist hier. Und dem schicken wir erst mal... Der soll bitte erst mal beim nächstgelegenen Markt Das muss noch in der Abstimmung durchgesetzt werden. Also ich habe natürlich nur eine Stimme. Wir hoffen mal, dass Margarete Pullmann und Marquard Bromberger oder wenigstens einer der beiden dem gegenüber positiv steht. Was kann man da machen? Kann ich die irgendwie... Kann ich da was... Kann der Arm des Gesetzes da was austeilen? In die Richtung? Ich glaube, da müsste Sven dann Gaios die bestimmen. Wir gehen hin. Die vier Sachen, die man kaufen kann, ich finde immer am billigsten ist Tragetasche. Reitpferd geht schneller. Gibt auch eins mehr. Kann man auch machen. Ach, wir haben das Geld. Wir geben zwei Reitpferde. Ein Reitpferd hier für diesen... Für ihn her, genau. Im Besitz, nicht im Inventar. Und dann wird er wieder gehen auf Arbeit aufnehmen. Und dann kümmert er sich drum. Und dann alle... Und das waren dann so zehn Anträge, dass die Stadtwachen erhöht werden. Und dann kam die ganze Zeit, Stadtwache erhöhen, ja, ja, Stadtwache erhöhen, ja, ja. Und dann haben sie so durchgefunden einfach. Aber alleine ist natürlich auch nicht schlecht. Ja, das fühlt sich mächtig an. Mhm. Das ist mir nicht schlecht, politischen Einfluss zu haben. Ey, meine 47-jährige Frau, Caroline Lichtstehle, deren gesamte Reichtum leider in die Familie, in die das hier eingeflossen ist und somit ihrem Zugriff entzogen ist, weil sie nicht zu melden hat, ist mit 47 Jahren schwanger geworden. Cool. Oh, wow. Mit Wunsch. Leid mit Wunsch. Das ist nicht die, weil du Angst hattest, dass sie nicht waren. Ja, mit 47 ist im Mittelalter relativ... Also, da ist es eigentlich vorbei. Sagen wir ehrlich. Das ist schon jetzt fast... Ey, was sagt die Kirche dazu? Ist das der Einfluss Gottes? Also, erst mal eine offene Frage, bitte um eine offene Antwort, notfalls auch im Beichtstuhl. Ist das Kind... Hat sich das Kind wirklich selbst zur Welt gebracht oder habt ihr das ergaunert, gestohlen? Das Kind befindet sich im Mutterleib. Also, solange du mir nicht eine medizinische Erklärung liefern kannst, wie ein Fötus von einem Mutterleib geraubt werden kann, in den nächsten eingesetzt werden kann, um dort friedlich zu gedeihen, solange du das nicht machen kannst, empfinde ich deine Anschuldigung als sehr gottlos und beleidigend. Da kann ich dir gerne als Kleriker eine perfekte Antwort vergeben. Sie ist eine Hexe. Schnapp euch auf den Scheiterhaufen. Weißt du was? Was für ein schlechter Priester muss man sein, wenn man dem Wundergottes in die Augen blickt und die Hexe dahinter vermutet? Sie soll brennen! Lichterloh! Du erkennst die Wunder des Herren nicht. Dann brennen hier die Augen aus. Gaius Julius, ich brauche Holz. Ich will Kämme brennen sehen, zu ihren Füßen. Für guten Preis... Entscheide auf, ein Aufs Kämmen wäre auch mal was Besonderes. Ja, wir haben sehr viele gute Kämme, die perfektes Holz haben, ja. Liebe Pia, ich kann dir übrigens nun eine Hochzeit anbieten zwischen Maurice Heiltgut und, wie ich sie genannt habe, Pia Betrügersson. Wäre das nicht romantisch und schön? Ja, Betrügersson. Ehrlich. Es ist sehr lustig, dass du das in diesem Moment sagst, denn Trudi steht gerade vor deinem Gasthaus und hat gerade in Empfehlungen geschrieben über dein Gasthaus ausgesprochen. Geil. Also, dementsprechend sollte die Frage damit beantwortet sein, oder? Wollen wir uns vorm Dom treffen und wir machen dort einen romantischen Antrag. Achso, ich dachte, wir machen das über das Handelsregister. Jemand mag mich, das ist schön. Oder so. Dann werde ich jetzt aber erstmal noch meinen männlichen Erben zum Erben ernennen, weil ich glaube, die Frau kann ja sonst nicht weggeheiratet werden. Ich kann nur sagen, dass das dann nicht geht, weil sie geht ja quasi in meine Dynastie überall als Frau. Genau, genau. Aber mein Sohn Ducatobert Betrügersson ist nun mein Erbe. Ducatobert? Ja, ja. So, jetzt können wir noch eine zweite Schreibstube bauen und oder die erste ausbauen. Da sollten wir uns auch drum kümmern. Die erste Schreibstube war... Schwarz auf Weiß hier hinten. Da gehen wir einmal rein. Die können wir auch erstmal einmal ausbauen. Läuft da schon irgendwas? Produktion läuft. Hier fehlen noch Komponenten. Wir könnten noch einen Fuhrmann einstellen. Die produzieren schon mal ein bisschen vor sich hin. Scheint auch halbwegs zu klappen. Wir stellen mal einen... Wir erweitern das Ganze mal um einen weiteren Arbeiter und um einen weiteren Fuhrknecht. Wobei ich mir da nie sicher bin, ob man das langfristig braucht. Aber so um am Anfang, damit das Ganze läuft auf jeden Fall. Fuhrknecht Nr. 2. Arbeiter. So. Jetzt sind wir auch im produzierenden Gewerbe hier. Okay. Wir haben ein bisschen Geld übrig. Wir könnten sogar noch einen Betrieb bauen, Leute. Sollen wir mal gucken, ob irgendwo noch eine Schreibstube gebraucht wird. Da war irgendwo ein Stufenaufstieg. Ich weiß noch nicht mehr wo. Ob der zweite Sohn auch an die Arbeit muss, das hat gefragt. Ja, tatsächlich. Der hatte auch nichts zu tun. Ich kann hier gerade unmöglich weg. Oh, oh. Wir haben hier Kinder. Die gehen schon in den Arbeiten nach. Das ist soweit gut. Wir schauen mal, wo wir das nächste hinbauen. Noch eine weitere Schreibstube, bitte. Also wir hatten gesagt, Schreibstube hatten wir in die Innenstadt gesetzt. Da gab es keine Konkurrenz. Gibt es hier oben Konkurrenz? Da war eine Schreibstube als Konkurrenz. Nee, doch, ne? Ja, zum flinken Schreiberlein. Hier unten war auch Konkurrenz. Und hier war auch Konkurrenz. Das ist ein bisschen doof. Wir könnten auch einfach, wir könnten neben die Konkurrenz hin. Hier ist so voll. Wir können hier hinkommen. Und nicht einfach hier auch hin. Oder hier, komm. Die haben hier so guten Rufsicher auch. Ich werde in dem Stadtteil sind wir total berühmt. Das ist ja auch eine andere Stadt-Träger heute. Und wir gucken mal, ob wir die Schreibstube hier aufkaufen. Ein Mitglied eurer Familie ist verstorben. Abmachung treffen? Oh, jemand ist gestorben. Wer denn? Wer ist denn gestorben? Alexandra, furchte Gott. Unsere Patriarchen hat ins Gras gebissen im Alter von 40 Jahren. Und er ist jetzt Witwer. Ich bin gerade verhinter. Gottlieb ist Witwer geworden. Das ist bitter. Also, Leute. Sollen wir versuchen, ob wir die aufkaufen können? Gebäude kaufen. Beweise für Taschen? Was ist das hier alles? Er muss eventuell zu irgendeinem Prozess hinrennen oder was? Ich dachte, da bekommt man eine Mitteilung. Wir geben, wir bieten ihm Geld an. Wie viel ist es wert? Ein schwerer Schneesturm wütet im Alter. Wo kann man denn sehen, ob das Willibald-Borland, das ist irgendeine KI-Dynastie, ne? Und da rechts ist, wir kopieren angeixt. Das hat einen Handelswert von 8.259. Und wir müssen einen gleich hohen Handelswert anbieten, den wir nicht haben. Dann kommen wir erstmal raus. Das geht erstmal gar nicht. Dann sammeln wir noch ein bisschen Geld an heute. Entschuldigung, ich muss mal ein kurzes... Das kann sich aber noch bis dahin verändern. Aktuell würden zwei dafür stimmen, einer dagegen. Aber das kann vorher auch noch ein bisschen... Also es wird spannend. Also um 12 Uhr kann man das live verfolgen, mittags, morgen, im Rathaus, wie die Abstimmung verläuft. Ich muss ihn auch irgendwie aus deiner Gruppe entfernen, Pia. Ja, weil ich kann ihn nicht auswählen. Er ist wohl in deiner Partie gerade. Der Maurice heilt wohl, deswegen kann ich ihn nicht wählen als Heiratsziel. Geht das so? Schauen wir kurz. Jetzt geht's, jawohl. So, jetzt anbieten. Das ist ja eine sehr unromantische Idee. Ah, aber dann geht das ja in deine Familie, wenn wir das so machen. Ist das so? Komisch, hätte ich gedacht, die Frau geht automatisch. Nee, offensichtlich hat das damit zu tun, ob man sie in der Hauptpartie drin hat oder nicht. Ah, das kann natürlich sein. Man kann auf jeden Fall das Ziel ja wählen, Maurice. Du kannst unten auf die eine das Wappen klicken oder auf das andere. Ja, das ist schwierig. Ich dachte, die Frauen kommen zu mir, also die zu mir und die Männer gehen weg. Das dachte ich auch. Nee, andersrum. Frauen kommen zu mir und Frauen werden weggeschickt, quasi in dem Sinne. Sinne, also, ich wäre da sehr für den klassischen Teil. Ist, ist, ist ausgerechnet du hier. Das überrascht mich jetzt ein bisschen. Ja, auf jeden Fall. Da, da, da kommt jetzt das, das, äh, die wahren politischen Anrechten der Surioka. Nein, weil man einfach die guten, frischen Gene der Frauen wieder frisch dazu holt. Und man muss ja an der Stelle auch sagen, man kann Frauen das auch eher zutrauen, dass sie diese Anpassung in eine neue Familie schaffen. Ah, okay. Warte mal, mir sagt jemand, ich hätte da irgendwie das, äh, das Wappen... Aber wenn du sie bei dir rausnimmst, dann stelle ich dir den Antrag sonst. Ich habe sie auch schon ausgenommen. Da ist eine, eine Nachricht. Diese reichen Leute sind so geizig, sie sollen uns mehr zahlen. Das sind die Worte, die in den Straßen, durch die Straßen hallen. So ist... Ich höre das nicht. Ja, das ist das Problem. Ihr hört nicht hin. Und eines Tages wird der große Aufstand kommen und dann wird sie sagen, das habe ich alles nicht sehen können. Ja, das stimmt. Halle Kamera ist jetzt auch erwachsen. Jetzt habe ich dir den Antrag gestellt. Jawohl, so, nun. Großartig. Auf dem Marktplatz wird gesagt. Das ist ein zaubrafter Anblick vorne. Die Backstube von Coppelius, wo Melania mit E.H. geschrieben, backt und im Hintergrund unserer Schreibstufe, Schreibstube, tolles Gefühl, dass die Allianzen so gut miteinander klarkommen. Die beiden, die beiden, die beiden, die beiden das Team so gut miteinander klarkommen. Im Chat wurde gefragt, was passierte, fragt Gedankenspiegel mit dem Rapier oder Rapier und dem Schild der verstorbenen Ehefrau Futsch. Da hat sie ins Grab mitgenommen. Das ist wie bei den Wikingern. Die werden auch mit ihrem Schiff und ihrem Pferd und ihren Sklaven und ihrem Schild und ihrer Rüstung beerdigt. War bei uns auch so. Wahrscheinlich sogar auf einem brennenden Boot, das in den Rhein hinausgeschickt worden ist und im Hintergrund stand ihr Mann und Schuss mit einem brennenden Bogen, mit einem brennenden Pfeil auf das Schiff versucht hat, versucht es zu erwischen. Bevor es dann schließlich wahrscheinlich mit einem anderen Schiff kollidiert und das in den Rand setzte. Ich weiß es nicht. Irgendwas in der Art. Könnt ihr euch gerne vorstellen. Es läuft nicht mehr lange, dass das Event vereinbart war. 22.30 Uhr. Nochmal der Hinweis, danach screamen wir weiter mit unserem normalen Let's Play, das wir auch in Köln haben. Aber mit einem ganz anderen Gewerbe hier bis Mitternacht etwa. Und für die, die es nicht mitbekommen haben, dann verlose ich gleich noch drei Keys für die Gilde 3 gleich im Laufe der letzten 1,5 Stunden. Morgen haben wir einen ganz normalen Gilde 3 Stream ab 19 Uhr. Und ich zeige euch auch nochmal ganz gerne, für die, die es nicht mitbekommen haben, das hier. Nämlich die Möglichkeit, wie ihr ein bisschen billiger an das Spiel rankommen könnt über Gamesplanet. Ich habe da einen Kunden, die Gutschein-Code gehen 20% runter von dem Spiel. Vom Steam Key, Link darauf bitte mal im Chat posten. Danke an David. Und wie das nicht ihr, ich verdiene dabei mit. Auf Kosten der Shops. Das ist ein offizieller Vertragspartner von TH Commodic. Kein grauer Markt, keine Firma, die in Hongkong sitzt und keine Keys, die in, was weiß ich, in Russland vom LKW gefallen sind oder ähnlich. Bei allem, was passiert. Ja, ich finde den Prediger verdächtig. Ich habe das Gefühl, dass er einen falschen Glauben predigt. So, Sohn. Oh, wäre jetzt ungünstig, Mara, wenn jetzt mein Charakter stirbt, kurz vor diesem Antrag, oder? Oh, nein, nein. Der ist ja schon 45, meine Frau ist gerade mit 41 gestorben. Oh, bitte nicht. Das wäre jetzt mega ungünstig. Coppelius, nach Wuchs für Petrus und Gerstilde. Das zweite Kind, ein Töchterlein. Ein Töchterlein? Ja. Darf ich den Namen auswählen? Ja, gerne. Coppelina? Ich werde ganz kurz wieder in mich gehen. Ja, mach das. Verlauf dich nicht. Oh Gott, ich muss ehrlich sagen, vielleicht hat das Einfluss auf deine Namensgebung. Die Kleine hat eine Eigenschaft, hässlich. Und dazu wird zur Erläuterung geschrieben, ihr habt ein Gesicht, das wohl nur eine Mutter lieben kann. Oh Gott. Das Spiel ist manchmal schon ein bisschen fies. Das Spiel kennt mich wirklich gut, anscheinend. Das muss jetzt halt in seine Familie. Ich möchte feierlich verkünden, die erste Tochter meiner Dynastie wurde geboren. Wunderbar. Wahrscheinlich, oder? Enkelin, das ist genau. Aber es ist eine Tochter der Dynastie, ne? Sehr gut, sehr gut. Gut, ich würde als Namensvorschlag... Immer ist bei uns eingebrochen. Ein Uhr morgens. Ich würde das vorschlagen, wie wir es mit Teiglinde. Teiglinde, das passt, glaube ich, ganz gut. Du bist ja sicher Teiglinde und nicht Teiggesicht, ne? Nein, nein, Linde, Teiglinde. Teiglinde. Und auch nicht Teiglink mit G am Ende, weil das würde vielleicht zu ihrem Aussehen auch passen. Gehört noch aufgebacken, meinst du? Nein, nein, nein. Gehört noch aufgebacken ist dein Namensvorschlag. Können wir gerne machen. Können wir auch machen. Auch gut. Ja? Gehört noch aufgebacken. Ich weiß nicht, ob das so lang geht. Leider nicht. Zwölf Zeichen Limit. Es geht leider nicht. Ich muss auch ehrlich sagen, das war ein ganz fieser Vorschlag von dir. Ich habe jetzt keinen Namen drin. Hör mal, wenn die jetzt stirbt, die stirbt ungetauft in diesem Kältewinter. Oh je. Die kommt nicht in den Himmel. Ganz schnell. Teigrinde wird vorgeschlagen bei mir im Chat. Ansonsten, was auch gehen würde, wäre Krümeline. Ja, das geht. Das ist so neutral. Krümeline, wenn man die sieht, verkrümelt man sich irgendwas in der Hand. Ach so. Einmal Krümeline. Gut. Bei mir, meine Tochter, die eben geboren wurde, heißt Cluta Maria. Oh Gott. Falls uns eine Tochter nochmal misrät, Coppelius, dann merkt ihr doch mal auf Vorrat bei mir im Chat den Namen Hefoklos. Oh, auch gut. Auch gut, ja. Auch gut. Ansonsten, was ich auch empfehlen kann, was mir gerade zugespielt wurde, Adelteig. Ja. Das eine so erschreckend wie das andere. Es tut so weh. Aber das Problem ist, meine Namensgebungen sind nicht besser. Also bei mir ist, mein Enkelkind heißt jetzt Seifison, wenn ein Badehaus arbeiten wird. Und Grauteller. Natürlich. Es ist umso weit, Coppelius. Ich kann mich nicht verschleiern. Ich kann dir eine Tochter zum Altar führen. Einem von Meilen. Maria, fürchte Gott. Oh, ausgezeichnet. Lass uns am besten ins Rathaus wechseln. Ja. In das Offizie. Ich muss sie mal ganz... Ne, sie ist schon eingestellt. Sie steht im Augenblick draußen und gibt damit an, wie cool sie ist und dass sie demnächst mit einem Balk von dir vermählt wird. Da freut sie sich. Sie ist total krass, Matsch. Und freut sich drauf. Sehr gut. Ich würde sagen, wir hüpfen runter in das Rathaus. Ja. Gaius, kannst du uns helfen? Natürlich. Würde ich in der Zwischenzeit nämlich sie schon mal rüberschicken in den Dom, oder? Drei Uhr morgens und alles in Ordnung. Ich eile. So. Coppelius, lass uns das doch richtig standesgemäß machen. Wir sind mittlerweile, wie gehören wir zu den oberen 10.000, eventuell sogar zu einem oberen Dutzend von Köln, lass uns vor dem Kölner Dom treffen. Da sollen die sich im Lichte der Öffentlichkeit von allen reichen, schönen und frommen Menschen und von allen Leuten, die gerne Backwaren fressen, beäugt werden bei ihrem Liebesreigen und danach innen drin im Dom heiraten, oder? Das ist eine wunderbare Idee. Ist das schlimm, dass da jetzt schon die Tränen kommen? Das ist eine sehr, sehr gute Idee. Ich musste hier nur noch zwei, drei Kleinigkeiten erledigen vorab. Dann sind wir schon unterwegs. Das heißt, er wäscht sich jetzt, oder? Ja, ja, auch, 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 auch. Ich kann dir auch eine Mitgift mitbringen. Entschuldige, direkt vor dem Kölner Dom ist der Markt. Wünschst du dir irgendeine spezielle Mitgift, dann kaufe ich ihr noch was. Nein, ich glaube, die Leute sind vielleicht ein bisschen hungrig. So eine Bratwurst oder so vielleicht? Eine Bratwurst? Eine, okay, okay. Aber das Problem ist, ich glaube, du kannst sie mir nicht übergeben, diese Bratwurst. Ja, aber ich übergebe dir ja meine Tochter. Und sie wird dann zu deiner, also die Bratwurst kann dann als Erbstücke durch eure nächsten Generation, von Generation zu Generation weitergereicht werden. Hm, das wird sehr ansehnlich werden im Laufe der Jahre. Du konntest vielleicht sogar dank des Bratwurstgeschenkes in Zukunft Hotdogs herstellen. Brot außen rum herum, Hotdog, Wurst drin. Das ist eine gute Idee. Dieser Gedankengang, dieser gefällt mir. Das ist so zukunftsorientiert. Was wir eigentlich noch nicht besprochen haben, wen heiratet deine Tochter eigentlich? Ach, wenn du willst. Sie macht das, was wir ihr sagen. Okay, wir hätten hier nämlich Kornrad. Oder auf der anderen Seite hätten wir noch Dinkelbert. Aber Dinkelbert ist erst 15. Nein, Kornbert. Kornbert ist ein junger, stattlicher Mann. Das ist gut, das ist gut. Wie alt ist er? 16. Das ist zauberhaft. Sie ist 15. Wunderbar, passt perfekt. Ausgezeichnet. Ausgezeichnet. Erstes Jahr, vier Kinder. Perfekt. So, eine Bratwurst. Ah, Kornrad ist 19, pardon. Aber sehr gutes Jahr. Guter Jahrgang. Guter Jahrgang. Also, oh Gott, zu wenig Tana. Ich bin, das ist ja nicht peinlich. Ich bin, ich meine nicht, dass du denkst, wir wären eine schlechte Partie. Mir geht gratis Geld an. Ich weiß nicht warum. Vielleicht hat uns jemand bestohlen. Ich kann keine Bratwurst kauen. Ich schwimme Geld, wirklich. Wir sind eine gute Partie. Ich schwöre. Ich schwöre. Ich schwöre beim Leben von Maria. Ja, das ist kein Problem. Keine Sorge, keine Sorge. Wir können das ja auch so machen. Keine Bratwurst, sondern einfach. Es tut auch ein Blumenstrauß. Ein Blumenstrauß? Den Blumenstrauß kann ich dann auch meiner Gattin mit heimbringen. Der Alisa Baguetta. Die hat auch Freude, wenn sie mich einmal sieht. Weil bisher sieht sie mich eigentlich nur dann, wenn ich mit ihr ein Kind mache. Ansonsten arbeiten wir in getrennten Betrieben, sehen uns nie. Na, so ist das. Moderne Beziehung. Ja. Also, mittlerweile habe ich noch weniger Geld. Frag mich nicht, warum. 60 Tana sind da. Ich könnte ein Fladenbrot mitbringen, aber das ist, glaube ich, eine Beleidigung, weil das ist sicher von der Konkurrenz gebacken. Es ist, das ist tatsächlich vielleicht eher ein Fauxpas, weil ein Fettnäpfchen, das du da treten würdest. Ja, ein Teig. Es ist okay. Ein Teigrand. Ein Obsthaft. Ich bin ein sehr zufriedener Mensch mit dem, was ich habe. Und es ist auch nicht notwendig, da jetzt eine Mitgift zu bringen. Wir schaffen das. Und auch, nein, es ist okay. Das wird zufrieden. Maria könnte auch etwas Fett mitbringen. Vielleicht steigert das ihre Fruchtbarkeit. Ich nehme mal zwei Stücke Fett mit. Da können die beiden sich in der Liebesnacht mit einschmieren. Wer weiß, ob das förderlich ist. Und jetzt ist auch Geld wieder da. Und jetzt kommt noch eine Bratwurst oben drauf. Fettige Bratwurst. Das klingt nach einem sehr guten Hochzeitsessen. So, sie steht vorm Dom. Ach, da ist ja Konrad. Kornrad, entschuldigt bitte. Kornrad, genau. Einen kurzen Moment. Oh, kann es sein, dass da gekämpft wird? Ach, die anderen kämpfen immer. Das sind so Rohlinge hier. Du kennst dich ja als Bäcker mit Rohlingen aus, ne? Ja, ich bezeichne sie als Teiglinge, aber grundsätzlich ja. Ja, und wenn man die in die Flucht schlagen, findest du dann Feiglinge. Richtig. Vollkommen richtig. So, einen kurzen Moment noch. Bei mir im Chat wird übrigens jetzt schon ein neues Gericht vorgeschlagen, das du bei dir dann fertigen könntest, wenn die zusammenkommen. Also das Level-Up für den Hotdog sei die Bratwurst-Tochte. Wobei es kann auch sein, dass das gerade als Spitzname für Maria genannt worden ist. In dem Fall, lass das bleiben. Dass mir niemand Maria beschimpft. Das ist nicht Bratwurst-Tochte. Im Chat bitte mal Northburmen-Bammen hier für diesen Vorschlag. Ich war jetzt ganz kurz abgelenkt. Ich habe natürlich zugehört, aber meine Alisa Baguette ist gerade zusammengeschlagen worden. Nein. Und ich glaube, sie hat jemanden zusammengeschlagen. Ja, sie hat jemanden zusammengeschlagen. Die Luise Mannhauser. Ja, das ist gut gemacht, Alisa. Auch eine gute Partie. Also eine Frau, die mich verteidigen würde und meine schwächlichen Priester, da hätte ich auch nichts geben. Ich könnte ein paar Oplaten mitbringen zum Hochzeitsessen. Ach, da kommen schon die ersten Blumen, oder? Bulltkornrad schon um Maria? Nein, das war noch nicht. Er muss ganz kurz noch einmal, er hat noch etwas zu Hause vergessen. Einen kurzen Moment. Hat er sein Charisma vergessen? Wir wohnen nebenan, deswegen ist es jetzt ein kurzer Moment. Er hat vergessen, sich die Zähne zu waschen in der Früh. Ach, das gibt es ja gar nicht. Ja, hin und wieder muss er daran erinnert werden. Deswegen hoffe ich ja dann sehr darauf, dass die Maria ihm auch ein wenig etwas beibringt. Auf jeden Fall. Ich lege großen Wert auf Körperhygiene. Alle meine Kinder und Kindeskinder putzen sich einmal im Jahr die Zähne. Sehr gut, das ist wichtig. Das ist das Minimum, auch das Maximum. Und dementsprechend bin ich da sehr froh, wenn da deine Kinder auch hinten nach sind. Ja. Man kann mein Sohn nur davon lernen. Ja. Man sagt ja, man lernt von den Besten. Na, das ist sehr lieb. Aber ich muss auch ehrlich sagen, wäre ich in einer Familie von Zuckerbäckern, ich würde auch Wert drauflegen, auch viel Zahnhygiene. Ja, das ist richtig. Also wirklich, man darf uns nicht wirklich anschauen, wenn wir lächeln. Aber das ist jetzt ein anderes Thema, ja. So, wo ist denn der Konrad? Bei mir im Chat werden tatsächlich aberwitzige Rezepte für gewisse Tochten ausgetauscht, die mehr nach einem Fleischgericht klingen, als nach einer Tochter. Einer wünscht sich im Chat, liebe Grüße an Manuel, Krapfen mit Matthies Füllung. Kopelios. Matthies Füllung? Matthies ist Heringer, Heringsfüllung, in einem Krapfen. Sehr experimentell, würde ich sagen. Aber man kann es ja probieren. Warum nicht? Warum nicht? Ich meine, momentan, wir backen unsere Brötchen momentan klein, aber das ist jetzt nur eine Redewendung und nichts im Sinne von tatsächlich klein. Sonst würden wir auch gleich wieder von der Stadt wahrscheinlich geschupft werden. Nein, aber momentan stellen wir rein nur Brötchen her, aber vielleicht demnächst wechseln wir tatsächlich auch in die Konditorei hinein und stellen dann auch Sahnetorten her. Köstlich. Und vielleicht kann man da auch die Heringe gut drinnen... Oh, verarbeiten. Moment, Konrad Baguetta ist auf dem Weg zu deiner wunderbaren Tochter gerade, wird gerade von Friederun vermöbelt. Oh nein. Nein, ich kann und helfe. Alles gut, alles gut. Stadtgretist Dagobert hat unterstützt. Okay, prima. Alles okay. Ich glaube, diese Dynastie, dieses Haus, mag uns nicht wirklich, aber gut. Der Henker weiß warum. Gut. Hoffe ich zumindest. Bitte wasch dich ganz kurz. Ja, das ist schon gut. Ja, wir haben ja nichts zu verbergen. Das ist schon okay. Öffentliche Waschung im Winter. Ich finde es ganz entzückend, oh jetzt kommt was so mein Schuss, dass ihr in Österreich auch Brötchen sagt. Ich lebe ja in Köln, wir sagen ja auch Brötchen. Ich habe auch Schwierigkeiten, mich mit Menschen aus Norddeutschland zu treten, die mal von Schrippen reden zum Beispiel. Ja, Brötchen sagen wir eigentlich nicht. Doch nicht? Nein. Das nutze ich jetzt nur, damit die Leute mich verstehen. Was sagt ihr denn? Na, Brötchen, es hängt einfach davon ab, was es für ein Brötchen ist, aber Weckerl zum Beispiel. Weckerli, Wecker sagen wir auch. Bei uns im Rheinland sagt man übrigens auch, im Chat wurde eben schon gewitzelt, aber es hat leider eine obszöne Unternote, aber ich sage es mal trotzdem, weil es stimmt einfach. Die Bezeichnung Stutenkern ist auch für eine gewisse Backware bei uns. Stutenkern? Okay. Frag mich nicht nach der Namensgebung, wie man darauf kam, das will ich auch gar nicht wissen. Knauzen sagt mir auch nichts. In dem Chat fallen auch diverse Begriffe. Rundstücke, Weckerl, Weckerl. Maria mag das, wie Kornrad sie umschmeichelt und umgarnt. Ich prügel mich schon wieder. Es ist schon wieder jemand aus dieser Dynastie. Nein, jetzt greife ich dich an, ich will den anderen angreifen. Es tut mir so leid, ich habe mich so leid. Es ist mir so peinlich. Es ist mir so peinlich. Sie hat eine Wagenhaft noch über mich drüber. Also über Kornrad. Es ist mir so peinlich. Sie hat eine Kornrad-Büder, sie wollte ihm nur helfen. Ich schwöre, sie wollte ihm helfen. Das ist der absolute Tiefpunkt des ganzen Abends hier. Ich bin rot angelaufen vor Scham. Es ist mir so peinlich. Ach, der arme Kornrad. Was, wie kann ich das wieder gut machen? Ach, schau. Jetzt wurde da ausgeraubt von jemandem oder was? Was für eine Schweinerei. Ein Blumenstrauß wurde entwendet und 75 Geld. Nein. Kann ich dir irgendwie helfen? Ich weiß nicht wie, im Ernst. Ich weiß auch nicht. Kann man tatsächlich irgendetwas mit dem machen? Ich gucke mal kurz, ob ich irgendwie, ob es irgendwas Nettes gibt. Ob man jemanden heilen kann? Nee, man kann nur sich selber. Du kannst schlafen gehen, um dich auszuhalten. Im Ernst. Nee, momentan schläft er. Also nicht am Boden. Momentan geht noch nichts. Ja, kann das sein? Das, ja, entschuldige. Nein, ich glaube, er muss erst aufwachen und dann kann ich ihn heimschicken bzw. ins Krankenhaus schicken. Aber das große Problem ist, anscheinend ist diese eine Dynastie nicht sehr gut auf mich zu sprechen. Das heißt, ich werde jetzt, glaube ich, meine Dynastie, meine ganzen Mitglieder bewaffnen. Er macht das. Ich helfe mir sofort. Ich gehe mal rüber zum Marktplatz, dann hast du schon mal jemand mit Waffe gleich. Dynastie Mannhauser nehme ich. Schweineband. Das ist wirklich sehr, sehr, sehr ungut. Also was ich empfehlen kann, sind zum Beispiel Schilde und Rapiers. Die sind nicht allzu teuer, finde ich. Ein Schild zur Verteidigung, ein Rapier für Aua. Ja. Oh, das geht gerade nicht bei mir. Ich frage, ich frage mich warum. Ach, sind keine da. Die sind gerade schon ausverkauft. Oh, Konrad ist wieder aufgestanden. Ja, Gott sei Dank. Ich glaube, ich schicke ihn ganz schnell zu Pia zum Heilen, würde ich sagen. Ja, ist, glaube ich, besser. Wobei, Moment, ich werde noch ganz kurz versuchen, wenn Maria schon vor mir steht. Ja, genau, mach das, komm. Sie hat auch, also ich glaube, er hat so heldenhaft für sie gekämpft. Ich glaube, das erschließt ihr Herbst jetzt. Ich hoffe, sie will kein Gedicht haben. Sie mag keine Gedichte. Ach, großartig. Also eure Tochter ist sehr wählerisch, aber keine Sorge, Konrad mag das. Lässt sich nicht so leicht abwimmeln. Ich stimme dem zu. Ja, jetzt hat es geklappt. Marias Herz wird etwas weicher und offener gegenüber Konrad. Ein Blumenstrauß war das. Mit einem Blumenstrauß geht es immer. Ja. Oh Gott, eure innere Schönheit übersteigt ihr eures wahrlich wunderschönen Antlitzels steht, ja? Ich weiß nicht, ob das Kompliment oder schon missglückt. Es ist alles gut. Ja, schöner Trieb in meiner Natur. Danke, sagt sie bei mir schon. Ja. Also, es sieht gut aus. Das sieht sehr gut aus. Allerdings ist es noch ein wenig zu früh, ihr tatsächlich einen Heiratsantrag zu machen. Ich werde ihr, wir werden, wir werden, hm, es dauert ein wenig, bis ich, oh, ich habe auch nicht einmal mehr einen Blumenstrauß. Moment, gut, dass der Markt... Soll ich ja einen auf dem Markt kaufen, den du mir dann schenken kannst? Ich weiß gar nicht, ob das geht. Das geht, glaube ich nicht. Ja, deswegen. Ich gehe mal ein Stück zur Seite. Bei mir macht sich der Chat darüber Sorgen, dass wir anderen von Autos, von Wagen überfahren werden. Ich könnte die Blume der Zwietracht eventuell verschenken. Nein, das könnte ich nicht. Man kann keinen Blumenstrauß schenken, äh, kaufen. Man muss den anscheinend tatsächlich selbst herstellen. Ich laufe dir nicht weg. Ich stalke dich. Wir laufen schnell heim. Maria läuft hinterher. Kurze Wege. Ich muss dann auch noch das Parfüm neu auftragen und dann geht alles wieder gut. Es geht schnell. In der Zwischenzeit wird Alisa ein wenig Waffen kaufen. Maria stellt sich schon mal vor das Haus hin. Ich eile. Hoppla, sie rennt völlig falsch. Was ist denn jetzt passiert? Ihr seid in letzter Zeit selten hier. Erzähl, was freut ihr so? Was ist denn jetzt passiert? Ja. Sicher. Das klingt gut. Einbrüche an Banalismus sind jetzt erlaubt in Köln. Ich bin erschüttert. Was die anderen in unserer Abwesenheit so alles beschließen, furchtbar. Ich muss mal kurz, entschuldige bitte, meinem Chat erklären, dass hier, ähm, wir haben deshalb so wenig Geld, weil wir einen teuren Betrieb gebaut haben, der jetzt zwei Vorleute starten und die kaufen ganz viele Güter ein und danach wird aus den Gütern produziert. Und wir hatten sehr große Gütermengen eingestellt, die jeweils eingekauft werden, deshalb sind wir jetzt blank. Dort wird Spielschulden von Priestern bezahlt. Die anderen hören euch nicht. Wir sind gerade, Coppelos und ich, in einem Extra-Kanal. Coppelos hat sich im Moment anscheinend gemutet. Moment. Ich bin nur still. Still, still, still. Ich lausche den Ausführungen. Einbruch in einem meiner Häuser. Ja, bei mir auch gerade in dem Moment. Das ist organisiert. Ja. Gibt's irgendeinen ernstzunehmenden Grund, nicht Maurice oder Nils zu beschuldigen? Das ist eine berechtigte Frage. Anderer, ich, ich, es wird schon wieder gekämpft. Ich bin mir sicher, dass schon wieder einer meiner Leute attackiert wurde. Unglaublich. Wie kann man nur einfache Bäcker und vor allem Prediger überfallen ausrauben? Das ist so, das... Also, das Spiel verdirbt anscheinend den Charakter ein kleines bisschen. Mhm. Oh, ein Mitglied meiner Familie ist verstorben. Oh nein. Und ich glaube, es war Kornrad. Nein, nicht im Ernst. Es war Kornrad, weil ich glaube, er, weil er nicht behandelt wurde mit den, äh, zwecks den Wunden. Und es wird schon wieder gekämpft. Irgendjemand greift die ganze Zeit meine Leute an. Vielleicht hast du einen Konkurrenten bei dir im Viertel. Das ist diese eine Dynastie. Eine Kornrad, oder? Es ist schon wieder... Oh, hier unten? Nein. Ah. Okay. Das ist jetzt natürlich... David Baguetta ist angegriffen worden. Bewaffne deine Leute. Es ist schon wieder jemand eingebrochen. Hast du Schergen? Nein. Ich bin komplett überfordert gerade. Ja, aber das Spiel hört aber ganz normal. Weil das jetzt ernsthaft, weil das Spiel im Laufe der Zeit... Es sind so viele Häuser, so viele Leute, so viele Dinge, die man machen muss. Im Singleplayer-Modus kannst du die Geschwindigkeit rausnehmen und justieren. Hier auf Multiplayer spielen wir in der höchstmöglichen Geschwindigkeit auch noch. Können nicht pausieren und dass dann im Laufe der Zeit das Ganze ein bisschen unübersichtlich wird. Völlig normal. Das war irgendwas, um mal zu beichten, der Grund dafür, warum ich keinen produzierenden Betrieb haben wollte. Jetzt habe ich mir nur die Prädie geholt habe, obwohl ich wusste, dass sie nicht so viel Schotter abwerfen. Weil ich dachte, dann komme ich wenigstens halbwegs durch den Abend durch. So, jetzt wird meine gesamte Familie bewaffnet. Sehr gut. So weit ist es gekommen, dass man nicht einmal in den eigenen Straßen mehr sicher ist. Na gut, nachdem jetzt der liebe Konrad verstorben ist... Ja. Es tut mir wirklich leid natürlich für ihn. Würde ich sagen, rückt Tinkelbert nach. Ja. Also, das heißt, du hast auch nicht den... Es spukt ja nicht der Gedanke im Kopf herum, es könnte irgendwie... Also, Maria könnte irgendwie eine schlechte Aura haben oder verflucht sein oder so. Nein, dann kann Maria ja nichts dafür. Gut. Dann bin ich sehr, sehr beruhigt. Ich glaube auch, sie hat nur gescherzt, als sie mir erzählt hatte, dass sie vor einiger Zeit bei Pia war, das glaube ich, einen Kurs abgeschlossen hatte für so einen speziellen Lippenbalsam, Blume des Bösen oder so ähnlich. Ich glaube, das war nur ein Scherz. Gut. Da kann nichts passieren, weil immerhin haben sich ja unsere beiden Kinder ja auch noch nicht geküsst. Ah, das ist gut. Dementsprechend ist das ja kein Problem. Dann soll sich dein nächstes Geborener ruhig trauen. und Maria einen ein Küsschen geben. Soll sie sich vorher waschen? Ja, er produziert gerade noch einen Waschlappen für sich. Also, Maria hat sich eigentlich vor zwei Jahren, glaube ich, das letzte Mal gewaschen. Das sollte eigentlich reichen. Das geht sich, glaube ich, noch aus. Genau. Also, zu viel Wasser ist ja auch schlecht für den Körper. Genau so ist es. Ja. Das verwässert nur den Körper. Ganz genau. Leere der vier Säfte. Ja. Nein, da muss man auch vorsichtig sein. Ja. Nein, es sind, glaube ich, sechs Säfte, nicht vier. Egal. Multivitaminsaft einfach. Ja, genau. Oh Gott, ich sehe gerade, Maria hat Moos angesetzt an ihren Beinen und der Ärmchen, weil sie die ganze Zeit da steht und niemand kommt und sie küsst. Ich will dich nicht unter Druck setzen. Nein, nein, nein. Aber sie wird nervös. Ich kriege es mit. Wir sind gleich soweit. Wir sind gleich soweit. Dinkelbert ist gleich bereit. So, das sieht gut aus. Dinkelbert, wo bist du denn? Wo bist du denn? Hier. Nein, jetzt ist kein guter Moment, um Käsetoast zu essen. Gut, er ist parfümiert und da ist die Maria. Er ist auf dem Weg. Sehr schön. Es ist soweit. Ich gebe der Maria mal ein Stück zur Seite, damit wir nicht überfahren werden können. Ja. Da kommt Dinkelbert, Herr. Ach, er sieht stattlich aus. Maria, das ist eine gute Partie. Zeig dich offen, bitte. Meine Dame, ich würde gerne mehr Zeit in eurer fesselnden Gegenwart verbringen. Ja, die Glocken setzen bei mir ein. Bei mir auch? Ein bisschen zu früh, aber okay. Vielleicht ist das auch nur ein Symbol für inneres Herz schlagen. Nein, ich kann euch nicht davon abhalten, mich zu lieben. Aber ich erwidere eure Gefühle nicht, sagt sie. Nein. Ja, es war echt hier. Maria traut dem anderen runter her. Wie hieß er? Kornrad, oder? Kornrad, genau. Ich glaube tatsächlich. Sie hängt am älteren Bruder. Ja, was soll man machen? Er stand von Anfang an im Schatten seines Bruders als Dinkelbert. Versuch's da nochmal, Mensch. Ich rede mal mit ihr. Maria, mach das bitte. Meine Dame, ich würde gerne mit Zeit in eurer fesselnden Gegenwart verbringen. Oh, natürlich habt ihr meine Erlaubnis. Wollen wir jetzt gleich über meine Wünsche sprechen? Na, das sieht ja wunderbar aus. Wunderbar? Sehr sprunghaft, die Tochter. Sehr sprunghaft. Also eher gehorsam. Ich habe ja mit ihr gesprochen. Ah, okay. So, dann werden wir versuchen, ein Magdi-Maria-Gedichte. Ich probiere es einfach. Meine Dame, ich bin euch verfallen. 100 Gedichte wären nicht annähernd genug, um die ganze Fülle eures wunderschönen Antlitzes zu beschreiben. Hat er gesagt, sie sei dick? Was für ein Lob in dieser Zeit. Interpretation. Ich mag keine Gedichte, ich bin ein wenig enttäuscht von euch. Das Gute ist, in unserer Dynastie gelten Enttäuschungen als sehr positive Sachen. Wir sammeln Enttäuschungen. Na. Dementsprechend werde ich es jetzt mit einem Blumenstrauß probieren. Deine Sammlung hat immer reicher und reicher. Bei uns im Chat ist übrigens, bei mir im Chat ist Kornrad übrigens unvergessen. Die Leute schreiben immer wieder über ihn. Das freut mich wirklich. Weil er ist im Endeffekt an den vollen gestorben, als er Maria umworben hat. Das kann man so sagen. Du musst schon hoch angerechnet. Ich war ungeschützt auf der Straße, war in ihr Antlitz verliebt. Ich war völlig wehrlos, als ihm jemand in den Rücken gestochen hat, mutmaßlich. Ich habe das Problem, ich habe den Fehler gemacht, ihr noch einmal ein Gedicht vorzutragen, obwohl sie vorhin schon gemeint hat, sie noch ein Gedicht hat. Aber das macht nichts. Das war nur ein Test, ob sie weiterhin sprunghaft ist. Ist sie nicht. Das ist sehr gut. Ich will Dinkelberg nicht unter Druck setzen, aber ich sehe Maria quasi beim Älterwerden zu. Und ich will noch Kinder in die Welt setzen. Sie ist gerade süße 16, furchtbar wie selten zuvor in ihrem Leben und nicht mehr lange. Jetzt kommt der Aussage, ihr seid meine Kerzen der Dunkelheit dieser Welt. Wann immer ich euch erblicke, erhellt, ist mein Herz. Das ist schön. Das ist politisch. Jemand mit so vielen Schatten wie euch zu erheilen, ist nicht schwer. Ja, ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, Dinkelberg ist nicht der richtige Mann für eure Duster. Das wird ein bisschen schwierig. Jetzt zieht sogar schon der Frühling ins Herein. Will Dinkelberg wirklich aufgeben? Ja, wir können es noch einmal probieren, natürlich. Sag mal, wie wäre es denn? Hast du Geld? Willst du Dinkelberg vielleicht irgendwie schickere Klamotten kaufen? Die ist ein Charisma wert. Steigern ins Unermessliche. Irgendwie sowas wie das Gewand des Redners oder das Gewand des Prunksüchtigen oder so. Ich habe jetzt noch einen Blumenstrauß gegeben. Ich probiere es jetzt noch einmal mit... Das hätte ich dir vorher sagen sollen. Maria hat eine Pollenallergie im Frühjahr. Ach so, aber sie hat die Blumen trotzdem dankend angenommen. Ja. Oh, auch euer Antlitz ist besser als der Durchschnitt, ist jetzt die Aussage von ihr. Ja. Das ist für ein schönes Kompliment. Vor allem für so einen Brotteig wie Dinkelberg. Ja. Weiße und rosa Blümchen steigen zum Himmel empor. Mhm. Kurzen Moment noch und wir werden es einmal noch probieren. Du schaust das. Du flüsterst Dinkelberg ins Ohr, was er zu tun hat, ne? Genau, ich sage ihm, ich weiß nicht, wie es möglich ist, aber eure innere Schönheit übersteigt die eures wahrlich wunderschönen Antlitzes. Sehr schön. Ein Uhr Morgen. Aha, danke. Schönheit liegt in meiner Natur. Wahrscheinlich vom Vater geerbt, nehme ich einmal an. Ich kann einfach nichts dagegen tun. Tja. Zauberhaft. Mittlerweile ist auch Vollmond, glaube ich. Ein Uhr in der Nacht. Mondschein bescheint. Diese Romanze. So, wir werden es noch einmal probieren. Und dann sollten wir alles haben. Weil so hat das damals funktioniert. Man macht ihm vier, fünf Komplimente und schon heiratet man. Genau. Ihr betört meine Sinne. Meine Dame, ihr seid der schönste Stern am Himmelszelt. Jetzt legt aber eine Schippe drauf. Ach, das war entzückend. Maria schmürzt da hin. So, jetzt aber wird es ernst. Ja, ein Antrag. Meine Dame, wenn ich euch meine Hand reichen würde, würdet ihr sie nehmen und mich zum glücklichsten Mann der Welt machen. Ja, wie romantisch. Ja. Na, endlich. Selbstverständlich. Was ein schöner Augenblick. Ich bin zutiefst gerührt. Bei mir im Chat ist es auch Mondschein und Frühling. Was will man mehr für eine beginnende Liebschaft? Meine Dame, wenn ich euch meine Hand reichen würde, ich werde gleich die Hochzeitsfeierlichkeiten vorbereiten. Gerne. Wollen wir eventuell... Ja. Wollen wir eventuell gleich in der großen Kathedrale heiraten? Ja, unbedingt. Natürlich. Es ist auch nicht teurer als draußen. Und ich finde, für zwei Leute, die so eine lange Geschichte jetzt schon miteinander hatten, zuerst der erste starb bei der Bewerbung, der zweite hat lange bewerben müssen. Wir sind aus hochwohlgeborenen Dynastien mittlerweile. Mittlerweile ist das Geld bei mir wieder da. Kleriker und Bäcker vereint? Unbedingt. Das ist ja fast schon eine Ehe der Dynastien hier. Absolut, absolut. Es verschmilzt schon. Die Grenzen verschmilzen. Ja. Was ich sehr erstaunlich finde, ist, dass der Kölner Dom von innen deutlich kleiner aussieht als von außen. Ja, das wundert mich auch. Also, ich bin ja in der Tat wirklich Kölner und das ist in Wirklichkeit etwas anders. Ich renne schon mal rüber mit ihr. Ja, und ich weiß jetzt nicht, ob auch der Stammes Älteste vielleicht noch dabei sein möchte. Unbedingt. Gottlieb. David ist schon auf dem Weg. Gottlieb eilt auch herbei. Wo ist er denn? Was macht Gottlieb denn? Ach, er wird gerade angelabert. Entschuldige. Natürlich werde ich euch unterstützen. Da ist schon wieder jemand bei mir eingebrochen. Sicher. Gottlieb ist unterwegs. Ich würde ihr auch gerne Marias Mutter mitschicken, aber dann käme sie nur als Gespenst. Sie ist ja schon verstorben. Ah, das tut mir aber natürlich leid. Ja. Im Chat heißt es auch, 2, 3, 4 Uhr nachts ist da eigentlich die perfekte Zeit, um zu heiraten. Mhm. Es ist, glaube ich, auch mit Abstand die romantischste Stimmung. Ja, auf jeden Fall. Da grätscht nur ein Hahn. Mhm. 4, 3 Uhr, das ist okay. Ich, euch unterstützen. Bestimmt nicht. Jetzt nicht bitte. Jetzt nicht bitte. Oh. Ich wage es kaum laut zu sagen, aber der ist schon wieder ein Techterlein bei mir, 15 geworden. Oh, schön. Und schon verheiratet. Äh, verlobt. Noch nicht. Noch nicht. So. David's Baguetta ist anwesend. Gottlieb ist da. Gottlieb, furchte Gott, der Patron. Bist du schon in der Kirche drin, im Dom? Mhm, wir haben schon Platz genommen. Das ist unfassbar. Ich gehe mal sofort rein. David wollte noch ein wenig vorab, ein bisschen beten. Hier bin ich. Noch ein paar Pluspunkte für das Seelenkonto sich holen. Ah, da sind sie ja. Seid willkommen im Hause Gottes. Was kann die Mutterkirche heute für euch tun? Seid willkommen im Hause Gottes. Was kann die Mutterkirche heute für euch tun? Ja, da mein neuer Schwiegervater. Wunderbar. Ja? Und Maria wartet auch da hinten noch. Ja gut, dann lieber Pfarrer. Seid willkommen im Hause Gottes. Eine kirchliche Hochzeit soll es werden. Vorher kann man richtig. Es gibt doch keine Zwietracht zwischen den Dynastien. Ganz im Gegenteil. Das ist ein Bund der Dynastien hier. Ihr werdet Zwietracht hervorrufen, wenn ihr mit dieser Hochzeit fortfährt, anstatt mit dem Oberhaupt der Dynastien eine Abmachung. Das hatte ich eben auch. Der hat uns nicht aufmerksam zugehört. Das ist alles. Ja. Wir werden das noch kurz probieren. Ja, wenn du zu lange wachtest, dann steht dann, nein, ihr habt recht. Also du musst einfach in die Parade fahren. Du musst es leider jetzt nochmal machen. Und du musst ihm dann sagen, doch, ich will auf jeden Fall. Ich habe es mir überlegt. Ich habe mit Gott lieb, fürchte Gott und mit dem Schreibenden Bullen geredet. Alles gut. Wir können ja eine Abmachung treffen. Ja. Eine Heiratsanträge. Hier. Kann man was? Echt? Dinkelbert, genau. Und Maria. Anbieten. Erzähl. Ich habe das jetzt angeboten. Taucht da jetzt irgendetwas auf bei dir? Anfrage von der Abmachung. Ja, Gott lieb und David Baguetta. In der Tat. Cool. Wir können nicht, das wusste ich gar nicht, dass das geht. Man kann Bewerber. Und oben kann man Wasser einstellen. Ach so, man kann aber nur eingeben, dass Gott lieb. Nee, ich kann gar nichts einstellen hier. Kannst du irgendwas einstellen? Ich kann nur auf annehmen klicken. Ja, genau. Aber ich habe, weil ich die Parameter schon vorgegeben habe. Ach so. Du kannst wahrscheinlich nur ausschlagen oder annehmen. Ah, jetzt habe ich verstanden. Oh Gott, Maria. Irgendjemand hat gerade einen Ansehensbonus erlitten. Das kann ich mir kaum vorstellen. Also ich habe noch zugestimmt. Da oben ist, die Abmachung ist perfekt. Wunderbar. Und jetzt, wo ist der Pfarrer? Hör auf zum Beten. Seid willkommen im Haus. Und Zeit für eine Hochzeit. Ja. Aber wir müssen verlobt sein, bevor ihr heiraten könnt. Bitte was. Wir beide. Ach nee, komm, bitte nicht. Also es ist keine Grenzen. Da muss ich erst mit meiner Frau drüber sprechen. Ach so, Moment. Schau, Maria Baguetta ist bereits Maria Baguetta. Es hat keine Trauung gegeben und Maria Baguetta ist bereits in meiner Finastie. Das geht aber fix. Wohin läuft sie? Hin und her? Nervös? Etwas nervös? Spricht noch einmal mit dem Vater? Vielleicht? Ich glaube, er redet ihr gut zu. Es ist alles okay. Ja, komm. Na gut, das war dann etwas unspektakulär, diese Hochzeit. Bist du sicher, dass sie schon verheiratet sind? Oder vielleicht sind die nur verlobt jetzt? Nein, sie ist ja schon in meine Dynastie übergetreten. Wenn ich auf ihren Namen klicke, steht hier verheiratet. Sie hat auch einen gelben Heiligenschein. Vorher hatte sie einen roten, weil sie der Kirche angehörte und der Predigerfamilie jetzt einen gelben. Wird das jetzt nicht langsam Zeit? Mein Chat spricht von Kurhandel und Zwangsehe. Aber jemand anders schrieb von Wir sollten doch das Bündnis jetzt besiegen mit einer Allianz. Mal gucken, ob das geht. Das ist eine wunderbare Idee. Ganz zauberhaft. Und zwar eine Allianz eingehen anbieten. jemand möchte eine Abmachung mit euch. Oh, hast du das gerade auch gemacht? Wunderbar. Eine Allianz machen wir unbedingt. Wird gemacht. Gottliebe und David sind sich einig. Die Abmachung ist perfekt. Das ist schön. Wie romantisch. Max, du ab jetzt lassen wir mal über die wichtigen Dinge im Leben reden, abgesehen von der Liebe auch über Geld, sprich magst du die Oblaten liefern für meine Gottesdienste? Das wäre natürlich wunderbar. Wenn wir das auch noch als Monopol festlegen könnten, dann wäre das natürlich ein wirtschaftlicher Traum. Für beide Seiten selbstverständlich, auch dass du natürlich die anderen Predigerhütten dann nicht bedienst. Natürlich. Ja, klar. Finde ich super. Finde ich ganz, ganz großartig. Einfach ein wenig, sie werden ein wenig süß im Geschmack, sie werden sehr nährreich werden mit vielen Proteinen. Das heißt, auch für die Sportler in der Stadt ausgezeichnet, mehr Leute kommen in die Kirche. Es ist, das gibt sich Hand in Hand. Und wenn ihr mal ein Betriebsfest habt und jemand braucht, der vorbeikommt und Messwein mitbringt, gerne. Auch das ist natürlich gut. Messwein ist immer gut. Ja. Der gute Rote. Ja, sehr schön. Der mit dem Zucker dran. Ja, prima. Wunderbar. Sehr schön, sehr schön. Mit dem Frostschutzmittel gepanscht. Sehr schön. Ich glaube, da gibt es gar keine Steigerung von. Sollen wir rübergehen zu den anderen, ob die überhaupt noch da sind? Ja, sehr gerne. Sehr gerne. Es freut mich, eine Allianz eingegangen zu sein und dass unsere Kinder ein weiteres Mal geheiratet haben. Auch über Umwegen. Es war mir ein Vergnügen und es war übrigens auch meinem Chat ein Vergnügen. Das habe ich mitbekommen. Sehr schön. Bis gleich. Und dann helfe ich natürlich auch weiterhin gerne. Was sind denn deine Wahlversprechen? Also ich finde schon, dass das Unrecht in der Stadt sehr grassiert. Sicherheit natürlich ist ein zentrales Wahlversprechen. Ich finde, die Heilung sollte monopolisiert werden, nur von Shoyoka, von deren Familie. Es darf kein anderer Heiler hier unterwegs sein. Dasselbe auch für Wirtshausbetriebe, denn es muss schon eine Güte, es muss schon ein Gütesiegel für Wirtshausbetriebe geben und das sehe ich halt aktuell wirklich nur bei deiner Familie noch. Ich habe noch eine letzte Anfrage, hätte ich an der Stelle noch. Natürlich, natürlich. Wir hatten ja quasi diesen Deal, dass ich nochmal um 2000 erhöhe, wenn ich einen Posten bekomme. Wie bitte? Und ich hätte gesagt, wir würden das dann tauschen. Also in dem Fall würde ich dann sagen, wir lassen das. Du ernennst mich zum obersten Richter, wenn du kannst und dafür nenne ich dich jetzt zum Bürgermeister, aber dafür lassen wir das mit dem Geld. Einverstanden. Das ist nur eine Meinung. Was passiert denn jetzt hier? Sehr gut, sehr gut. Ich will auch Bürgermeisterung sein. Was kannst du denn für Gesetze oder so machen, von denen ich bin? Gute Frage. Ich schaue mal kurz, was es da so gibt. Ich kann nur sehen, was alle drei irgendwie können. Bürgermeister, Central Camera. Man kann Amtsträger bestechen, legal oder illegal machen. Die Mühlen der Bürokratie schmieren kann man auch illegal machen. Brunnen vergiften kann man legal oder illegal machen. Und Entführung kann man legal oder illegal machen. Man kann jemanden verbannen. Oh mein Gott! Okay, dann haben wir den Statsch. Und jemanden enteignen. Und jemanden enteignen. Ja, jetzt wird es aber spannend. Ja, aber dann müssen wir, also ich glaube, dann müssen wir das auch wirklich ordentlich festhalten, ne? Dass die Enteignung gegenüber Maurice und mir hier und auch die Verbannung unserer Dynastie-Mitglieder, aller Dynastie-Mitglieder, auch den ungeliebten Kindern, ausgeschlossen ist. Erst wird auf Lebenszeit ausgeschlossen. Ja, und ich würde mal vielleicht sagen, dass wir dann eine Verbannung oder Enteignung unserer Wahl doch vielleicht für unsere Wahl brauchen. Da würde ich vielleicht schon noch gerne mit entscheiden. Ein bisschen Moral. Ja, nicht gegen dich natürlich. Ja, das ist schon klar. Ich werde ja auch nicht gegen mich stimmen für die Enteignung. Ja, absolut. Darf ich an der Stelle vielleicht ganz kurz einhaken? Nee, eigentlich nicht. Doch, 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 doch. Aus einem ganz einfachen Grund, weil wir sind gerade einen Punkt der Ehe eingegangen und haben jetzt natürlich nicht mitbekommen, um was es hier tatsächlich geht. Also, wir klären euch sehr gerne auf. Der werte Konrad Kemmerer bewirbt sich auf den Bürgermeisterposten der schönen Stadt Köln. Die wichtige Frage wird sein, wird er bis morgen 6 Uhr überleben? Denn dann ist die Wahl. Und er ist ja schon relativ alt für diese Verhältnisse. Und das Wichtige dabei ist, Er ist 50. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, aber es gibt ja zwei Richter. Und wir sind draufgekommen, dass wir leider unbeabsichtigt, denn Maurice und ich, die beiden Richter von Köln sind gerade, das heißt, wir entscheiden, ob diese Bürgermeisterwahl funktioniert. Völlig, ähm, völlig demokratisch und gerecht natürlich, ähm, haben wir uns gemeinsam geeinigt, ist, dass, ähm, da potenziell vielleicht, es in aller Interesse in der schönen Stadt Köln ist. Ah, das ist wundervoll. Wenn, wenn, wenn Gaius, ähm, uns eine Verbannung oder Enteignung unserer Wahl zugesteht. Oh, warte mal, da gibt's ja auch noch, da gibt's ja noch Ratsassistenten, da hat sich ja auch einer aus deiner Familie beworben, wenn ich das gerade sehe, ne? Äh, das stimmt, glaube ich, ja. Weil, da kann ich auch gerade abstimmen. Edeltraut Kämmerer. Äh, war das Ratsassistent? Ja, ich glaube schon. Ratsassistent, äh, Kammer, Ratsassistent, Amt, Stadtdiener. Ah, Stadtdiener war's, genau. Ja, da hat sich auch meine gute Edeltraut Kämmerer beworben. Richtig. Hat die ein Kind? Und der andere ist übrigens Wilfried Lichtstehlen. Der, 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 der Räuber. Nein, nein, nein. Ich schau mal den Stammbaum einmal kurz an, meiner Familie, Edeltraut. So, während die im Hintergrund, äh, um den Titel Schachern des Bürgermeisters, den ich übrigens Konrad Kämmerer, das ist Gaius, ne? Gaius Hulus Cäsar, der, der das Ganze hier organisiert hat, das würde ich dem von Herzen gönnen. Ähm, während die das im Hintergrund, Schachern, also, hat gerade tierisch viel Spaß gemacht, die Aktion mit Coppelius, hat es natürlich jetzt wirtschaftlich so von der Effizienz her des Spielgeschehens überhaupt nicht vorangebracht, weil wir ganz viel Zeit verbracht haben, einfach eine gute gemeinsame Zeit zu haben, so quasi im Koop-Modus zu spielen, ohne zu konkurrieren. Und mit der Zeit, ihr habt das ja mitbekommen, Mitarbeiter haben, haben wir in der Zwischenzeit nichts gemacht und lungerten im Wohnhaus rum und haben ihre Arbeit nicht aufgenommen und viele andere Dinge mehr. Aber es war einfach schön. Und das ist, finde ich persönlich auch das Schöne von Gilda 3, ob jetzt Multiplayer oder Singleplayer, dass es vor allem so ein Sandbox-Spiel ist. Also ich persönlich nehme das weniger wahr, als so ein Strategiespiel wie Civilization zum Beispiel, oder wo Jugendkind, wo wir total auf Effizienz spielen und das Letzte aus den höchsten Schwierigkeitsgraden rauszwingen. Ich nehme es auch nicht so wahr, wie das andere Extrem, wie wir da spielen, wie wir anno 1800, wo wir wirklich nur so schön bauen und ein bisschen gucken, dass man da schöne Städte baut und wir gerne drum herumlaufen. Für mich ist das noch was ganz anderes. Für mich ist das einfach nur so eine Wundertütte. Man startet das Spiel, erlebt verrückte Geschichten, da kann man wieder ein bisschen Effizienz machen, da kann man ein bisschen wiederum also Betriebe hochbringen oder sich verlieren in Allianzen mit KI oder mit Multiplayer-Modus, irgendwelche verrückten kleinen Geschichten erleben. Vorausgesetzt die anderen lassen einen, das hat jetzt gut gepasst, haben wir unseren Scheiß gerade zu zweiter abgezogen und die anderen haben das nicht ausgenutzt und haben stattdessen so ihr Spiel im Spiel weitergemacht und machen diese Klüngeleien jetzt auf höchster Ebene und das finde ich eigentlich sehr angenehm, dass man so gegenseitig so nebenbei existieren kann, auch bei diesem Event und dass das funktioniert, das schätze ich sehr. Wollte ich nur mal erzählen. Im Singleplayer-Modus machen wir es ja anders, da, wie gesagt, wir haben auch das Singleplayer-Let's Play, ich hatte eigentlich gedacht, das würden wir heute ab halb elf weitermachen, weil das war das Ende des Events angekündigt, jetzt scheint es länger zu laufen, ich hatte gesagt, bis 12 streamen wir, es bleibt aber mein Versprechen, live, dass wir gleich nochmal drei, im Anschluss drei Spiele-Keys verlosen von Dickelde 3, ist versprochen. Wir warten auf den Titel hier oben, der kostet einiges an Ocken, dafür sammeln wir Geld ein, dass wir das letzte Gebäude gebaut haben, das fünfte und letzte, hat uns erstaunlicherweise die Schreibstube weit zurückgeworfen. Anscheinend deshalb, weil die KI, der die Verwaltung dieser zweiten Schreibstube überlassen haben, unfassbar viel Geld, vermute ich mal, damit auch dafür aufgebraucht hat, dafür aufgebracht hat, das war betet und zahlt, glaube ich, ne, ne, schwarz auf weiß, war es, glaube ich, ich vermute, da sind riesige Vorratsmengen eingekauft worden, von Gütern, die, ja, guck mal, das Lager ist rappelvoll, die haben wie die verrückten Sachen eingekauft, die KI, und trotzdem, jetzt ist die Lagerkapazität weiter, die haben wie die bekloppten Sachen eingekauft, die beiden Fuhrknechte, die wir hatten, aber das Lager ist vollgelaufen, dann gehen wir in die Erweiterung rein, machen bei der Lagerfläche einen weiteren Slot hier rein, dann haben wir fünf mehr, jetzt kann die Produktion hier auch gleich anlaufen, ne, das war die Lagerfläche, wir müssen die Lagerslots, äh, genau, mehr Lagerslots, aber zwei mehr, jetzt kann die Produktion auch beginnen zu laufen, einer ist gefüllt, ich kaufe mal sicher, jetzt haben wir noch, noch mal weitere dazu hier, noch mal zwei weitere, ah, das geht nicht, dafür müssen wir erst ein Level up machen des Gebäudes mit Einfluss und dafür fehlt uns noch die Talentstufe, sprich, der Titel. Das Oberhaupt einer anderen Dynastie ist verstorben. Oh, das war bitter. Konrad Kämmerer? Nein! In, oh Gott, wo du gehörst du mal? Wann ist der gestorben? Oh nein, ich denke mal, bei mir an Altersschwäche, aber ich... Sag mal, ne, willst du einen ehrbaren Richter beschuldigen, dass er seine Schergen durch die Straßen schickt, um, um Lönchjustiz zu üben? Ich finde es unglaublich. Es steht nicht dabei, steht nur, dass er starb. Das habe ich noch nie gesehen, wie kann man sich überhaupt Schergen nehmen? Na, im Haus. Das ist gut, dass du das nicht weißt, Nils. So vor allen Zielen gewesen, Bürgermeister der Stadt Köln und er stirbt. Ah, er hatte sein, er hatte sein, also sein Leben war halt, ne, so perfekt eigentlich. Ja, er ist jetzt auch, exakt mit 50 gestorben. Ich meine, das ist ja schon eine Lebensfülle, die er hatte in der Zeit. So, mein Familienoberhaupt bekommt jetzt zwei Schergen als Bodyguards. Ich vertraue euch nicht mehr. Ah, wie tragisch, wie tragisch. Das ist unfassbar. Ich wurde original von Maurice ermordet und vorhin hat er noch sich da gerühmt, wie viele Menschen er erstochen hat und jetzt hat er wieder zugestimmt. Und ihr redet über mich, ja? Ihr redet über mich. Dass ich hier und da mal irgendwo einsteige, um euch um ein paar Groschen zu erleichtern, die euch sowieso nur das Gewissen madig machen und er begeht einen Mord. Kein Aufschrei. Niemand erhebt die Stimme. Mord ist okay, aber ab und zu mal eine Münze mitgehen lassen. Uiuiuiuiui. Stufenaufstieg. Auf, auf das, auf das niemals wieder hier diese, diese Einbrechereien, die seit Jahren die ehrbaren Bürger dieser Stadt plagen. Ne? Also... Ist das jetzt der nächste Mord tatsächlich, Maurice? Ich habe das Gefühl, unser Traum, also wirklich unser Vertrauen und unser, unser Traum von dem sicheren Hafen Köln ist gerade in Scherben zerbrochen. Ja, definitiv. Aber sowas von. Der Meister, der Richter begeht Morde. Es ist tragisch. Also Moment mal, also was ist denn, was ist denn moralisch verwerflich daran, einen Verbrecherfürsten aus der Stadt zu entfernen? Hast du ihn wirklich ermordert? Das war ja kein Gerichtsverfahren. Das ist, Pia, das ist Gerechtigkeit. Der kommt in den Kerker, das ist Gerechtigkeit. Ich habe, ich habe, ich habe, also bitte. Ich habe jetzt... Oh, ist gut. Wir hatten, Entschuldigung, das war, ich habe, ich habe, glaube ich Pause gedrückt. Wir hatten hier die komplette Macht unter unseren Händen und du hast es weggeworfen. Du hast die Legitimation, weil du als Richter gemordet hast. Aber das weiß ja niemand. Nein! 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 Das weiß ja nicht! Alle! Du hast unser Machtmonopol zerstört! Nö, wieso? Es war perfekt, es war poliert, es war wunderschön, es war ehrlich und richtig und wir waren reich und ekelhaft, aber wir waren es ehrlich, so dass man uns nichts anprangern konnte. Und dann... Wo ist der Beweis? Niemand? Also Nils, Nils hier irgendwas sagt... Nee, wirklich, also das erschüttert mich gerade zutiefst. Ja, danke Pia, dass du wenigstens noch eine ehrbare Bürgerin bist, die nicht von Macht und Geld so zersetzt und korruptiert ist. Wählt mich jetzt für das oberste Richtertum. Unfassbar. Ich wähle Pia. Aber ganz ehrlich, wollen wir einen Mörder in unserer Mitte dulden? Wollen wir den Machtzuwachs stumm mit ansehen oder wollen wir uns dagegen zur Wehr setzen, dass unschuldige Patrizia Familie nach Morde gehört? Ja, also die Richterin Tudi Heiltgut sollte eigentlich jetzt durchgreifen, nicht wahr? Was soll ich denn tun? Ihr müsst ihn anklagen! Es soll doch jemand mal einen Beweis vorlegen, also warum glaubt ihr eigentlich diesem Räuber? Also was... Wann hat sich Nils je als vertrauenswürdig und als Dütze der Stadt erwiesen? Nur weil der hier irgendwelche wilden Anschuldigungen in den Raum wirft, dass... Also Alfonso Betrügerson seit Jahren eine Stütze der Stadt, Richter, Gastwirt, Freund aller Menschen... Hinrichter vielleicht! Es soll jetzt hier... Nur weil irgend so ein... Also... Es... Es wurde ja auch... Also ich... Ich seh mir... Jetzt mal rein hypothetisch, wenn das passiert wäre... Du faselst dich im Kopf und Kragen! Dann wär das ja ein bisschen eher wie... Ich weiß nicht... Wie Batman oder sowas... In einer... In einer Stadt, wo ja schon... Haha! Wie man sich schön redet... Batman tötet mich! Hast du jemals Batman gesehen? Seit Jahren finden diese Einbrüche statt und seit Jahren hab ich auf ehrliche Weise versucht Beweise zu finden, aber irgendwer... Wir waren so kurz davor, Maurice! Du hast einfach den Strauß gemacht! Du hast gewebert! Wir waren kurzer oben! Die Gefahr ist doch gebannt! Außerdem sind wir leider... Das ist ne ganze Dynastie! Beweise! Beweise! Aber ich verknack dich auch, Alächer! Ich hau ja gerade alle Räuber weg! Gott, das ist so schwierig! Dieb, Dieb, Gerd, bitte auch ins Gefängnis! Ich hab 37 Beweise, warte mal! Was kostet 37?! Warte mal! Okay, okay, okay! Ich bring deine eigenen Leute, oder was? Oh! Okay, was ist das denn? Moritz, das wird ganz mies ausgehen! Ich möchte aber in der Zwischenzeit ganz kurz feiern, dass ich tatsächlich jetzt offiziell zur Edelfrau aufgestiegen bin! Ich gratuliere! Also, ich bin immer noch... Ich gehe immer noch den edlen... Den edlen richtigen Weg! Gegen mich! Der edlen richtige Weg! Es kann doch keinen edlen richtigen Weg mehr geben, wenn... Einbruch legalisiert wurde in dieser Stadt! Ja, aber wir arbeiten ja dagegen! Ja, aber es hat ja nicht funktioniert! Gaius ist ja gestorben! Es ist ja... All unsere Träume sind ja in Luft aufgegangen! Ja, aber ich bin... Ja, aber ich bin... Es ist katastrophlos! Amordet! 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 Ich musste mir gerade mit meinem ehrlichen direkten Geld, musste ich mir zwei Schergen holen, die meine arme Frau, diese Richterin, diese nette Trudi jetzt beschützen, damit sie ihrer ehrlichen Arbeit noch nachgehen kann! Weißt du wie teuer das ist? Wie hoch das Kapital ist der Familie? Es wurden übrigens lauter Gesetze gerade geändert! Oha! Megan Bergs Schädlingssaft ist legal, aus irgendeinem Grund! Kann ich den herstellen? Angriff aus dem Hinterhalt ist legal! Oha! Ich wurde bestochen! Was? Der Richter! Willifald Borland hat mir heimlich einen Beutel benutzt gegeben! Ja, da! Das ist der nächste Preis! Ich meine, ist das jetzt nicht ein wunderbarer Abschluss für Game of Games, dieses herrliche Chaos der Politik, Intrigen und... Also, ich finde, ich finde, ich finde, es wurde eindeutig jetzt hier in Köln eine güldene Zukunft gewiesen! Ähm, und der Richter Alfonso Betrügerson wird, das Recht schlägt zurück! Ja, das Recht lässt sich nicht mehr auf der Nase rumtanzen, das Recht ist bewährt! Wir haben ein wehrhaftes Recht in dieser Stadt! Und wenn irgendwelche... Gut, es wird finanziert für... Inzwischen ist eine Bratwurst 500 Dukaten wert in meinen Gasthäusern! Ähm, aber... Aber also... Rechtschaffenheit, Leute! Recht wurde geschaffen! Mit Schwert und Wort und Taler! Ja, aber Maurice, schau, die Alternative, die gewesen wäre, ne? Also, wenn du jetzt nicht hier so den Weber gemacht hättest... Ja! Ich bin jetzt grad Edelfrau geworden! Das heißt, im nächsten Zug hätte ich einfach meinen Sohn Maurice in... in... als quasi Stadtdiener berufen, beziehungsweise als Ratsassistenten! Das heißt, wir hätten gehabt Oberste Richter, Wachhauptmann, Bürgermeister und die Gesetzesgebungen durch den Ratsassistenten, alles in unserer Hand! Und stattdessen hast du dich entschieden zu morden! Wie soll ich dir vertrauen, wenn du mordest? Im Karakter wird's auch Kerkermeister geworden, tatsächlich! Also, das ist ja alles nicht... Also, das ist ja alles weiterhin stehen... Und stehen doch so viele schöne Dinge weiter offen! Aber du hast gemordet! Das ist Vertrauen, Maurice! Das ist Vertrauen! Er hat sich halt für den Ruhm erschienen, für die rumreichenden Geschichten! Ich gebe zu, ich hab falsch eingeschätzt! Ich dachte, unter uns Reichen sind wir uns einig, dass das... Also, ist ein Räuber, zählt der wirklich als Lebewesen? So im klassischen Sinne? Nein, 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 das ist einfach... Gehen wir dem Sentience zu? Als reiche Leute machen wir uns einfach selber... Wow! ...nicht dreckig, indem wir... Hab ich ja nicht! Das war Scherge Ralf! Ja, aber du hast getötet, wie die Armen töten! Räuber als Lebewesen! Hört, hört, hört! Wir haben hier jemanden mit dem Namen Gaius Julius Caesar, der vom Senat erstochen wurde, weil er zu mächtig wurde! Hier haben wir einen Mann, der nicht nur die Justiz in die eigenen Hände nimmt, sondern die Stadt in all ihren Facetten untertan machen möchte! Wir haben einen Mann, der einen unbescholtenen Bürger, der noch nicht einmal vor Gericht verurteilt worden ist, als Dieb denunziert und zur Selbstjustiz greift, ihn ermordet, sich mit diesem Mord auch noch rühmt und schmückt! Und diesem Mann wollt ihr die Stufe sein, der ihn zum Pantheon seiner Macht führt? Ungeheuerlich! Warte mal ganz kurz, also alles ja, aber ich hab in etwa elf deiner Dynastie-Mitglieder verurteilt in den letzten drei Jahren, weil die alle Sachen gemacht haben, die falsch waren! Also alles bis auf, ich wurde noch nie verurteilt! Da siehst du es! Da seht ihr! Das ist das wieder, das ist so typisch wieder! Ich lausche hier nur wieder, was die Räuber und die ganzen Reichen wieder von sich geben, wie ich und wir und so reich und super toll! Ich als ehrlicher Handwerker, als Bäcker, ich bin wirklich unbescholten! Ich habe noch nichts gemacht! Was mache ich? In der Früh aufstehen, arbeiten, bis zum Schlafen gehen und das war's! Und dann haben wir solche Leute, die irgendwie versuchen, diese Stadt zu leiten und so weiter, nur fehlgeleitet sind und nichts anderes! Wo ist da das Vertrauen? Wo ist das? Ich meine, ich weiß, wir sind nur das niedrige Volk für euch! Aber trotzdem, bedenkt, die Revolte, die kann sehr kräftig ausfallen! Amen! Bei mir im Chat wird geschrieben, oh man, wenn Shurioka von einem enttäuscht ist, weil man zu böse ist! Also tatsächlich, also wir sind ja, ich glaube wir sind ja jetzt in unserem Abschluss, ne? Das bedeutet, ich kann jetzt aus meinem Roleplay raus verschwinden! Ich bin tatsächlich Maurice nur in den Rücken gefallen, weil ich unbedingt wollte, dass ich oberste Richterin werde und nicht er! Naja, es ist äh... Boah, der hat mir einfach so in den Garten gespielt! Eine Heiratsallianz hatten wir noch und und so! Ich hätte dich gewählt! Ich weiß! Ich hätte dich auch gewählt, tatsächlich! Ich auch! Ich weiß schon, warum ich auf andere Weise meine Zwecke durchsetze! Ich möchte mich an dieser Stelle bedanken für die wundervolle Runde und mich noch einmal von meinem Strategie-Spiele-Charakter distanzieren! Die Pia, die ihr kennengelernt habt, das ist die böse Pia! Im realen Leben bin ich sehr nett! Aber ich nütze mich nicht! Alfonso Betrüger ist ein guter Typ, der die Stadt besser gemacht hat und und halt... Wer kann ihm vorwerfen, dass er im Leben was aus sich gemacht hat mit den Mitteln, die ihm zur Verfügung standen? Mord! Ich bin mit mir vollkommen im Reinen! Ja, natürlich! Wir haben auch nichts anderes, das ist ja das Problem, oder? Aber bei all dem, was hier so wieder aufgekocht ist, habe ich das Gefühl, es muss irgendwann auf jeden Fall eine zweite Runde Game of Gills geben! Auf jeden Fall! Es hat mir unfassbar Spaß gemacht! Es hat mir mega Spaß gemacht! Ja, es hat echt mega Spaß gemacht! Ich bin nächstes Mal gerüstet und werde dementsprechend mich umdrehen! Ja, ich bin schon auch sehr ehrlich im Vergleich mit anderen, das ist ja auch subjektiv! Also die Benchmark der Unehrlichkeit ist ja der Mörder und Betrüger und Lügner, der sich das Geld seiner armen Ehefrau widerrechtlich angeeignet hat und hat sie selbst in Armut sterben lassen. Dieser Mann setzt die Benchmark für Unehrlichkeit und wo stehe ich denn da? Ich hatte ein geiles Leben! Wo stehe ich denn da? In Reichtum und Saus und Braus! Ich muss echt sagen, ich komme so gut weg, ne? Also ich komme so gut weg! Es ist ein Wahnsinn! Es ist einfach vergessen worden, dass ich die erste Eheschwindlerin war! Maurice wird für alles zu verantworten! Wir sollten schon öfter zusammenspielen, Maurice! Es ist wundervoll! Es reicht nicht einmal die Woche jeden Freitag schon, Pia! Ist das nicht schon schlimm genug? Herrlich! Herrlich! Ja, aber absolut schön, dass ihr alle da war, dass ihr alle mit dabei wart! Eine wirklich fantastische und illustre Runde, die sich glaube ich super ergänzt hat! Also es war einfach wunderbar! Und wir hatten keine technischen Probleme! Das ist doch super! Großartig! Jetzt muss ich aber wissen, hast du die Wachen runtergesetzt, Gaius? Das ist ja wirklich exponentiell eskaliert! Hast du die Wachen runtergesetzt? Das ist wichtig! Also wir sind jetzt außerhalb des Roleplays! Das heißt, ich darf auch ein bisschen was verkünden! Ja, jetzt bin ich mal gespannt! Lass mal noch ein paar Sachen aufklären! Genau! Ja, ja, ja! Aber wie gesagt, das ist ja jetzt außerhalb des Roleplays! Ja, ja! Mein Charakter hatte natürlich absolutes Ziel, Bürgermeister zu werden! Und ihm waren alle Mittel recht! Dementsprechend, ähm, er wollte die Wachen hochsetzen tatsächlich! Und dann kam ihm aber die Idee, hm, um Junker zu werden, das ist ja sehr teuer, 30.000 Thaler, bräuchte er ein bisschen mehr Kapital und deswegen hat er sich dann mal mit dem einen oder anderen getroffen, um da mal drüber zu reden und es flossen vielleicht die ein oder anderen tausende an Thaler, sodass dann die Wachen überall auf null oder drei gesetzt wurden und zwar überall in der gesamten Stadt! Tatsächlich! Darf ich kurz, darf ich kurz anmerken, wie das dann, weil dadurch, dass, also gewisser Mensch, der wahrscheinlich dann diese Finanzen springen hat lassen, wurde ja auf offenem Marktplatz ermordet, das wäre ja auch nicht gegangen, wenn da Wachen gewesen wären, ne? Also die Gerechtigkeit von Richter Alfonso Betrügerson halt dann doch... Mein Gott! Wie absurd! Die Korruption! Ja, ja, ich versteh das auch, also ich versteh ja deine Perspektive, aber du hast halt nicht gesehen, wie Alfonso Betrügerson sah, dass die Korruption der Stadt tiefer reichte, als du vermuten konntest und dass es für den Rechtschaffenden keine andere Wahl mehr gab, als das Schwert! Oh, wie er sich jetzt da raus, rausgehen könnte! Ja, aber kannst du es mir widersprechen? Ja, aber... Da hörst du was, Gaius, für schändliche... Sowas hätten wir fast zum Bürgermeister gemacht! Ja, aber schon das war... Da sollen wir uns am Ende bedanken, dass er alle in einer Runde einmal abgestaucht hat. Ja, aber was... Ich... Es ist halt so schwierig, weil das war mir halt echt egal. Ich wollte halt einfach nur... Ja, ich hätte dich zur obersten Richterin gemacht, tatsächlich, weil unsere Allianz hat gut geklappt. Die war sehr... Ich war sehr pragmatisch unterwegs, muss ich sagen. Ja, ich auch, ich auch. Hat alles funktioniert? Aber gut, vor... Also vor dem Mord bin ich schon zurückgeschreckt. Also das habe ich schon tatsächlich verurteilt. Ah... Da bist du halt weniger pragmatisch als ich, ne? Ja, das ist richtig. Der echte... Weißt du? Der echte Gaius Julius Cäsar, ne? Wenn der beim Rubikon gesagt hätte, ne, also davor in Rom einzumarschieren, bin ich jetzt schon zurückgeschreckt, ne? Also denk mal drüber nach. Ja gut, also in den Krieg hier für Köln wäre ich jederzeit gezogen. Aber hier jemand Unschuldiges... Ja gut, unschuldig. Ja, unschuldig. Ich meine, weißt du, mein armer Richter, der ist halt irgendwann so, okay, mein ganzes Leben Tag, Austag einem besteht nur darin, Schergen von Nils zu verurteilen. Ich komme gar nicht nach so einem Gerichtshaus raus, weil der Typ so viele Verbrechen begeht. Also, ich hatte ja gar keine andere Wahl mehr, als irgendwann mal meinen Schergen Ralf zu entsenden. Erlöse mich von dieser Geißel! Oh, oh, aber was für ein Irrglaube, der Hydra den Kopf abzuschlagen und damit eure Not zu lindern. Das ist halt das Problem, ja. Das zeugt ja schon von strategischer Kurzsichtigkeit, die kann man ja kaum mit Worte fassen. Und wenn so ein Mann, der allen Ernstes glaubt, er kann eine Diebesdynastie mit mehreren Söhnen aus unterschiedlichen Ehen und mit mehreren Dutzend angeheuerter Meisterdiebe. Dermaßen zerschlagen, nur weil man den eh schon morgens aus dem Todesbett steigenden alten Mann ermordet. Derjenige kann doch nicht unser Bürgermeister werden, denn wenn seine Entscheidungen für die Stadt genauso dummduselig sind wie die Entscheidung dieses unnötigen Mordes, ja, wohin führt er denn unser prächtiges Köln? Ja, ich habe ja erst angefangen. Ja, das ist das Problem wahrscheinlich. Gut, dass wir diese Runde jetzt zu einem Abschluss bringen. Die Blutherrschaft hatte erst begonnen. Oh Mann, ich habe das schon gesehen, wenn Maurice seine ganze Familie irgendwann in der Politik hat, dann wird da alles nach seinem Gusto entschieden und alle werden umgebracht, die ihm im Weg stehen. Ich habe auch schon relativ früh, auch aus Erfahrung, habe ich halt alles mit Plattenpanzer und Langschwert ausgerüstet. Oh, okay, krass. Mein Richter war auch immer mit Plattenpanzer und Langschwert im Gerichtssaal. Ja, clever. Und ich hatte zwei Schergen, die auch beide entsprechend ausgerüstet waren. Also, da wäre schon gut was mit meinem Gasthaus Geld, ne, ein paar Bratwürste verkauft und damit zum Marktplatz und Mordwaffen gekauft. Ja, herrlich. Aber ich würde mich interessieren, was war immer dieses Gerede da von Prediger und Bäcker mit irgendeinem Bauernaufstand? Was war euer Plan? Es war kein Plan. Wir haben einfach nur nett unser kleines Minikorpspiel zwischendurch gespielt, haben unsere Töchter und Söhne hin und her verheiratet, haben eine Allianz geschmiedet, sind rumgelaufen, haben uns Geschenke gemacht, haben über Brot geredet und unsere Chats haben ein bisschen gerissen und haben quasi unser Minigame im Game absolviert. Aha. Ein paar ehrliche Leute. Das ist ja wie friedlich, unruhig und das im gleichen Spiel passiert. Das ist das, was mich so schockiert, wieder einmal in dieser Runde. Ich versuche so nett zu spielen und so brav zu sein und dann solche Schanddaten parallel zu spielen. Ja, Moment, Moment. Du warst auch beim Rängespiel dabei. Wir erinnern uns in Crusader Kings. Ja, aber wir sind nicht bei Crusader Kings. Ja. Ja, offensichtlich ja schon. Ja, weil es hat auch ehrliche Funktionen, also... Nein, ganz ehrlich, ich hätte auch nicht die Möglichkeit gehabt, in die Richtung ein bisschen was zu machen, weil ich die finanziellen Mittel auch nicht gehabt hätte. Also ich bin auch mit dem sozialen Status und so weiter immer weit zurückgelegen. Und so Sachen wie zum Beispiel Ämter und so weiter einnehmen, das war für mich nie eigentlich ein Plan. Und ich bin da ein bisschen zum Schluss jetzt auch in so einen Struggle reingekommen, weil eben bei mir ständig eingebrochen wurde. Ja. Ja, ja. Und wahrlich. Und dann wollten wir heiraten, also wollten zwei Kinder heiraten von uns eben. Und dann ist der überfallen worden und ist verstorben dann. Aber das war ich nicht. Nein, nein, das war eine andere Dynastie, eine KI-Dynastie. Und dann hat der Bruder herhalten müssen. Und das war kompliziert. Also die Dame hat sich sehr geziert und dann wollten wir auch noch im Kölner Dom heiraten und alles drumherum. Und ja, wir haben eher die, wie soll ich sagen, die nettere Seite des Spiels vielleicht hervorstreichen. Ich muss sagen, ich hatte irgendwann auch nur noch Augen für Wolldecken. Ich bin wirklich nur noch die Leute durchgegangen. Wer hat die meisten Wolldecken dabei? Wie kann ich die irgendwie in meine Familie zerren? Und dann habe ich nur noch nicht nur auf Wolldecken gewesen, habe sie verkauft. Und irgendwann habe ich gemerkt, man kann Leuten ins Gesicht flöten. Dann hatte ich sehr viel Spaß daran. Und irgendwie ging es so in die Zeit dahin. Herrlich. Ja, solange jeder Spaß hat, ist doch wunderbar. Wie weit wart ihr eigentlich alle noch ganz kurz? Weil ich habe gar keinen Überblick, wo ihr so... Also ich war überhaupt nicht weit. Also ich war überhaupt nicht weit. Als Stadtprediger, ich habe relativ wenig Micromanagement gehabt, weil wir ja keine... Zumindest anfangs, weil ich keine Dinge produzieren musste. Und dann gab es total wenig Micromanagement. Aber nach meinem Eindruck, also auch von dem eigenen Let's Play, was parallel läuft, wenn du nichts produzierst, ist es auch etwas schwieriger, weil du kannst halt nicht rauben. Du kannst nicht stehlen. Du musst einfach nur rumlaufen und Leute einquatschen, anquatschen und Geld für den Klingelbeutel sammeln. Und das scheint mir so gebalanced zu sein, dass man dann tatsächlich, wenn man wenig zu tun hat und keine Risiken auch einigen darf, dass es dann eher so gebalanced ist, dass halt nur sehr langsam neues Geld reinkommt. Und deshalb hatte ich eigentlich von Beginn an einfach kein Geld mehr. Der Prediger ist nicht sehr spannend. Ich habe den jetzt auch zweimal gespielt. Ich habe ihn tatsächlich gespielt, weil ich finde, er gibt halt lustige Rollenspielmöglichkeiten. Also, Out-of-Game quasi einfach, weil du als Spieler halt lustig daherreden kannst, wenn du der Prediger bist. Und mit Julius hatte ich so ein Battle, dass er der protestantische Prediger war und nicht der katholische. Das ist dann ganz witzig. Rein spielerisch finde ich auch, also ich habe ja, das waren meine ersten beiden Runden, Gilde 3, habe ich gemerkt, okay, ich glaube, ich lerne das Spiel auch gerade ein bisschen von seiner schwächsten Seite kennen, weil das ist einer der langweiligsten Jobs, rein spielerisch. Und ich habe jetzt auch gemerkt, so der Gast wird, der dann noch Bauernhöfe bauen kann, um außerhalb der Stadt halt für seine Betriebe zu produzieren und so. Da passiert dann auf einmal deutlich mehr. Das ist spannend, ja. Das habe ich auch gemerkt. Und der Prediger ist tatsächlich, ist eigentlich schade, dass da nicht irgendwie da ein bisschen irgendwie Mechaniken halt sind, dass er irgendwie Kircheneinfluss hat oder sowas, dass er irgendwie Leute aufhetzen kann oder was weiß ich, aber der hat ja gar nichts Besonderes. Du kannst auch in eine andere Richtung gehen, also gerade so als katholischer Prediger und Priester und so weiter kann man ja auch super gut in eine Richtung gehen, wo man ja wirklich zum Beispiel dann später halt Ablassbriefe verkauft oder wo du halt quasi dann Häuser weist oder lauter solche Sachen oder wo du dich um Taufen oder sowas kümmerst. Also es würde ja, es gäbe ja genug Sachen und Aufgaben, die man in einem mittelalterlichen katholischen Dorf machen könnte, die glaube ich auch noch ein bisschen mehr Interaktion schaffen könnten. Eine Sache, die man da sicherlich gut umsetzen könnte, wäre einfach eine Klosteranlage. Oder sowas. Mönche zum Beispiel. Bierbrauen zum Beispiel dann dort. Und Schreiben und alles, ja. Also Schreibstube gibt es ja dann später tatsächlich. Ja, aber das müsste eigentlich da auch kombiniert, also das sollte auch quasi nicht die einzige Möglichkeit sein zu schreiben. Also es wäre halt smart, glaube ich, wenn man die Schreibstube über zwei Trees erreichbar machen würde, so wie es jetzt da ist oder quasi über den Prediger-Tree. Ja, in Gilda 1 war es ja tatsächlich so, da konntest du als Prediger starten und konntest direkt auch Briefe, Gedichte und ähnliches herstellen. Ja, wird auch Sinn ergeben, auf jeden Fall. Ja. Ich finde auch, der Prediger ist auch, das ist ja alles in allem nicht unbedingt ein 100% realistisches Spiel, sage ich mal, aber der Prediger wirbt auch mit am albernsten, weil du halt dann dich ausweitest, indem du mehr und mehr Prediger-Hütten baust und mehr und mehr Prediger anstellst, die alle immer in die Stadt gehen und an den gleichen Orten von den Leuten Geld sammeln und immer gleich viel sammeln. Und irgendwann hast du halt zehn Prediger, die über den gleichen Marktplatz huschen und es nimmt nicht mal ab, also es ändert sich ja nicht mal, was du mit zu viel Predigst oder sowas. Das stimmt. Der Prediger wirkt da so ein bisschen albern irgendwie so, hä, okay, jetzt habe ich zwölf Angestellte, die alle predigen und immer Geld sammeln. Ja. Ähm, etwas sonderbar. Was ich auch nochmal positiv anmerken möchte, ich glaube, es hat wirklich gut funktioniert, dass wir als Bürger gestartet sind für einen One-Shot, konnten wir direkt viel mehr Sachen machen als armer Schlucker, wir konnten direkt in die Politik auch gehen, wenn wir das wollten und uns da kappeln und hatten direkt mehr Möglichkeiten und man hat es gemerkt, so an einem Abend, man kann hier wirklich bis zum Junker und theoretisch fast bis zum Bürgermeister kommen. Also es ist so genau das, glaube ich, was man braucht für eine schöne, spannende Runde, wo man jetzt nicht sagt, man muss sich jetzt irgendwie wöchentlich treffen, sondern schöne Sache und ich denke, da wird es auf jeden Fall eine zweite Version mal von geben in der nächsten Zeit, weil das lief, glaube ich, sehr, sehr erfolgreich. Eine ähnliche Sache wird es auf jeden Fall auch nochmal zu Crusader Kings 3 geben, da gab es ja auch schon mal Game of Chords, was ich in dem Fall mit Strategie georganisiert hatte, auch wunderbar mit sehr viel Roleplay, da ist auch schon in Planung, dass wir da dieses Jahr auch schon wieder was haben. Könnte also auch durchaus noch interessant werden, aber ja, Game of Chords scheinbar heute auch eine große Sache, auf jeden Fall, Gaios loben fürs Organisieren. Tolle Organisieren, das ist super geil. Ihr könnt euch mal bei Gaios auch rein, falls ihr es noch nicht gemacht habt, unbedingt, ich hab euch gecheckt, so, ich muss mich ausklinken, meine Hunde müssen pipi, ich wünsche euch einen wunderschönen Abend noch. Ebenso, viel Spaß, äh, also viel Erfolg mit deinem Wasserschaden. Ja, absolut. Da kam auch nichts mehr, ich bin gespannt. Ja, tschüss. Jawohl, übrigens, hier sehen wir uns dann am Freitag für Gaios Vice Wars, ja wunderbar, geil. Perfekt. Dann dir einen schönen Abend, viel Glück, dass das mit dem Rohrbruch auch nichts weiter Blümmes passiert und bis bald. Dankeschön, tschüss. Bis dann. Tschüss. Ich würde mich auch gerne verabschieden, mal Riesendank an Gaios Julus, war perfekt organisiert, kamen die Zuschauer gar nicht mitbekommen, was da an Arbeit vorher reinfloss von dir und wie gut du das auf die Beine gestellt hast. Ich habe meinen Leuten noch was versprochen, das muss ich nur durchziehen, eine kleine Verlosung und sage jetzt schon mal Tschüss, damit die nicht länger warten müssen. Und bis zum nächsten Mal an allem, hat viel Spaß gemacht. Tschüss. Ciao, mach's gut. Ciao, mach's gut. Ja, gut. Mach's gut, Leute. Ciao, Gaios. Ciao. Tschüss, Marc. Gaios, vielen herzlich. Das ist nicht eine ganz andere Sache als ein Solo-Lesplay, wo ich die ganze Zeit rede und erkläre und mit der Zeit rauf und runter gehe. Und solche Events wie hier, die haben oft so einen Überraschungscharakter und so einen Füllhorncharakter. Man zieht mal schöne Dinge raus in manchen Minuten und in manchen Viertelstunden manchmal Sachen, die einen persönlich nicht so interessieren. Manchmal ist man sehr gerne dabei und staunt und dann wiederum gibt es so Phasen, da sagt man, komm, schade, dass ich nicht vorspulen kann. Aber das ist normal bei diesen Events. Das gehört irgendwie dazu. Und auch, dass die Geschmäcker der Zuschauer, der Zuschauerinnen verschieden sind und mal die einen mehr Vergnügen haben und mal die anderen. Mir hatte auch die Aktion mit Coppelius sehr viel Spaß gemacht, wo ich, muss ich sagen, wo wir mal eine persönliche Note reingebracht haben und entdeckt haben, dass wir da auf eine ähnliche Weise ticken und so ein bisschen improvisiert und gezaubert haben und rausgesprochen sind, rausgesprungen sind aus dem Konkurrenzdenken und dem, hey, ich bin viel größer und stärker als du und mal eine andere Seite. Vor dem Multiplayer-Event zeigen konnten, ohne dass es vorher abgesprochen war. Einfach mal gemeinsam so eine kleine Koop-Runde quasi zu improvisieren und mit ein bisschen Wortwitz unterwegs zu sein und ein paar Situationskomiken gemeinsam zu inszenieren. Das hat mir sehr viel Vergnügen bereitet. Das hat mich zu sehen.